Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 219. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo! Jo, hi. Ja, wir sprechen heute über diverse Dinge. Ja, Greedfall 2 wurde angekündigt. Außerdem ist Arma Reforger als Early Access erschienen. Wir sprechen über Star Citizen, wo man endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Chris Roberts hatte. Außerdem über Blizzard's missglücktes Diversitätstool und Tobi hat angespielt Crowns and Pawns Kingdom of Deceit. Durchgespielt. Durchgespielt sogar. Durch. Ah, sehr gut. Ein Point and Click, ne? Habe ich mitgekriegt. Ja, ja, ja. Wir haben noch drüber gesprochen. Die gibt es nicht mehr. Dann wurde, wie Simon the Sorcerer wurde jetzt irgendwas Neues angekündigt. Und irgendwie kommen sie auf einmal alle aus den Löchern gefühlt. Jetzt geht's los, ja. PCGC-Podcast hat einen Revival angestoßen. Ja, hätten wir da mal Boy Predictions zu gemacht. Das wäre gut gegangen. Ja, ja. Ich glaube, meine Predictions, die sind alle falsch. Ich glaube, ich habe kein einziges. Aber, naja. Ja, das mit Squadron 42 in diesem Jahr scheint ja auch nicht mehr zu klappen. Ja, da wollte ich auch. Da rollte ich später noch drauf. Aber ich meine, ey, sonst wären sie doch nicht bald, ne? Das ist ja ein bisschen der Witz dabei. Eben, eben. Ich müsste dir echt nochmal nachhören. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr, was wir alles genau gesagt haben. Das bin ich mir ganz sicher. Ja, gucken wir mal. Ja, was hast du so gespielt, Tobi, die Woche? Was stand an bei dir? Ich habe Halo gespielt. Halo, die Master Chief Collection. Und zwar, weil, also ich habe ja die Halo-Serie verfolgt jetzt. Und die ist wirklich nach wie vor, ich bin sehr begeistert. Eigentlich ist die Staffel jetzt inzwischen fertig. Ich habe aber die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen, weil mein Amazon-Account zurzeit nicht funktioniert, aus irgendwelchen verstörenden, wirklich merkwürdigen Gründen. Da bin ich noch drüber, das zu fixen. Aber bis zur siebten Folge, also die Staffel hat neun Folgen, bis zur siebten habe ich es geschaut. Und war ja wirklich, also man kann, man muss eigentlich sagen, ich war ziemlich begeistert von dem Ding. Und das hat mich jetzt natürlich auch dazu inspiriert, die Spiele nochmal anzugehen. Entschuldigung, übrigens meine Stimme ist ein bisschen irgendwie außer Phase heute, keine Ahnung, sorry. Ja, habe mich dazu inspiriert, die Master Chief Collection nochmal anzugehen. Und die spiele ich gerade durch und bin jetzt, also ich habe mich nochmal durch Reach und Halo 1 gequält, muss man schon fast sagen, weil die hatte ich ja schon mal gespielt und die finde ich auch, ich weiß nicht, also finde ich jetzt nicht so doll, muss man ehrlich sagen. Also Halo 1 ist halt so, ja, so klassisch, keine Ahnung, so ein bisschen Shooter-Story auch. Ich finde, da ist nicht so viel drin. Und Reach, das geht ja mit Reach los, das ist ja das Prequel zu Halo 1, kam aber ja erst relativ spät dann raus von diesen ganzen Spielen. Und das hat zwei Nachteile. Erstens, die Story ist so ein bisschen zusammenhangslos. Also, es ist technisch gesehen chronologisch das erste Spiel, aber es, ja, es erwartet, glaube ich, schon so ein bisschen Vorwissen. Und wenn man das nicht hat, dann wird man so ein bisschen reingeworfen und es ist alles irgendwie nicht so, ja, es ist schon ganz okay, aber ich fand's jetzt nicht so doll. Und es hat keinen Remaster. Also, das ist wirklich, glaube ich, das Original von dem Spiel. Und deswegen sieht's fast schlechter aus als alle anderen. Weil ich bin jetzt inzwischen bei Halo 2. Und da muss man wirklich sagen, also Halo 2 in dieser Remaster, das sieht schon cool aus. Also, vor allen Dingen, weil sie halt diese, die haben ja extrem viele Zwischensequenzen in dem Spiel. Und die haben ja, die hat ja Blur-Video. Also, die Leute, die eigentlich immer so Trailer machen, so Cinematic-Trailer und so was, haben die ja neu gemacht damals. Und die sehen halt schon echt krass gut aus, ey. Das ist wirklich, also, das ist auf einem Level von, was man so kennt von, vielleicht so Diablo 3 oder halt, wie gesagt, so Cinematic-Trailer, wie die Knights of the Old Republic-Trailer-Geschichten, so von SW-Tour und so. Also, das macht schon richtig Freude. Da freut man sich jedes Mal drauf, dass man wieder ein Level geschafft hat und wieder eins vor diesen coolen Videos sieht, ey. Das ist geil. Jo, und da bin ich mit viel Enthusiasmus drüber und macht auch Spaß jetzt. gerade Halo 2, wie gesagt, macht mir jetzt gerade Spaß. Freue mich dann auf Halo 3 und 4 noch. Und, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt eine andere Timeline, ein bisschen anderes Universum als die Serie, aber es stört mir auch nicht. Es sind halt zwei verschiedene Sachen. Das ist okay. Ja, da habe ich viel Freude dran. Ja, okay. Hast du, haben Sie noch irgendwas gespielt? Nö, gespielt nicht. Ich habe jetzt noch die dritte Folge gesehen von Strange New Worlds. Wer den Podcast von letzter Woche gehört hat, weiß ja, wir haben ja alles andere schon ausgiebig gesprochen. Und ich will nur kurz sagen, ich will nicht spoilern oder so, aber Strange New Worlds, ähm, 3 for 3. Also bis jetzt drei gute Folgen gemacht. Echt, äh, macht weiterhin Spaß diese Serie. Ja, freut euch drauf, wenn sie in Deutschland kommt. Äh, wird cool. Okay. Was war bei dir los? Was? Was gesagt hast, war es 3 for 3 nicht der Halo-Entwickler? Heißen die nicht genau so? Ah, ja, aber bei denen ist es 3, 3, 4, 3, und ich meinte 3, 4, 3, 4, 3, 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 4, 3, 3, guilty spark, einer der witzigsten Charaktere in Halo übrigens. Okay. Ähm, achso, das ist der, der fliegende Roboter, ne, der auch so an die letzten Dinger erinnert, ne? Ja, genau, dieser kleine Würfel, ja. Der kleine genozide Würfel, äh, ja. Äh, Ich habe gespielt nochmal ein bisschen Overwatch 2, die Beta, solange das noch ging, das ist ja am 17.15. jetzt geendet, äh, hat weiterhin Spaß gemacht, ist weiterhin belanglos, man spielt zwei Runden und kann jederzeit wieder ausmachen oder auch nicht, es ist, äh, spaßig und irgendwie ohne gefühlte Verpflichtung so. Ich finde, da kann man immer gut ein, zwei Runden zocken und dann auch wieder ausmachen, wenn man keinen Bock hat, so, das tut dann irgendwie nicht weh, bei anderen Spielen bin ich da immer mehr investiert. So wie mein Diablo 3 sozusagen. Ja, genau, und ansonsten habe ich noch, äh, das Warhammer-Spiel, das, äh, 40k Chaos Gate Demon Hunters nochmal weitergespielt. Mhm. Ähm, ich hatte im Podcast dazu in Folge 217, war es glaube ich, erzählt, dass, äh, ich, äh, technische Probleme hatte, äh, zum einen Performance und zum anderen Bugs. Äh, die Performance ist leider weiterhin nicht gut, ich muss jetzt zugeben, ich habe mir keinen neuen Treiber oder so runtergeladen, vielleicht hätte ich da nochmal gucken können, äh, aber eigentlich glaube ich, ist das eher was, was von der Entwicklerseite gefixt werden müsste. Und, es ist aber immerhin so, dass ein Großteil der Bugs, die ich hatte, behoben sind, oder vielleicht sogar alle. Also, ich konnte zum einen den Spielstand weiterspielen, bei dem ich vorher das Problem hatte, dass es ja nicht mehr ging, auch wenn ich neu geladen habe. und ansonsten sind mir auch keine hinswerten Bugs mehr aufgefallen, irgendwie, und das hat es doch deutlich angenehmer gemacht. Wie gesagt, die Performance ist mies, aber das ist halt, äh, bei einem rundenbasierten Spiel nicht so schlimm, finde ich. Ja. Ist das dann eigentlich auch so, wie, was weiß ich, man kennt es ja vielleicht von einem Stellaris oder einem Civilization, dass die Performance dann auch mit dem Spielverlauf in den Keller geht, also, weil halt einfach so viel zurück dann im Speicher ist und immer wieder mehr berechnet werden muss, oder ist es von Anfang an einfach schlecht? Naja, ich habe es nicht so genau beobachtet, aber ich glaube, es ist einfach von Anfang an und auch extrem schwankend, ne? Also, ich kann, keine Ahnung, 70 Frames haben oder so, aber ich kann dann auch schon mal in der Videosequenz 7 haben, was heißt, das ist mir komplett absurd, das eigentlich. Keine Ahnung, wie das sein kann, aber ist halt leider so. Ja. Also, ich konnte da kein wirkliches Muster erkennen, tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, ansonsten sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, das habe ich gegebenenermaßen gar nicht selber entdeckt, sondern habe ich durch einen anderen Stream gesehen. Wenn man eine Gegnergruppe aufdeckt, also wenn man die zum ersten Mal sieht, dann bekommt der Trupp, oder der eigene Trupp, alle Aktionen refundet sozusagen, was mal recht vergebene Mechanik ist und was irgendwie dazu führt, dass man, also man hat ja teilweise auch so, werden die Gegner auf der Karte schon im Schatten markiert sozusagen, so Scanner-mäßig. Und dann weiß man, okay, da sind sie, da versucht man alle möglichst nah an den ranzuziehen, der noch niemand aufgedeckt hat, und dann geht man mit dem letzten einen Schritt nach vorne quasi und dann deckt man die Gegner auf und dann kriegt man alle Aktionen zurück. Was ganz interessant und nicht so unwichtig ist, sag ich mal, weil man oft Runden hat, die mit Rundenlimits, mit Zeitlimits arbeiten, beziehungsweise Rundenlimits. Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich sozusagen einen weiteren Zug rausmogeln kann, wenn man so will. Ja. Ja, es verhindert halt auch so ein bisschen, das war ja teilweise bei, also bei XCOM war das halt schon ein bisschen blöder, wenn du halt so mit deiner letzten Aktion halt noch so eine Truppe aufgescheucht hast, ne? Kann mich schon auch noch daran erinnern, dass das schon mal passiert ist. Ja, richtig. Das haben sie ja bei XCOM 2 irgendwie auch behoben tatsächlich, aber es stimmt, das war bei NMR 9, war das sehr nervig, ähm, ja, das macht das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen mehr gamey, muss ich sagen, noch mehr als vorher, aber ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, eine Mechanik, die sozusagen intended ist, ne? Also ist ja schon vorgesehen und dann nutzt man die natürlich auch. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, schön mitmerkend alles. Ja, genau. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass tatsächlich das Spiel doch noch deutlich mehr Tiefe und Varianz in der Mechanik und so hat, als ich dann damals im Review so berichtet habe, aber ist klar, nach 10 Stunden Spielzeit hat man noch nicht so viel gesehen. Jetzt bin ich bei, müsste ich mal gucken, äh, jetzt bin ich bei 27 schon, also ich hab's die letzten Tage echt viel gespielt, als ich noch Zeit hatte jetzt. Und, ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und tatsächlich muss ich aber auch dazu sagen, dass obwohl diese Varianz da ist, die Missionen und das Missionsdesign vor allem eine hohe Monotonie bieten, leider. Also es ist halt irgendwie immer, ähm, Schaltesporenherd, XY aus, äh, mache das in dieser Anzahl von Zügen oder mache dieses oder jenes. Also es ist relativ generisch, sag ich mal, es wird schnell ein bisschen eintönig tatsächlich, aber es macht mir trotzdem noch Spaß und ich finde es auch weiterhin ist ein cooles Game eigentlich. Okay, und die Karten bieten da auch keine Abwechslung irgendwie, dann großartig? Bisher nicht. Also das Tutorial war eigentlich gegen andere Gegner, das war gegen so Blutdämonen und jetzt kämpfen halt die ganze Zeit gegen so Verrottete und die sind auch die, ja, so die, die Nörgelplague, das sind halt so die offiziellen Hauptgegner, die auch halt thematisch sozusagen behandelt werden und das wird auch gut mit eingewoben. Also das gefällt mir tatsächlich sehr gut, dass es halt immer storytechnische und loretechnische Referenzen hat so. Das ist wirklich cool gemacht, finde ich. Ist eine gute Einbindung. nur, ja, wie gesagt, also diese Vielfalt der Missionsart, die das bleibt zu wünschen übrig und ich befürchte auch, dass jetzt sich nicht mehr so groß ändern. Mal gucken, will ich mal noch ein bisschen weiterspielen. Ja, das war es so bei mir tatsächlich, ansonsten habe ich auch nichts zu berichten. Dann einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen A Tale of Two Sons, den Steanky, noch bis zum 3. Juni. Den hat Jan gesponsert aus seinem Fundus und ja, die Verlosung ist wie immer auf dem Discord, discord.gg slash pcgc im Verlosungsschannel. Könnt ihr daran teilnehmen. Ja, und wo wir gerade schon bei Jan waren, würde ich sagen, ach nee, sorry, ich wollte schon zum Hardware teilen. Hörerfeedback. Wir haben viel Hörerfeedback. Genau. Ja, wir haben für zwei verschiedene Folgen, ich mache erstmal das zu Folge 217 von Martin würde ich mal vorlesen. Das war, schreibt er Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, wer ist euer Lieblingsbösewicht? Zweitens, hatte das Hobby Gaming Einfluss auf eure Beziehungen positiv oder negativ? Und dann hat er noch was für die Grumpy Hardware Guys. Habt ihr 3D-Grocker und was habt ihr damit bereits gedruckt? Ist du ein Drucker überhaupt sinnvoll für Hardware-Bastler? Wir haben diese Frage, Tobi und ich, gerade mit Einverständnis von Jan an uns gerissen. Die 3D-Drucker-Frage, deswegen werden wir die auch beantworten. Ja, aber fangen wir erstmal an mit dem Lieblingsbösewicht. Ich habe meine Antwort nur noch parat, deswegen kann ich anfangen, Tobi, wenn du willst. Ja, hau rein. Okay, also tatsächlich sind mir erstmal so ein paar Standardsachen eingefallen, also Was von Hardware 3 ist mir eingefallen, aber ich muss gar nicht sagen, weil ich den so genial finde oder so, sondern weil das immer der Bösewicht ist, der genannt wird. Das war ohne Scheiße, weil erster Gedanke, Was? Aber dann dachte ich so, nee, eigentlich fand ich den gar nicht so krass. Und die anderen haben auch schon relativ viele genannt. Was wurde genannt? Ich glaube, Glardos wurde zum Beispiel genannt. Diverse auf jeden Fall auf dem Discord schon einige gute und davon wollte ich dann keinen mehr nehmen, deswegen habe ich ein bisschen überlegt. Und zum einen finde ich die Links Corp, habe ich gesagt, aus Hardspace Shipbreaker. Die fand ich ganz cool. Okay. Das ist ja eigentlich so der Arbeitgeber da, der einen so komplett ausnimmt und die ganze Zeit quasi so tut, als würden sie einen unter die Fittiche nehmen und alles ist eigentlich ja als Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, aber irgendwie nehmen sie einen komplett aus. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ist natürlich nicht so der Standardbösewicht. Du hattest das ja nochmal gespielt gehabt, glaube ich, nachdem wir, also irgendwie so ein Jahr, nachdem wir es im Podcast hatten dann oder so. Ich habe es nicht mehr angefasst, seitdem wir es für den Podcast mal gemacht haben, muss ich zugeben. Ja, ich habe es noch ein paar Monate gespielt, genau. Aber jetzt kommt am 25. diesem Monat, das ist glaube ich Full Release. okay. Eigentlich war es ja ganz witzig und ich hatte diese Lynx-Corp, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil also in der Version, die ich damals gespielt habe, kam die ja nur in so einem Anfangsbild schon mal vor und dann ist es halt, ja gut, du schuldest denen jetzt was weiß ich irgendwie für diesen Orbital-Flug irgendwie eine Milliarde Credits und jetzt geht's los. Also das war zwar, die Prämisse war schon witzig, aber ich hatte die jetzt gar nicht so als Bösewicht auf dem Schirm. Also das war halt einfach, aber es ist natürlich immer so mit diesen Corporations, das ist ja auch in der echten Welt. Man hat sie als Bösewicht dann nicht immer auf dem Schirm. Ja, ich wollte nicht einfach irgendwas nehmen, was die anderen schon gesagt haben. Handsome Jack zum Beispiel ist auch richtig, richtig gut, aber hat halt schon irgendwer gesagt, dann lass ich komme so durch den anderen raus. Ansonsten ist mir noch eine eingefallen, den ich auch nicht unbedingt so als, so gut dargestellt empfinde, aber was eigentlich eine gute Geschichte ist und zwar Diablo selbst. Ich finde, das ist eigentlich mit dem dunklen Wanderer und diese gebrochene Person, die sich den Seelenstern reinramt und irgendwie langsam daran verkommt. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Geschichte, auch wenn der Bösewicht an sich jetzt relativ blass ist. Ja, das ist halt Diablo, aber er ist ja jetzt nicht irgendwie, er hat jetzt nicht krasse Intentionen, die einem ausbreitet oder so. Er sagt irgendwie zwei Sätze zu haben, will, dass man stirbt. Aber eigentlich ist das eine ziemlich gute Geschichte an sich, finde ich. Stimmt, ja, vor allen Dingen, also ich meine, du hast ja, glaube ich, damals nur Diablo 2 gespielt, ne? Ich habe dir aber 3 auch durchgespielt. Nee, ich meine, aber du hast nicht Diablo 1 gespielt. Richtig, ja. Weil das war ja der Schockmoment in Diablo 1, war ja, dass du es durchgespielt hast und dann war ja die Endsequenz, war ja, dass sich dein Held quasi diesen Seelenstein in die Stirn rammt. Und ganz witzige Anekdote, es gibt eine, ich glaube, es ist irgendwie eine Vorlesung, die man sich anschauen kann auf YouTube von irgendeiner GDC mal vor ein paar Jahren, wo, wie heißt der Diablo-Mensch? Bill Roper, kann das sein? Ja, den gibt es. Ja, genau. Ich glaube, der hat einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das damals ablief mit der Diablo-Entwicklung und so. Kann jetzt sein, dass ich den falschen Namen habe, ganz ehrlich, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall war es einer von den Leuten, die das damals gemacht haben und die haben erzählt, dass die quasi, also die haben halt dieses Spiel programmiert und so, und haben dann die Videosequenzen, aber bei einem anderen, bei einem externen Studio machen lassen. Ich glaube, das war irgendwie bei Blizzard Süd oder so. Das war ja damals auch Blizzard North und Blizzard Normal und so und irgendwie, keine Ahnung, die Videos wurden auf jeden Fall nicht von denen selber so gemacht, sondern das wurde so abgegeben und da hieß es so, ja, so, die Beschreibung war letztendlich erst mal so, ja, naja, macht irgendwie eine coole Endsequenz. man besiegt halt Diablo und ist halt dann irgendwie, dann ist halt vorbei, macht irgendwas Cooles draus. Das war so die Einzige, das war keine genaue Beschreibung und dann kriegten sie dieses Video zurück und ich üb den Seelenstein in den Kopf, haben die alle so, äh, what? Also, das war nicht irgendwie von den Autoren so gedacht, sondern die, das war von den Video-Leuten und dann mussten die quasi, haben die quasi eine Story drum herum geschrieben. Also, das war komplett by accident, dass das, dass das so rauskam und ich fand auch, es hat dann in Diablo 2 eine echt coole Folge-Story ergeben. halt, das war, das war schon witzig. Ja, und ich finde auch, dass das wie so ein, wenn man will, kann das ja wie so ein Staffelstab genutzt werden, ne? Also, du kannst halt, wie dann Diablo 3 halt auch wieder einen neuen Diablo haben und es kann halt theoretisch immer weitergegeben werden, was ja irgendwie, naja, ganz coole Prämisse ist, dass man halt jederzeit jeden Bösewicht einsetzen kann und das gut erklären kann, sozusagen, oder jeden Charakter. Genau. Ja, und das war halt, ich meine, also, das war halt damals, das war schon diese Endsequenz dann, wo dann noch diese, now you travel to the east in search for your salvation oder so und dann kommt halt Diablo 2 mit diesem Charakter, der dann so, also, was eigentlich dein Held war, der dann so komplett überrummelt wird und das hat halt auch Diablo zu einem extrem mächtigen Bösewicht gemacht, weil das halt so, wow, okay, das war mal der Typ, mit dem ich eigentlich so mein Protagonist und ja, ne, also, das stimmt, insofern war es schon ein cooler Charakter, auf jeden Fall. Ja, wie sieht es bei dir aus, Tobi, wer ist dein Lieblingsbösewicht oder einer deiner Liebsten? Oh, ja, ist echt schwierig, ich habe so das Gefühl, ich vergesse die Besten und alles, was ich jetzt sage, kommt denen gar nicht klar, aber auch so ein paar Sachen, die ich vermisst habe, in denen, also, es gab ja schon einige Antworten auf dem Discord und so und natürlich, also, da waren coole Sachen dabei, also, GLaDOS, auf die wäre ich gar nicht gekommen, aber klar, auf jeden Fall, ähm, GLaDOS und, äh, für mich geht GLaDOS, äh, zusammen mit dem aus, mit dem, mit dem Kern aus, äh, wie heißt der, Willby oder so ähnlich, der aus Portal 2 dann, der, der immer mit dir mitfährt, der ja dann auch böse wird, ähm, Wheatley, Wheatley, glaube ich, genau, ähm, also die sind schon cool, aber, äh, was mir fehlt, ähm, Bösewichter aus Bioware spielen, fehlen mir, also, ähm, da wäre, der Sugi hat einen genannt, hat er einen genannt, Sugi hat den genannt, der im DLC erst erklärt wird, von dem du immer gesprochen hast, der Soulless, oh, oh, ja, okay, okay, na immerhin, also das ist ja schon mal was, aber ich finde auch, also, äh, wenn ich es auch noch dann nennen würde, wäre halt Rehwan aus Krothor natürlich, äh, mit seinem, allem, was dazugehört, so, ähm, und, ähm, wo man, wo man sich da die Frage stellen kann, ist es wirklich ein Bösewicht oder nicht, ähm, was jetzt niemanden überraschen wird, ich möchte auch aus Mass Effect, ähm, also Saren aus Teil 1 war schon extrem cool, vor allen Dingen, wenn man das zugehörige Buch gelesen hat, weil, ähm, der war halt schon immer ein Arschloch, aber, der wird eigentlich fast zu einer tragischen Figur durch die Geschehnisse im Spiel, und das, äh, das war irgendwie auch cool gemacht, also eigentlich hat man keine Sympathie für den, aber, trotzdem, ähm, ja, passieren Dinge mit dem, die halt irgendwie uncool sind, ähm, und, äh, äh, wen wollte ich noch sagen, ach ja, und Loghain aus, äh, Dragon Age Origins, äh, bei dem man eigentlich bis heute nicht so genau weiß, ob er jetzt wirklich, also wie seine Handlungen zu interpretieren sind, ob der wirklich böse war, oder ob der eigentlich irgendwie das Beste wollte, oder ob er einfach nur ein Egomane war, oder was, also da streiten sich die Leute heute noch drüber, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat, den König zu verraten, oder nicht, ähm, und, äh, ja, nee, also da waren coole, coole Bösewichte auf jeden Fall auch dabei, für mich, beim alten Bioware. Na, ich muss noch denken an solche wie Overlord oder, äh, Horny aus, ähm, Dungeon Keeper. Aber ich hab überlegt, ist das, sind das Bösewichte in dem Sinne, oder zählt das nicht, weil sie die Protagonisten sozusagen? Ja, die Bösewichte, die man gefeiert hat, sozusagen. Ja, genau, ja. Ja, kann man schon dazu zählen, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, dann, äh, hat er noch beschrieben, äh, wie sieht es aus, hat er das Hobbygaming schon mal Einfluss auf eure Beziehungen, positiv oder negativ? Ja, natürlich, äh, sowohl Liebesbeziehungen, als auch, äh, einfach freundschaftliche Geschichten, weil, äh, gerade im Jugendalter habe ich extrem viel gespielt, und da war es halt, äh, ach, auch später noch immer, da war es halt häufig mal so, äh, kommst du vorbei, wir gehen heute feiern, oder so, hm, ach nee, alles gut, keine Lust, oder halt irgendwie, die Freude, die sie euch später hat, dass man einfach, äh, dauert zu viel Zeit mit dem Rechner, und so wenig mit ihr verbracht hat, äh, in ihren Augen, muss man ja auch dazu sagen, ne, also, es ist natürlich bei jedem Hobby, wenn man das, äh, im, äh, viel oder im Übermaß betreibt, dass dann irgendwelche anderen Sachen kürzer treten, äh, oder da halt hinten runterfallen, und das, äh, halt so, klingt so dumm jetzt, könntest du das bestätigen? Äh, eigentlich nicht so, muss ich sagen, ich hab, ähm, also klar, ich mein, früher so in der Schulzeit und sowas, hat man, hat man sich auch viel mit den Jungs irgendwie über, über die neuesten Spiele unterhalten, und hat auch irgendwie mal, keine Ahnung, zusammengezockt oder so, aber ich hab eigentlich, ich weiß nicht, bei mir, also ich führe fast wie so ein bisschen so ein Doppelleben, so, ich hab hier so die Internet-Community und mach den Podcast mit und so, aber außerhalb davon, ähm, beeinflusst mich das eigentlich relativ wenig alles, also das ist jetzt auch, ich hab eigentlich, äh, ich hab nie gesagt, keine Ahnung, mach jetzt irgendwas, geh, bleib jetzt daheim und setz mich vor den Rechner, wenn irgendwie was anderes los war, das mach ich eher wirklich so, wenn ich sonst nichts zu tun habe, spiel ich super gerne und alles, ähm, aber dabei bleibt's und keine Ahnung, also meine Beziehungen hab ich, kann ich auf ganz andere Weise in den Boden rammen, da brauche ich das Spiel nicht dafür, da hab ich andere Methoden, ja, also insofern eigentlich erstaunlich wenig, muss ich sagen, bei mir, also, ähm, ach so, positiv hab ich komplett vernachlässigt, ich hab nur die negativen Dinge gedacht, ähm, gibt's natürlich auch, äh, einfach, das muss ich sagen, ist tatsächlich dann eher auf freundschaftlicher Ebene, als in Beziehungen tatsächlich, also, äh, ja, sei es jetzt hier mit dem Podcast quasi, äh, wie es entstanden ist, äh, oder allgemein mit Leuten, mit denen man sich austauscht, oder Leute, mit denen man regelmäßig zockt, also ich hab, äh, als ich noch bei Nils in der Ecke gewohnt hab, hab ich mich eigentlich öfter mit ihm getroffen, dass wir gemeinsam zusammen irgendwas gezockt haben, oder so, Couch-Coop-mäßig, das hat immer viel Spaß gemacht, ja. Ja, ja, gerade Coop und so, da, äh, glaube ich, also, ist ja logisch, dass da irgendwie, keine Ahnung, und jetzt noch, weißt du mit so Sachen wie Discord und so, da kommst du teilweise halt einfach in so neue Communities rein, äh, und, und lernst neue Leute kennen und so, und das ist dann schon cool. Ja. Ja. Mein favorisiertes Spiel zusammen auf dem, äh, in Coop-Coop, mit bis zu vier Spielern, glaube ich, oder acht sogar möglich, theoretisch, dann online, äh, ist Gangbeasts. Ich finde es einfach fantastisch, ja, diese komischen, wabbeligen Figuren, die sich gegenseitig aufs Bauch haben, äh, ich liebe das, und eigentlich kann ich das auch nur eine halbe Stunde spielen, weil da tut mir die Daumen weh, und mein Gesicht, weil ich einfach nur am Lachen will bei dem Spiel. Echt, ich finde das einfach so gut, das ist genial. Ja, hast du schon mal erzählt, glaube ich, ne, weil das auch so ein bisschen unbereichenbar ist, und es ist nur bis zu einem gewissen Grad skillbasiert, und dann wird es einfach Zufall und chaotisch, äh, das hilft natürlich auch. Deswegen, ähm, es wird doch, Fall Guys wird jetzt ja free-to-play, glaube ich, irgendwann, äh, für ein Epic Store im Juni oder so. Äh, da will ich auch mal reinspielen, weil ich glaube, das hat auch so ein bisschen diesen Wipe, so, ja, einfach mal mitmachen, äh, wahrscheinlich, die Chance ist, dass man irgendwann runterfällt und weg ist, aber egal. So, ja, so stecken wir es uns vor. Genau, ja, das geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, zumindest optisch und so, ähm, wobei Fall Guys noch deutlich kontrollierter ist, glaube ich, aber ja, das stimmt. Ich warte immer noch auf dieses, äh, Party Animals, das von Microsoft entweder gepublished wird oder entwickelt, äh, das scheint auch sehr in die Richtung zu gehen, wie Gangbeasts, aber leider, bis heute, noch nichts von gehört. Hm. Ja, gut, äh, ansonsten, äh, schreibt er noch was, äh, sieht aus mit 3D-Druckern, habt ihr welche, habt ihr bald was gedruckt, ist es überhaupt sinnvoll für Hardware-Bastler? Tobi, du hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt auf der Arbeit, hast du gesagt, Ja, wie gesagt, wir haben uns das jetzt mal geklaut von den Hardware-Jungs, weil, ähm, ich benutze die tatsächlich relativ häufig auf der Arbeit, um, äh, Teile zu basteln, die, wenn wir halt, also, wir haben relativ spezielle Voraussetzungen, für so Setups, die wir bauen und so, und, ähm, und da brauchst du halt mal irgendwie ein Teil, was es einfach nicht gibt, also, weil du halt irgendwas baust, was halt irgendwie da eine Lasche hat, und da hinten baue ich eine Öse, und dann muss ich die zwei Teile irgendwie verbinden, und das muss ich da dazwischen klemmen, und so, und das ist halt so ein bisschen wie Lego bauen, und dir fehlen die Teile, und dann kannst du es halt einfach drucken, also dafür sind halt 3D-Drucker meiner Meinung nach absolut genial, also gerade bei uns, ich bin ja so im, im, im Laborbereich da unterwegs, so, äh, und da gibt's halt manchmal einfach nicht die, die, die Sachen irgendwie, und wenn, selbst wenn es sie geben würde, wenn man sie irgendwie herstellen lassen würde, wären sie halt sauteuer, weil wenn du das irgendwie dann von irgendeiner Fräse oder so machen lässt, die verlangen sowieso schon super viel Geld, und wenn die noch hören, dass du irgendwie in einem Labor arbeitest, und wissen, dass du öffentliche Gelder hast, und eigentlich nicht selber bezahlst, dann kostet gleich nochmal zehnmal so viel, ähm, und insofern, also 3D-Drucker sind für uns da extrem nützlich, und, ähm, ich muss auch sagen, wir haben, ich wollte das auch ein bisschen an mich reißen, weil ich bin total gehypt, wir haben, ähm, vor einem halben Jahr oder so, haben wir erst einen neuen gekriegt, und das Ding ist echt geil, ey, also, weil der Standard 3D-Drucker, ne, ähm, der ist ja, funktioniert ja fast wie ein Tintenstrahldrucker, also, der, du gibst dem das 3D-Modell, und der druckt dann quasi, mit so einem Druckkopf, auf einer heißen Platte, spuckt der Plastik aus, erhitzt das Plastik, und dieses Flüssigplastik wird so in so Scheiben, also in so, äh, äh, Schichten quasi, äh, dann also ausgespuckt, das geht dann, ne, sind quasi wie so eine Linie, und dann macht er daraus eine Fläche, und dann, wenn die Fläche fertig ist, macht er die nächste Schicht, und so weiter, und, äh, dadurch kriegst du im fertigen Produkt, also, es wird alles erhitzt und verschmilzt, aber trotzdem hast du im fertigen Produkt immer so Rillen und Unebenheiten in dem Plastik, und das ist halt alles immer so ein bisschen rillig, und, weiß ich nicht, kennt man ja, wenn man sowas schon mal in der Hand gehabt hat, oder? Ich weiß nicht, Lukas, hast du damit schon mal Berührung gehabt, oder so? Ähm, ja, ich hab eine 3D gedruckte Figur sogar zu Hause, ja, also ich hab, selbst keinen Drucker, aber ich beschäftige mich relativ viel, also ich guck mal Sachen dazu an, mit irgendwelchen Tabletop-Geschichten hier, Warhammer und so, und, äh, da ist ja 3D-Drucken auf jeden Fall ein großes Thema, ja. Ja, und du hast das wahrscheinlich, also du kennst das ja wahrscheinlich, dass es so ein bisschen so uneben ist, und so ein bisschen, ja, so riffelig, ne, die, die Außenkanten normalerweise. Genau, und wir haben jetzt einen neuen, der ist halt, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, was der gekostet hat, also der hat halt unser Institut gekauft, und der ist, ähm, der, äh, hat so einen fetten Container, in dem ist eine Plattform drin, und, äh, dieser ganze Container ist voll, das ist ein Tank, und der ist voll mit so flüssig, flüssigem Plastikharz, und, dann ist jetzt, also der Druckkopf ist sozusagen, da geht der von außen rein mit zwei Lasern, und an der Stelle, wo sich die beiden Laser überschneiden, ist die Frequenz genau richtig, und das Plastik wird hart, und das heißt, er kann quasi aus diesem flüssig Plastik, 3D-Figuren, oder alle möglichen 3D-Formen, die du ihm eingibst, mit diesem überschneidenden Laser, wo halt dann genau der Schnittpunkt ist, macht er das hart, und kann dadurch dann die 3D-Figur aus diesem Plastikharz erstellen, und diese, das sieht man dann auch, das ist alles durchsicht, hier, das kannst du beobachten, und dann fährt diese, also du siehst es quasi, wie in dem Plastik auf einmal das hart wird, den Laser kannst du nicht sehen, glaub ich, das ist Infrarot oder so, ähm, aber du siehst ja, wie das dann quasi in diesem Harz, dann auf einmal erhebt sich dann so deine Figur, und diese, dann fährt halt so eine Plattform hoch, und die fährt das Ding dann aus dem Harz raus, und dann nimmst du es raus, dann musst du es noch irgendwie in, in, in Ethanol waschen, und dann musst du es noch mit UV-Licht verhärten, aus, und du kriegst halt super, äh, glatte, Außenflächen, du kriegst halt eigentlich halt so, also es ist halt perfekt, also es sind keine, keine abgebrochenen Kanten mehr dran, oder diese Verdröselungen, oder irgendwelche komischen Schnüre, die da rauskommen, oder diese Rillen, das ist alles nicht mehr, das ist eine super glatte, super fertige Figur, oder halt Modell, oder was auch immer du damit druckst, äh, ist der Wahnsinn, also es ist richtig cool, ähm, wir drucken teilweise, also ich meine, wir sollen das Ding natürlich nicht jetzt privat nutzen, oder so, aber wir drucken schon teilweise Sachen einfach nur aus purem Vergnügen, äh, ich hoffe, meine Uni hört nicht, äh, diesen Podcast, Ja, die haben jetzt gerne nichts zu tun, hast du gesagt, aber, äh, jo, also das, das, äh, das ist schon, also auch diese Technologie, äh, ist nochmal ordentlich weitergekommen in der Zwischenzeit, ähm, aber, jo, also für den Heimwerker, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass so ein Teil kostet ich wahrscheinlich ein paar 10.000 Euro mindestens, also, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, was sowas kostet, ehrlich gesagt, ähm, ob das jetzt für den Heimbuster, also ob das halt für dich steht, weiß ich nicht, kommt drauf an, was du damit alles machen willst, ich meine, ich finde die Idee ist schon cool, dass du halt einfach in Blender jegliche 3D-Figuren machen kannst und ausdrücken kannst, das hat schon was, ähm, aber billig ist das Vergnügen halt nicht, also, ja, meinst du, du kannst es mal wieder davon machen, wenn du es denn genutzt, würde mich ja interessieren, äh, ja, oder, ja, das wäre cool, dann können wir das, je nachdem, wann du das machst, können wir es entweder noch mit zur Folge posten, oder können wir so oder so, kann ich ja noch nachträglich einfügen, ja, kann ein bisschen dauern, ich, ähm, Projekt habe oder so, muss mal schauen, ähm, ich muss das immer anmelden, wenn ich diesen Drucker benutze, also, aber, ähm, aber wenn dann, wenn mal wieder was ist, ja, dann nehme ich mal ein bisschen was mit dem Handy auf, ja, nice, ähm, ja, wie ist das denn, du hast gesagt, die Sachen werden im Blender oder so, quasi dann fertig gemacht, oder in welchem Programm auch immer, das machst du doch nicht, oder, weil du bist jetzt damit wahrscheinlich nicht so bewandert, oder, doch, für die Sachen, die ich brauche, mache ich das, also, also, wir machen jetzt, ich mache ja keine, ich mache ja keine, oder so, sondern, weißt du, das sind relativ banale Teile, äh, da brauche ich halt hier mal einen Ring, wo ich irgendwie vielleicht irgendwas durchstecken kann, und, und, und der hat irgendwie an der Seite dann noch so eine flache Fläche dran, oder so, ähm, sowas in der Art, also, das sind so, so Verbindungsteile meistens, die wir brauchen, und das sind ja recht einfache 3D-Figuren dann im Blender, da machst du halt irgendwie, machst du hier mal so ein, so ein Würfel und, und verziehst den so ein bisschen und machst halt so ein, so ein Ring dran, oder so, das, das geht relativ, also, ich, ich bin jetzt kein 3D-Modellierer, aber das kriege ich noch hin. Äh, ach so, ja, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass das komplexe Sachen sind, aber ich dachte, selbst, so Kleinigkeiten muss man sich ja irgendwie auch schon mit beschäftigt haben, ne, kann man ja nicht von Haus aus Blender. Ja, ich habe das das erste Mal gemacht, äh, 2013, weil da war ich zufällig zu Besuch bei einem, also an einer anderen, äh, bei meinem alten Chef sozusagen, und die hatten ganz neuen 3D-Drucker, das war, da war das noch gar nicht so in, also, äh, von, von, da habe ich Blender gelernt damals, und, ja, seitdem benutze ich das. Aber wie gesagt, das ist alles halb so wild, das sind wirklich, das sind Sachen, die machst du in, keine Ahnung, ne Stunde oder zwei oder so, also, zu mehr wäre ich jetzt auch nicht in der Lage. Wir haben ja relativ, oder was heißt relativ, weil wir haben auf jeden Fall ein paar Leute in der Community, die das Ganze benutzen, also ich weiß, dass der Vater vom Neues Meer, der macht damit irgendwas, der hatte doch schon mal auch so, ihm irgendwie so, für den Rechner vorne, so einen Lufteinlass quasi fertig gemacht, so custom, ich glaube so ein Stormtrooper war da drauf. Ja. Ähm, dann der Leinart, Rudi ist nicht mehr bei uns, aber der hat das vielleicht benutzt, ähm, und noch irgendwer hatte einen, der Kuriso, der hat es heute noch gepostet, zufällig, der hat nämlich geschrieben, äh, er hat, äh, für Magi, ich glaube für diese Magi-Fix-Dinger, hat er quasi Ständer gebaut, wie so ein kleines CD-Regal, so habe ich es zumindest verstanden, äh, ich glaube so was gehört. Sehr geil. Äh, genau. Ja, das ist halt wirklich das Coole, also ich habe, wie gesagt, selbst noch nie einen benutzt, und ich würde mir jetzt auch keinen kaufen, aber ich finde halt, diese, diese theoretische Vielfalt an Möglichkeiten, ne, die du hast, du kannst dir, äh, online irgendwelche STL-Files ziehen, oder wie die heißen, du kannst selber was kreieren, dann kannst du das ausdrucken, reproduzieren, Größe verändern, anpassen, variieren, äh, äh, klar, kostet das Geld so und Zeit, aber theoretisch, bist du halt in der Lage, dir alles zu bauen, und das finde ich halt schon richtig, richtig cool, so, und selbst wenn man jetzt nicht in dieser super Qualität dann, äh, produzieren kann, die jeder auf der Arbeit hat, heißt das ja nicht, dass es ein nutzloses Teil ist, sondern muss man es halt abschleifen, oder es muss halt vielleicht auch gar nicht so super krass aussehen, so, ähm, das geht halt alles, ne, und wie gesagt, in diesem Table-Job-Bereich ist das halt auch ganz groß so, weil irgendwie wird Games Workshop immer teurer, und, äh, das ist mittlerweile eine, äh, äh, Alternative, die auch immer besser und bezahlbarer geworden ist, ich weiß nicht, so ein billiger 3D-Drucker kostet wahrscheinlich 100, 200 Euro oder so, der nicht so ganz scheiße ist. Meinst du, so billig? Okay. Ja, die sind ziemlich billig geworden, ich glaub schon, okay, okay, ich hätte jetzt mit mir gerechnet noch für einen halbwegs ordentlichen, also, ja, da nicht ständig irgendwie einen, weil das ist halt auch das Ding, ich mein, also wenn du halt, bei uns ist es zum Beispiel auch so, also unsere 3D-Drucker, die wir verwenden, ne, wir haben eine extra, also wir haben so eine, so einen kleinen Workshop unten drin, da gibt's, da ist ein extra Mitarbeiter drin, die warten die Dinger und gucken, dass die immer laufen, weil, das darf man natürlich auch nicht vergessen, da wird halt Plastik geschmolzen und so, ne, und wenn die, die Dinger halt nicht ordentlich, wenn du keinen hast, der sich damit wirklich gut auskennt, der das Ding auch wirklich ordentlich pflegt und so, ähm, dann, dann kann's dir halt auch schon mal passieren, dass dir da irgendwie der Druckkopf ein, äh, keine Ahnung, da quasi irgendwas stecken bleibt oder sonst irgendwas und so, das ist nicht so ganz ohne, und damit hab ich jetzt zum Beispiel gar nichts zu tun, und also, ähm, das sind so die Sachen, die von unserem Workshop gemacht werden und das, da weiß ich nicht genau, da kann's gut sein, dass da noch sehr viel, äh, sehr viele so, so, so Pitfalls mit drin stecken, wenn man sowas selber benutzen will. Ja, also ich bin gerade auf Amazon mal kurz, um zu gucken, irgendwie, keine Ahnung, der günstigste ist 129, oh, dann geht's, äh, natürlich noch viel weiter, bis in die Tausender, aber so das meiste bewegt sich so im Bereich 300 bis 500, würde ich sagen. Ach ja, na dann sind die aber echt billig geworden, ne? Ja, das ist ja meistens so, ne, bei Technologie, wenn's dann vorangeht und sich mal verbreitet und so, dann wird's halt auch günstiger aufdauer. Ja. Ja, find ich super cool, aber ich würd mir privat keinen kaufen. Also ich, ich mag ja Küchen-Gadgets aller Art zum Beispiel, die einfach auch das Raum vollstellen und so, aber hierbei wär's mir jetzt doch, äh, wüsste ich nicht, für was ich das alles nutzen würde, aber die theoretischen Möglichkeiten find ich schon sehr, sehr cool. Ich glaub, äh, für, für, für Cosplayer ist es auch genial, gerade wenn du so eine Rüstung bauen willst oder so, ne? Da kannst du jetzt halt auch so Schulterplatten oder sowas, das kannst du ja alles drucken. Das ist schon cool. Und dann halt auch super schnell verändern, ne? Also das ist halt das Coole. Wenn's dir da nicht passt, ja, okay, dann änderst du halt das 3D-Modell ein bisschen abwuchs und das nächste so. Ja, richtig. Und das gibt's halt auch alles schon größtenteils online, ne? Ich mein, gut, ein echter Cosplayer will das vielleicht auch selber basteln, weiß ich nicht, aber, äh, du findest halt super viel. Also ich hab, ich bin auch da bei Etsy und da hast du dann halt irgendwelche Leute, die Waffen aus allen möglichen Spielen, ja, Destiny, bla, 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 Mass Effect, halt alles als Files anbieten und dann kannst du halt selber ausdrucken, so. Ich war schon oft sehr kurz davor, mir eine, äh, eine Avenger aus Mass Effect zu produzieren. Ja, ist das eine Waffe oder ein Schiff? Das ist die, ja, ja, das ist die, die Waffe, die, die ikonische, da dieses, dieses, das Gewehr. Ja, genau, das Gewehr. Ja, okay. Ähm, ja, jetzt ist noch die Frage, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Antwort darauf, sind die Sachen denn hitzeresistent? Weil ich finde, das wäre ja, wenn man jetzt sagt, ich hab zum Beispiel daran gedacht, er hat ja gefragt, spezifisch, wie sieht's aus für Hardwarebastler, man könnte ja zum Beispiel sich eine Grafikkartenhalterung basteln, da hat ja Jan sein, sein, äh, Spieß da drin, sein, äh, Schaschlik, sein Schaschlik, ja, genau, und da könnte man halt sagen, okay, ich baue jetzt quasi, äh, ja, so ein Support, den ich mir selbst ausdrucke, sind die hitzeresistent, oder wie sieht das aus? Äh, das ist eine gute Frage, also ich denke schon, weil ich glaube, also um das Plastik wirklich hinzuschmelzen in die Form, äh, die werden schon stark erhitzt, also das geht schon, äh, da geht's schon, also da willst du mir der Hand nicht hinlangen, da, wo das, wo das zusammen gedinkst wird, also ich denke schon, dass bis zu einem gewissen Grad, und ich meine, es sollte in deinem Rechner zum Beispiel, sollte es ja außerhalb von Kühlsystemen, also direkt auf dem Chip wirst du es ja jetzt nicht liegen, und außerhalb von Kühlsystemen sollte es ja nicht über, sag ich jetzt mal, 70, 80 Grad warm werden in dem Ding, also ich denke, das müssten die schon noch aushalten, äh, aber ich will jetzt auch nicht so viel sagen, also immer die Spezifikationen nachlesen vorher, ähm, Disclaimer, aber, ne, da gibt's doch einen Disclaimer, es kommt immer aufs Anwendungsgebiet an. Genau, ähm, ja, ja, ne, aber also, sagen wir mal so, für normale und auch hohe Raumtemperaturen ist das durchweg okay, glaube ich, also, äh, jetzt, so ein Ding in die, das ist, also es ist jetzt nicht so, dass du so ein Teil in die Sauna mitnimmst, und dann kommst du nur noch mit so einem Blob raus, äh, das geht dann schon. Ja, ja, so oder so, wenn man irgendwie überlegt, vielleicht hätte ich gerne ein spezifisches Teil 3D gedruckt, dann kann man halt erstmal online gucken, ob man da wen findet, den man sozusagen beauftragen kann damit. Du, pass mal auf, äh, ich, 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 ich gebe mal eins von, von meinen Plastikteilen, so ein bisschen so ein älteres, das gebe ich mal, äh, das tue ich mal bei uns in die, in die Autoklave, also in die, ne, in das, in das, äh, in die Hitzesterilisation, wenn es das gebe, dann kann ich zumindest sagen, dass es irgendwie so 150, 200 Grad aushält. Ähm, äh, okay, ich werde berichten, ob ich gefeuert worden bin von meinem Job, weil ich die Autoklave kaputt gemacht habe. Je nachdem, wenn du aus Moskauber ist, ja vielleicht noch nachrechnen, hier, mal gucken wir hier in dieser Folge. Okay. Äh, ja gut, das, äh, soviel dazu, wie gesagt, wir machen es im, im Hardware-Teilamt, die Jungs vielleicht auch noch was dazu zu sagen, werden wir dann sehen, aber wir wollten gerne drüber sprechen, ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Jo, ist ein witziges Thema. hast du schon mal den 3D-Drucker genutzt? Hast du da Zugriff drauf? Was sind deine Erfahrungen? Äh, 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 kleiner Ansatz noch, es gibt, äh, zumindest hier in den USA, gibt es bestimmt in Deutschland auch inzwischen, äh, hat fast jeder bessere Copyshop, hat inzwischen auch einen 3D-Drucker. Also wenn man nur einmal oder ein paar Mal was drücken will oder so, ist das eventuell auch eine Option, wenn man sich nicht selber einkaufen will. Lass uns mal die Augen offen halten, da gibt es Services durchaus. Ja, habe ich bisher noch nicht gesehen, aber, oh ja, das könnte es mittlerweile doch hier geben, warum nicht, klar. Ich weiß zum Beispiel, dass auch hier, äh, Chaos Computer Club, die haben sowas, glaube ich, auch teilweise da dann vor Ort. Die sind ja ziemlich technisch fit. Ich weiß nicht, ob die ja sagen, ja, komm rein, du musst dich im Club mitmachen, aber wir drucken dir gerne was. Ob die jetzt so cool sind, weiß ich nicht, aber, äh, theoretisch gibt es auch solche Möglichkeiten dann. Ja, stimmt. Ich hatte auch, ich hatte mal einen Kollegen, der, ähm, bevor wir unsere eigenen hatten, ähm, die sind immer, da gab es irgendwie, äh, irgendwo in der Nähe bei uns gab es auch so ein Ding, da konntest du dich anmelden und dann hast du eine Schulung gekriegt und dann konntest du quasi dich anmelden und das Ding benutzen. So ein, so ein Öffnen, also quasi so ein, so ein Zugang. Es hat auch geklopft, wenn es überhaupt was gekostet, da waren es nur ein paar Euro. Aber, also musst du es da dann selber machen, einmalige Schulung und dann ging das auch. Also da muss man mal ein bisschen, wenn man das machen will und sich jetzt noch nicht selber irgendwie da reinsteigern will, äh, mal umhören, was es da in der eigenen Gegend gibt, ähm, die waren immer häufiger, diese Geschichten. Ja. Ja, gut, äh, danke für das Feedback und, äh, wir haben nochmal jetzt von Martin, äh, beziehungsweise der letzten Folge der Star Trek Spezialfolge. Genau, weil wir haben ja jetzt, äh, eine ausfallen lassen und, ähm, ja, Martin schreibt zu Folge 218, äh, gemütliche Folge, super moderiert von Mr. Fop, Tobi, yeah, äh, beeindruckend, wie viel Star Trek Wissen ihr angesammelt habt und Kudos am Waxana und Sauerland Boy. Ähm, fast hat man den Eindruck, dass ihr ständig im Radio auftretet. Als Kind freute ich mich immer auf den Sonntag, da dann Captain Kirk und Mondbasis Alpha 1 im TV lief. Später habe ich dann mit Captain PK und Deep Space Nine weitergemacht. Bei Voyager ging mir in den ersten Folgen sofort Captain Janeway und das bunte Fell-Alien auf den Wecker und das war's dann für mich mit Star Trek. Euer Podcast hat mir jedoch Lust gemacht, äh, doch mal in die neueren Serien reinzuschauen. Bonus-Förfragen an das Panel und die Community. Ähm, welche Star Trek-Charaktere mögt ihr am meisten? Welche Star Trek-Charaktere mögt ihr gar nicht leiden? Äh, ja, vielen Dank erstmal, äh, fürs Feedback. Sehr schön, dass es dir gefallen hat. Und ich muss auch sagen, also, äh, das ging super mit Sven und Loxana, äh, Loxi. Ähm, also echt, äh, nochmal ganz großes Kompliment. Äh, totale Pros. Ähm, ja, fand ich auch, hat, äh, gut geklappt. Ich hab die Folge gestern noch zu Ende gehört. Und, äh, was mir besonders gefallen hat, muss ich sagen, äh, der Sven ist ja oft so ein bisschen, äh, ich sag mal, Trait zu der List. Äh, da käme man ja schon aus dem Assassin's Creed-Podcast, äh, dass er sich dann auf so neue Sachen nicht so einlassen will oder kann. Und, äh, er das, äh, von damals mag. Und da fand ich cool, dass er ihn tatsächlich, äh, doch noch für Lower Decks begeistern konntet, oder zumindest dazu bringen konnte, dass er sagt, ach, das schau ich mir doch mal an. Äh, das fand ich ganz nett auf jeden Fall. Ja, warten wir es mal ab. Ich bin mal gespannt, äh, was er dann sagt, wenn er sich's anschaut. Genau. Ähm, ja, nee, also hat auch echt, äh, hat, hat viel Spaß gemacht. Also, mal gucken. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten, bis es wieder genug Neues gibt. Aber, ich werde ja weiter berichten über die ganze Angelegenheit. Ähm, natürlich mit seinen Beschreibungen hat er sich jetzt auch, quasi sein Alter fast preisgegeben. Äh, äh, der Jüngste ist er nicht mehr, wenn er noch, äh, sonntags, äh, Captain Kirk gesehen hat. Ich glaube, das ist schon eine Weile eher, dass das sonntags gelaufen ist. Ähm, Mondbasis Alpha 1, kenne ich gar nicht. Das sagt mir ja nix. Wahrscheinlich auch so 70s Sci-Fi, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und dann, also seine Frage, welchen, oder welche Star Trek Charakter, also er sagt, welches Star Trek Charakter, also ich weiß nicht, ob er einen oder mehr zu allmeint, äh, mögt ihr am meisten? Äh, also ich meine, wer es jetzt noch nicht mitgekickt hat, bei mir Captain Picard, äh, tatsächlich, äh, muss ich sagen, fand ich den auch immer, also ich bin ja gar kein Star Trek-Gucker, ne? Ich hab das vielleicht bei einzelnen Folgen gesehen, vielleicht mal einen Film und sonst halt am Rande mitgekriegt. Aber ich muss auch sagen, ich mag Picard mit am liebsten, aber ich mag auch, äh, den Patrick Stewart einfach. Ja. Ähm, ansonsten fand ich immer ganz cool als Kind, einfach weil der cool aussah, der, Jordi Laforge heißt der so, der mit der, äh, 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 ja. Ja, fand ich immer ganz cool, der war blind, glaub ich, ne? Ja, genau. Ja, Star Trek macht ein Ding draus, blinde Schiffingenieure zu haben, der in der neuen Serie ist auch wieder blind. Ah, cool. Allerdings, in seinem Fall, weil, seine ganze Spezies ist blind, also, äh, ist jetzt keine Behinderung bei dem oder so. Ähm, übrigens auch, also der, äh, der macht sich langsam, der wird bei mir auch langsam zu einem neuen Lieblingscharakter, äh, weil der ist so, der ist so, der ist so ultra-sarkastisch und immer so ein bisschen grumpy, immer so ein bisschen, äh, schlecht gelaunt und ist, äh, total davon überzeugt, dass er ein Genie ist. Ähm, also erinnert mich sehr an unsere Hardware-Jungs hier. Äh, ne, aber es, äh, ist gut. Ähm, jo, und welche Star Trek Charaktere mögt ihr gar nicht leiden? Ähm, ist bei mir tatsächlich auch, also ist eigentlich auch so der, der Klassiker, die Klassiker, die keiner so richtig leiden kann, die treffen bei mir schon auch zu. Also, ich kann jetzt mit Neelix, konnte ich auch nicht viel anfangen in Voyager, das, äh, wie hat er es genannt? Das Fell-Alien. Äh, der war jetzt wirklich auch nicht so meins. Und, äh, und natürlich Wesley Crusher, der, ähm, der Klassiker. Shut up, Wesley. Ähm, aber, äh, ne, also die, also die, selbst bei, und selbst bei denen ist es so, oh mein Gott, die haben auch mal ihre Momente. Also ich habe jetzt niemanden, wo ich sage eigentlich so, der war nur immer total bescheuert. Da glaube ich, komme ich gar nicht drauf. Die meisten hatten schon irgendwas. Und, und wenn sie auch nur, wenn man sich nur gefreut hat, sie zu hassen oder so. Ähm, ja. Ja, also da fällt mir, dass ich keine Einheit nicht so richtig schlimm finde. Dafür bin ich einfach nicht genug mit den Charakteren vertraut. Ja, ja. Jo, ähm, gut. Dann, äh, also vielen Dank fürs Feedback und, äh, dann warten wir auf das zu Folge 219. Das geht wie am Fließband hier. Genau. Ja, vielen Dank, Mathilde auf jeden Fall für die Fragen. Das ist ziemlich cool. Ich finde auch, Ja, das macht immer viel Spaß. Ja, für uns und die Community ist auch sehr engagiert. Schreibt es halt auch mal im Discord an alle quasi und dann, äh, sieht man halt, was die Leute so, äh, davon halten. Was sind ihre Bösewichte? Mögen sie Star Trek? Ja, nein. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Also der Hörer-Feedback-Channel ist dadurch sehr, äh, wiederbelebt worden. Sehr stark. Ja. Naja, ist echt cool. Also gerne weitermachen. Genau. Und wir haben noch von Freeza eine Rückmeldung auch zur Star Trek-Folge. Eine sehr schöne Spezialfolge. Lob an den gesamten Cast. War wirklich angenehm und interessant, euch zuzuhören. Sowohl bezogen auf die inhaltlichen Zusammenfassungen als auch auf die subjektiven Einschätzungen und Bewertungen. Ich bin nicht wirklich Star Trek-affin, habe die Filme geschaut, neu und alt, Discovery 1 und 2, Staffel 1 und 2, PK und als Kind den Start von Voyager mitbekommen. Aber nicht wirklich verfolgt. Stimmt, da stand einiges, trotz meines geringen Wissens oder gerade deshalb hat mir Lower Decks grundsätzlich auch ganz gut gefallen und mein Star Trek-Allgemeinwissen hat für die meisten Referenzen ausgereicht. Habe zufälligerweise letzte Woche ein Mini-Rewatch aller Star Trek-Serie gestartet. Okay, entscheidend haben wir doch, fern die euch. Ich schaue mir von allen abgeschlossenen Serien die erste und die letzte Folge an. Aha. Interessant. Okay. Krasser Ansatz. Ja. Abschließend, super Spezialfolge, die selbst ohne großen Star Trek-Bezug unterhalten hat. Ja, kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also ich fand auch, wie gesagt, ich kenne mich ja mit dem Thema gar nicht aus und es ist dann trotzdem finde ich immer ganz interessant, die Leute zu hören, darüber reden zu hören. Besonders Lower Decks, muss ich sagen, hat mich begeistert, weil ihr auch so begeistert über die ganzen Referenzen und so gesprochen habt. Ja. Das klang sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ich bin ja auch Future Hammer-Fan und da hast du ja auch schon mal mir öfter darauf hingewiesen, dass bestimmte Szenen auch Star Trek-Referenzen sind, die mir natürlich absolut verborgen geblieben sind teilweise. Ja, ich hatte ja Future Hammer mal angefangen letztens, hab's dann irgendwie nicht mehr weitergeschaut, ist aber eigentlich noch auf dem Plan. Also ich hab jetzt nicht aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern eher, weil irgendwie, keine Ahnung, es war zu viel anderes Zeug. Aber ja, da ist auch, ja, da ist sehr viel Cooles drin. Aber also Lower Decks ist halt wirklich, ich meine, das ist halt vollgestopft einfach. Das ist krass. Also ich finde, das Coole ist halt, theoretisch könnte ich es wahrscheinlich auch schauen und je nachdem, ob ich den Humor mag, finde ich es auch witzig so. Aber wenn man dann halt ein wirklicher Fan ist, beziehungsweise dann sich diese Videos anschaut, die du genannt hast, die YouTube-Sachen, wo das dann alles nochmal quasi aufgerollt wird, was da so Referenzen sind, dann ist es natürlich cooler Fanservice, der dann nochmal doppelt zieht. Ja, auf jeden Fall. Und die, also die, diese Videos, die ich da verlinkt hab auch, die kann man auch anschauen, wenn man jetzt nicht so der Superfan ist und einfach mal da sitzen und staunen, was da alles, was da alles drinsteckt halt. Finde ich schon gut. Ja, okay, dann vielen Dank euch beiden für das Feedback und ich denke mal, je nachdem, wie lange es dauert, aber wahrscheinlich wird es eines Tages wieder eine Star Trek-Spezialfolge geben. Das ist jetzt tatsächlich das Thema, was am meisten als, äh, als monothematische Folge sozusagen abgehandelt wurde. dreimal. Ja, naja, es lag halt auch daran, dass jetzt wirklich halt so viel Zeug rauskam und, ähm, ja, mal gucken. Also ich meine, die letzte war ja auch, ich glaube, die letzte war von Ende 2018, jetzt ist 2022, also, äh, wir sehen uns wieder, wenn Star Citizen raus ist oder so. Okay, das dauert ja. Äh, oder, ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Keine Ahnung, das wäre doch mal eine gute Zeitrechnung. Wir sehen uns in einem Zehntel Star Citizen. Ja, okay, dann, äh, kommen wir jetzt tatsächlich zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Wir sind wieder da! Juhu! Genau, äh, wir alle, wir hatten ja alle eine Pause, was ganz nett war. Äh, und ich hoffe, ihr habt die Zeit gut genutzt. Jan, was hast du so gespielt in der Zeit? Haha, ich habe verhältnismäßig viel gespielt. Ich habe Avengers gespielt, äh, war da bis zu einem gewissen Grad auch begeistert. Also, weil das ist halt vom Produktions-Value ist das halt krass. Also, diese Hauptkampagne, äh, so die letzte Mission, wie die endet, das ist schon, äh, richtiger Crystal Dynamics Bombast. Also, das ist so, weiß ich, wie bei Shadow of the Tomb Raider, wenn die dann irgendwie, weiß ich, im dritten Teil dann irgendwelche Tempelanlagen und dann flieht und alles stürzt ein und explodiert. Also, das macht tatsächlich schon Laune und dann habe ich quasi diese, ich sag mal, Pseudo-DLC dann nachgeholt. Das sind so kleine, die dann quasi nach dem Release kamen, die wurden halt reingepatcht. Das waren halt so, so kleine Story-Erweiterungen, da kamen noch Helden hinzu und das ist tatsächlich so, zumindest mal die erste war auch richtig cool, weil du hattest dann so eine, ja, so eine Frau mit Schwert und, äh, und Bogen und das war halt vom Kampfsystem halt super befriedigend, äh, die zu spielen und beim zweiten war das so ähnlich und beim zweiten war das aber so ein bisschen doof. Ich hatte quasi noch offen so ein vakanter DLC und ich glaube, das war der vorletzte und letzte und ich war dann quasi bei einem und da gab es dann einen Endpost, äh, so in der Endzeit und, äh, der Endpost, der war aber zu stark, also ich hab's auf easy gestellt und der hat aber so ein AOE-Move gehabt, wo man quasi springen musste und ich hab das ja allein gespielt, das heißt, das heißt, meine drei anderen Begleiter, also Co-Helden, äh, das waren NPCs und die sind nicht in die Luft gesprungen, das heißt, er hatte halt regelmäßig gewonnen, hittet, wenn der halt irgendwie so enraged ist, äh, weiß nicht, mit einem Drittel seines Lebens und dann hat er mich halt hochgehauen und das hab ich dann irgendwie, weiß nicht, dreimal probiert und das ist auch ein, ein relativ langer Boss-Fight und da haben ich halt gesagt, ja gut, dann machen wir's halt nett, weil ich farm hier jetzt nicht für das blusselige Spiel, ich hab einfach das Avengers-Stil, äh, deinstalliert und das war's dann für mich, also ich bin dann quasi bei, äh, so ein Boss-Fight gestarrt, hab dann später noch auf Reddit geguckt, also die Leute kamen dann auch irgendwie so zu dem ähnlichen Ergebnis, dass sie irgendwie gesagt haben, also, weiß nicht, sie hätten, also die waren dann schon auch von den Charakterwerten her deutlich weiter als ich dann und hätten dann irgendwie gesagt, also sie hätten ja irgendwie kein Land gesehen und fanden das jetzt so ein bisschen seltsam, weil, ähm, weil gerade bei so Service-Games, äh, diesen komischen Pinnacle-Content, also um da quasi das krasse Loot zu bekommen, das kann man ja machen, dass man das hinter irgendwelchen krassen Missionen, äh, äh, versteckt, aber das ist halt die Kampagne, das ist so das Tutorial-Gebiet, so, das kann man halt so durchmachen wegen der Story und das sollte einem dann nicht so irgendwie so, weiß ich, so Widerstände geben, also finde ich zumindest, weil das kommt ja erst dann noch und das fand ich so ein bisschen seltsam und dann habe ich jetzt mir das andere Ding mit Wakanda jetzt auch nicht mehr angeguckt, weil ich dann einfach pampig war, nein. Ne, ja, das sehe ich tatsächlich auch so, also es ist ja Quatsch, wenn das Anfang schon so fordernd ist, zum einen, weil die Leute ja vielleicht alleine spielen und zum anderen ja vor dem Hintergrund, dass das Spiel eh nicht so viele Spieler hat, das heißt, ich weiß nicht, ob man da einfach sich eine Party suchen kann online, aber das ist ja... Ne, das Spiel dann... Ja, 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 okay, gar nicht mal so cool, naja. Naja, ja, aber gut, bis dahin war es zumindest okay, das war ein bisschen tragisch, weil ich hatte ja so dieses Fazit, dass es eigentlich ganz okay ist und dann kam dann irgendwie so dieser Brecher und dann war es einfach, ja, 5 und 7, naja. Ja, gut, dann habe ich Fahrkreis 6 durchgespielt, also jalalala, wie auch immer der Kontinent heißt, die russlige Insel ist jetzt befreit, ich weiß gar nicht, ob es da mehrere Enten gab, das Ende war so ein bisschen, naja, interessant, sag ich mal so. Der Twist, der war so ein bisschen albern, weil den hätte man eigentlich kommen sehen müssen, aber aus bestimmten Gründen irgendwie nicht und dazwischen ist es halt normales Fahrkreis, also das heißt, du laufst halt einfach rum, du wirst angerufen, du holst dir Autos, du fährst von A nach B, du erschießt Leute, du nimmst Stützpunkte auseinander und so weiter und so fort und du hast drollige Begleiter wie einen kleinen Dackel mit gelähmten Hinterläufen und einem Krokodil und was auch immer was oder halt auch normalen Hund und ja, du kämpfst dich da so durch mit drollingen, ich sag mal semi-lustigen Charakteren. Es gab so ein paar Totalausfälle, ein paar waren ganz okay, es war ein kurzweiliges Erlebnis, also ich hab da jetzt aber auch nicht, ich weiß nicht, wie ein How Long to Beat irgendwie 18 Stunden, ich glaub, ich hab's irgendwie, weiß nicht, in 16 oder so abgerissen, weil ich da tatsächlich nur die Hauptmission gemacht hab, weil ich da keine Lust hatte auf diese komischen, es gab da noch so Nebenmissionen, die, ach so, wie Yarana oder so hieß der Kontinent oder die Insel da, das waren so Geschichten, aber die waren halt noch schlimmer als Assassin's Creed, also die waren halt echt super kurz und von der Story oder vom Story Fluff auch so ein bisschen albern. Mag sein, dass da ein paar Diamanten dabei gewesen wären, aber ich hab irgendwie da so drei oder so gemacht und hab mir dann gedacht, boah, nee, du machst einfach die Hauptmission durch und dann bist du irgendwann zu Ende und für die Zeit war's auch gut. Ja, ich glaub die Insel heißt Yaman oder Yanan. Naja, irgendwie so was. Ich stimme allem zu, was du sagst. Und dann hab ich noch Track to Yomi gespielt. Ich glaub, weiß nicht, How Long to Beat sagt irgendwie, weiß ich, vier, fünf Stunden, ich hab's, weil ich ja wusste, ich hab's in einem, also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, ich hab ja gesagt, boah, der zieht hakelig aus, der zieht hakelig aus und ist auch hakelig. Ich hab das in dem Podcast gehört, dass jemand meinte, ja, dieser Artstyle, wie man da so durchgeht, das ist schon super cool, aber das Kampfsystem, das macht einfach keinen Spaß und deswegen hab ich's direkt auf easy gestellt, mich da irgendwie so durchgeschnetzelt. Du musst trotzdem noch aufpassen, gerade bei so Bossen oder sowas, dass du dich nicht irgendwie, weiß nicht, in einer Endless-Kombo irgendwie, so einer Infinity-Kombo irgendwie, weiß ich, an die Wand nageln. Aber es ist dann verhältnismäßig widerstandslos und dann hat man Zeit, einfach das coole Artis reinzugenießen und dafür war es eigentlich dann auch kurzweilig genug, da so zwei, drei oder in dem Fall mal so drei Stunden durchzumachen und das Ende gesehen. Das reißt jetzt auch von der Story keine Bäume aus. Also wenn man mal irgend so ein, weiß ich, Japano irgendwas Film gesehen hat oder mal, weiß ich, irgend so eine, weiß ich, ein Buch von Hohlbein ist auch nicht kreativer. Also das ist einfach, also man weiß eigentlich sofort, ah, du bist natürlich der Junge, dann bist du in einem Dorf, was passiert? Das dusselige Dorf wird natürlich angegriffen und dann hast du natürlich deinen Widersacher und den musst du natürlich, blablabla, dann gibt es auch noch was mit Jenseits und also you name it. Also wenn ich da so drei Brocken hinwerfe, dann kannst du die Story im Wesentlichen rezitieren. Aber Artis rein ist cool und da einfach mal so von links nach rechts durchzulaufen, um sich das eben anzugucken und es gibt auch ein paar coole Ideen tatsächlich gerade zu enden. Das wird es nochmal auch richtig gut. Ja, ist ganz nett, reißt aber keine Bäume aus. War das in Game Pass? Ja. Naja, okay, das ist ja dann passend für so ein Spiel. Sehr gut. Ja, genau, das ist, ja, das ist passend. Ja, da habe ich noch Grounds and Porns, da kommen wir später zu, gespielt und dann angefangen, sage ich dann nächste Woche wahrscheinlich mehr Life is Strange und zwar True Colors. Das ist auch seit, weiß nicht, kurzem oder seit kürzerem im Game Pass und da habe ich jetzt quasi so das erste Kapitel oder so durch. Das ist also der erste Tag. Ich kam quasi gerade in die Stadt an und konnte mich so ein bisschen eingewöhnen, konnte mir ein paar Sachen angucken. Die Voreinstellung von dem Spiel war auch drollig, also ich habe das ja oben auf dem 4K-Fernseher mit einer 2070 super gespielt und das hat erstmal alles auf sehr hoch mit Raytracing angebracht. Ich so, Moment mal, Spiel. Ich glaube, du überschätzt so ein bisschen. Aber die erste Szene ist tatsächlich richtig fordern und dann ging es einigermaßen. Ich habe es dann einfach so auf die Voreinstellung, wie es dann irgendwie so gemacht hat, also das vorgeschlagen hat, wieder zurückgestellt. Die Arme 2070, die leidet da sehr und presst sich da irgendwie so ihre knapp 30 Frames raus, aber es ist jetzt auch kein Spiel, wo man irgendwie, weiß ich, Headshots treffen muss. Von daher habe ich es jetzt einfach so gelassen und das ist natürlich, das hilft natürlich dem Spielefotografen, wenn das halt besonders hübsch ist. Da habe ich jetzt auch ein paar Screenshots gemacht und dann mache ich da weiter, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ja, ich habe mir die ganzen Screenshots angeschaut, die du gemacht hast und ich fand gerade Avengers auch ziemlich nice aus und hier Life is Strange gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ja, okay, Nino, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gespielt die Woche? Es geht vom Tag auf, aber nur ganz wenig. Ich hatte die Woche tatsächlich relativ wenig Zeit. Nur Freitagabend EFT gespielt, das war cool. Es gibt wieder ein Event, irgendwer ist irgendwo und tut irgendwas. Wird langsam ein bisschen langweilig. Spielerzahlen sind aktuell so kurz vorm Vibe relativ weit unten. Merkt man auch deutlich, die Ladezeiten in Maps, bis die Maps voll geladen sind mit fünf bis zehn Spielern dauern deutlich länger. Du sitzt dann schon mal fünf, sechs Minuten und wartest darauf, dass das Spiel losgeht. Das nervt ein bisschen. Aber ansonsten war tatsächlich okay. Wir hatten viel Spaß. Jemand bei uns im Discord, der die letzten neun Jahre sein Arbeitszimmer renoviert hat, war wieder da. Tschechei, Grüße gehen raus. Seit 2013 das erste Mal wieder auf dem Discord und mit dem haben wir ordentlich EFT gespielt. Das war sauber, okay, keine großen Sachen. Und ich hatte tatsächlich einen Nachmittag sehr viel Zeit, habe mein Headset, das mich normalerweise, normalerweise kontinuierlich begleitet, Headset, falsches Wort, meine Kopfhörer abgelegt, habe die Nahfeldmonitor angemacht und habe einen Nachmittag Far Cry 6 gespielt. Und die Story ist logischerweise extrem dünn, ist ein Far Cry, hätte ich nicht anders erwartet. Ich bin massiv enttäuscht von der Grafik, die mich ein bisschen an Far Cry 2 erinnert. Ich weiß auch nicht, warum ich da so enttäuscht bin, aber wenn ich dann in irgendwas schaue, was rund sein sollte und es hat 19 Ecken stattdessen, dann bin ich traurig. Läuft aber erstaunlich gut auf allen massiven Einstellungen, die man so dem Ding geben kann. Das funktioniert gut und ansonsten genieße ich es mit Danny Rocher durch Yara, heißt die Insel übrigens, um das nochmal kurz zu klären, mit dem Auto zu fahren und sie hervorragend bei Ricky Martin, glaube ich, Livin' La Vida Loka mitsingen zu lassen. Es ist herausragend. Das ist wirklich ein cooles Ambiente, was wir da geschaffen haben. Der Rest ist halt völliger Blödsinn. Ja, typisch Far Cry mittlerweile, kann man fast schon sagen, aber ja. Also am meisten hat mich aufgeregt, es gibt irgendwann einen Scharfschützen visiert, so was man zwischen 6- und 10-fach umschalten kann und wer auch immer Far Cry designt, hat keine Ahnung, was eine 6-fache oder eine 10-fache Vergrößerung ist. Also die 6-fache ist ungefähr 2-fach und die 10-fache ist ungefähr 3,5-fach vergrößert. Das regt mich immer wieder so auf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da gebe ich so viel erworbenes, unglaublich lange erworbene Materialien für dieses Visier aus und dann kann ich genauso gut nebendran gucken, ohne ins Visier zu gehen, weil es genauso aussieht. Okay, das ist ziemlicher Bullshit wenn man sich darauf verlässt. Das stimmt. Ja. Ich habe weite Teile des Spiels mit, irgendwann habe ich versehentlich, war ich in Stranger Things drin und am Ende gibt es dann eine Waffe, ich glaube, die heißt Der Genosse oder so, das war auch so eine Kniffte, wo man so ein Seitenvisier hat, was so für die kurze und halt so, wo man so seitlich, also eins ist oben drauf, eins ist seitlich und das habe ich tatsächlich dann weite Teile damit durchgespielt und am Ende habe ich irgendwie eins in einem Krokodilgehege gefunden und damit quasi dann die letzten drei Stunden. Ja, okay, war einiges tatsächlich. Na gut, das ist ja natürlich schon durch, aber theoretisch könnt ihr ja, glaube ich, auch im Koop spielen, ne? Müsste ja auch wieder gehen. Ja, kann man machen, aber Matt war doch motiviert, oder? Das ist absolut richtig, die letzten zwei haben wir so durchgespielt und es war zumindest kurzweilig. Also VK5 war im Koop tatsächlich witzig. Ja, okay, dann kommen wir mal zu der Frage von Martin. Wir hatten die im Maincast schon beantwortet, aber da die speziell an euch gestellt war und ihr da auch noch vielleicht eins zu sagen zu sagen habt, ja, nochmal die Frage bezüglich der 3D-Drucker. Nutzt ihr 3D-Drucker habt ihr schon benutzt? Was haltet ihr davon generell? Und findet ihr sie geeignet, um damit irgendwie hardwaretechnisch was anzupassen? Jan, wie sieht's aus? Ja, nee. Ja, also es ist halt eine interessante Technik, also ist halt, also für die meisten ist es halt eine nette Spielerei. Ich hab auch so einen Kumpel, der hat auch immer so diesen deutschen Ingenieursansatz, das heißt, der hat dann irgendwie, weiß ich, so ein kleines Problem, was man irgendwie, weiß ich, ob bei eBay oder irgendwie Amazon für 2,50 Euro lösen könnte, aber er holt sich dann natürlich das Gerät, um das zu produzieren für 600 Euro oder so. Dann ziehe ich immer damit auf. Für den Normalsterblichen, wenn man da jetzt nicht Hobby-mäßig da hinterher ist, ist wahrscheinlich die Antwort, ja, ist so semi-sinnvoll und deswegen hat sich die Frage für mich auch nie gestellt, weil ich einfach da kein Anwendungsgebiet für habe. Ich gehe jetzt nicht so durch mein Haus und denke mir, also ich bin ja ein Mensch, ich hab meine Grafikkarte, die wird gehalten von einem Spieß. Das war ein Holzspieß, den hab ich quasi mit einem Seitenschneider zurechtgeschnitten und seitdem ist der Saar seit, weiß ich, anderthalb Jahren oder so und verrichtet seinen Dienst. Da hätte ich mir natürlich auch ein Bracket machen können aus einem 3D-Drucker, aber ich hab halt den Spieß gewählt, den Weg des Spießes. Deswegen hab ich diesen 3D-Druckansatz da für mich jetzt nicht irgendwie verfolgt, vor allem, weil ich ja auch weiß, da ist diese ganze Softwaregeschichte und dieses Gedöns hier mit den Düsen und so weiter, das war mir alles zu viel Hickhack dafür, dass ich kleine Plastikteile irgendwie produziere. Also ich hab logischerweise immer Angst, dass Jan und ich unterschiedlicher Meinung sind. Das passiert aber erstaunlicherweise sehr selten. vor allen Dingen nicht in diesem Part. Also ich hab nicht die geringste Ahnung, wozu man einen 3D-Drucker benötigen sollte. Alles, was du irgendwie brauchst, um im Hardware-Bereich irgendwas zu fixen, kannst du kaufen und findest da irgendwo. Und der Anwendungsbereich für mich wäre so klein, dass ich gar nicht wüsste, was ich damit anfangen sollte. Grundsätzlich würde ich auch versuchen, Dinge aus Plastik in meinem Leben so gering wie möglich zu halten, wenn ich es nicht unbedingt muss. Da bin ich eher für Dinge aus Metall oder dann halt Holz. Nichtsdestotrotz habe ich in meinen Lebensjahren, die deutlich vorangeschritten sind, noch nie den Gedanken gebraucht oder gehabt, genau jetzt hätte ich einen 3D-Drucker benötigt, um dieses spezifische Problem, das ich habe, zu lösen. Ja, wir haben lustigerweise schon Jans Spieß angesprochen und haben gesagt, ja, eigentlich hätte er sich ja da ein Support draus selbst drucken können, hätte er irgendwas machen können. Ja, oder er hätte sich einfach für 10 Euro einen Support gekauft. Also, das ist ja nur klar, dass er das nicht wollte. Ja, natürlich. Ja, das gibt es halt auch wieder was, vor allem auch wesentlich besser, weil wenn man es kauft oder so, dann kostet es irgendwie, weiß ich, 9,80 Euro oder so und dann gibt es aber die Variante, die kann man tatsächlich fest einstellen und ist variabel. Also, du musst jetzt nicht jedes Mal ein neues 3D-Teil drucken, sondern kannst es einfach so benutzen. Und das ist halt das, was wir halt meinten, zumindest mal was so PC-Hardware angeht. Wenn du da jetzt nicht irgendwie anfängst, weiß ich, mit, da weiß ich, Custom-Gehäuse und Paint-Job und du machst da irgendwie noch einen Bildschirm rein und baust da irgendwie, weiß ich, einen Rahmen dafür oder so, dann kann man den Gottesnamen drucken. Aber ansonsten braucht man das für den normalsterblichen PC-Bauer eher nicht. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also, man muss es aktiv wollen. Ja, genau. Man muss aktiv wollen, mehr Plastik in diese Welt zu bringen. Ja, ich bin ja sehr begeistert von dem Thema an sich, aber ich bin da nicht jemand, der das so groß nutzen würde, deswegen macht es viel Spaß. Lukas, du hast dir eine Eismaschine gekauft, zusätzlich zu deinen 360 anderen Küchengeräten. Das liegt nicht daran, das liegt nicht daran, das liegt einfach daran, dass es ein technisches Gerät ist, das man irgendwie verwenden könnte. Ja, es ist wichtig, dass es nur sehr einseitig gebraucht werden kann. Es darf nicht zu multifunktional sein. Also, auch auf die Gefahr, dass es vielleicht doppelt, aber mich würde jetzt schon mal kurz interessieren, was da, was du da interessant finden würdest. Prinzipiell, also nicht nur in Bezug auf Hardware, sondern einfach die grundsätzliche Idee, dass man sich alles selbst designen und ausdrucken kann. Ja, aber was denn? Was wäre denn, nehmen wir jetzt nochmal den letzten Monat, wo hast du dir gedacht, das könnte ich mir jetzt ausdrucken? Was war der Gegenstand, wo du gedacht hast, das brauche ich jetzt? Mimi, bitte lass uns da spezifisch bleiben. Bitte lass uns da spezifisch bleiben. Was war der Gegenstand, der mir gesagt hat, das könnte ich jetzt ausgedruckt haben? Ja, speziell habe ich nichts, aber ich habe zum Beispiel so Tabletop-Zeugs, finde ich ganz cool, da kann man theoretisch Sachen ausdrucken, und das finde ich ganz nett. Ansonsten haben wir noch genannt, dieses Panel, was der Vater vom Neusmeer ihm ausgedruckt hatte, vorne als Luft. Ja, aber das ist ja auch wieder ein Problem, dass Neusmeer sich selber kreiert hat. Das hätte ja nicht sein müssen. Ja, aber es ist doch cool, dass er es selber lösen kann, mit sozusagen eigenen Helden beziehungsweise denen seiner Familie. Nee, das ist einfach nur Blödsinn, Lukas. Es gibt eine Liste auf Geizheiz, die ist immer noch öffentlich, die habe ich immer irgendwie verlinkt. Ich glaube, das war nachdem er irgendwie das einzige Be-Qualit-Gehäuse in schwarz-rot weiß ich gefunden hat, die es auch wirklich überhaupt keinen Airflow hat. Und das hat er dann quasi gefixt, indem er da quasi so, weiß ich so, so ein Panel gemacht hat. Das ist ja auch nett, dass der alte Herr das gemacht hat, aber weiß ich, vielleicht hat es ihm ja auch ein bisschen Lebenszeit gekostet oder so, weil er sich dann einen Tag lang irgendwie dran herumgefuhrwerkt hat. Aber die einfache Möglichkeit wäre gewesen, einfach, weiß ich, das P400A oder das P500A von Phanteks zu nehmen, da wäre der Lack gegessen. Oder der Lack getrunken. Oder die gleiche Variante als Dx-Variante, die tatsächlich einen wunderschönen Mesh-Grel vorne hat. Er hat sich halt aktiv dagegen entschieden und damit ein Problem kreiert, für das er einen 3D-Drucker brauchte, um es zu lösen. Ja, ich merke schon, da kommen wir nicht zusammen. Ich finde das immer cool und ich kann mir auch andere Gebiete vorstellen. Aber du hast keine Argumente? Ja doch, natürlich. Man kann Teile herstellen, die man haben will. Man kann sich da ausdrücken. Aber für was? Für Spaß an der Freude als Hobby. Ach so. Das ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch wieder in Ordnung und dann muss man aber auch dazu stehen. Also sprich, das ist ja auch das, was ich ursprünglich gesagt habe. Wenn man da auf Bock hat oder so, dann ist es okay. Aber sich nicht einreden, dass es irgendwie, weiß ich, ein bisschen Nutzen hat. Nutzen hat oder teilweise ja schon, aber halt irgendwie in seinem, weiß ich, Alltag hilft oder so. Also das ist halt, weiß ich, zu 5 oder zu 99 Prozent wahrscheinlich, muss man da Bock drauf haben. Das ist halt maximal eine nette Spielerei, außer man hat tatsächlich einen Use Case. Und die wenigsten Leute haben tatsächlich einen Use Case dafür. Ja, man muss sich natürlich schon dann auch sehr damit beschäftigen. Das ist nichts, was man dann da eben ausdrückt oder so. Aber ich finde halt cool, dass man individuelle Lösungen selber fertigen kann. Und ich finde, das ist schon eine coole Geschichte. Ich habe zum Beispiel Tage so ein Video gesehen bei YouTube, da hat einer irgendwie eine antike Uhr und wollte sich dann einen Teil nachkaufen oder ein Wecker war das. Das hat halt irgendwie 100 Euro gekostet und dann hat er sich das als selbstdesignet und ausgedruckt. So was ist halt cool. Gut, dann kommen wir zu den anderen Themen noch. Jan, du hast FSR 2.0 ausprobiert, ne? Ja, ich und jeder andere, der der Deathloop hatte beziehungsweise die sogenannten Hardware-Outlets. Also weiß ich, jeder hat irgendwie sich darauf gestürzt, weil es gab halt ein Spiel, das das quasi eingebaut hatte zum Start, nämlich Deathloop. Da hatte ich, ja, das hatte ich ja vor, weiß ich, zwei, drei Monaten irgendwie durchgespielt und das habe ich dann noch mal installiert und so geguckt, so wie es so ist, damit ich halt mal selber ein bisschen mit der Maus bewegen kann, wie es sich so verhält, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig dann, weiß ich, auf YouTube-Videos hast du immer so die Kompassion, die da reingrätscht und aus den Bildern kommt es nicht so wirklich rüber und die Antwort ist, es ist gut genug. Also FSR 1, das ist ja im Wesentlichen nur, wenn man beim Fernseher anmacht, hier mach mal scharf und dann macht es scharf. Ein bisschen elaborierter wegen dieser UI-Geschichte, weil das quasi im Render-Prozess mit drin ist, lange Rede kurzer sind, ist, weil es nicht so geil, aber FSR 2 hier mit diesen Vektoren da drin, die halt ein bisschen mehr Intelligenz dahinter machen, das ist quasi gut genug. Also für, du merkst immer noch natürlich einen Unterschied, weiß ich nicht, dass der DLSS-Bildaufbau irgendwie, weiß ich nicht, im Maschendrahtzaun in 700 Meter Abstand besser ist, ist korrekt, ja, aber im normalen Spielbetrieb ist es quasi gut genug und dann bleibt es jetzt halt noch abzuwarten, wie sehr es Verbreitung findet oder wie sehr es Anklang findet oder wie sehr es halt eingebaut wird. Aber es ist zumindest wesentlich besser als FSR 1.0. Ja, und mehr gibt es auch nicht so viel zu sagen. Der, quasi der Dritte im Bunde von Intel, da wurde ja auch mal irgendwann angekündigt, Intel verfolgt wieder einen anderen Ansatz, eher so den Nvidia-Ansatz. Die haben da auch quasi in den Grafikkarten, die irgendwann kommen, man weiß es nicht, irgendwann werden sie vielleicht kommen, da kann ich gleich zu Nino leiten, der haben da, also die haben da quasi Hardware drin für diese Technik, diese dann quasi, die quasi jetzt kommen sollte und weiß nicht, bis vor drei Tagen oder so hat auch der Spielentwickler von dem richtig guten Spiel, das ist übrigens nicht gut, Dolmen hat dann quasi gesagt, nee, nee, wir bauen das drin und dann hat Intel dann den wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen Tag vorher oder weiß ich nicht, direkt danach angerufen und hat gesagt, nee, ihr baut das nicht ein. Und dann haben sie es gelassen und jetzt kommt es halt zeitgleich mit den Intel-Grafikkarten. Tja, und wann kommt die, Nino? Ja, apropos Intel-Grafikkarten, ich habe das an dem wundervollen Punkt, Intel verschiebt sein Leben und zusammengefasst die Grafikkarten, also die ARC-Reihe, die ja eigentlich angekündigt war für den Dezember des letzten Jahres und mittlerweile gefühlt 30 Mal verschoben wurde. Es kommen jetzt in diesem Quartal Intel-Grafikkarten, allerdings nur die A3-Variante, das ist die unterste Variante, die Intel beschreibt mit dem wundervollen Zusatz-Enhanced-Gaming. Wenn man denn auf Advanced-Gaming umsteigen möchte, dann kann man das später im Sommer tun, war die sehr präzise Angabe von Intel. Und also die sind da tatsächlich auch nur nicht drum herum gekommen, das zu announcen und auch die Verschiebung zu announcen, weil die halt ihre interne Intel-On-House-Messe hatten, wo sie das tatsächlich sagen mussten. Aber dort tatsächlich nicht viel gesagt, sondern das vorher per Press-Release rausgeschickt, damit auch ja keiner fragt. Ja, ich bin gespannt. Also auch die A3-Serie kommt erst über OEMs und SIs. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatz, wenn die irgendwann Ende dieses Quartals kommen. Ja, ist schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen eher kommt. Aber mir ist es lieber, es kommt später. Und es ist competitive, als wenn es jetzt kommt und die Treiber vielleicht noch nicht so ausgereift sind oder die Technik tatsächlich größere Hürden hat. Wir werden es sehen. Und was sind OEMs und SIs nochmal bitte? Ja, System, also OEM ist, wenn du dir einen HP-PC kaufst und SI sind Systemintegratoren. Also die, die einen PC bauen. Ja gut, kompetitiv ist natürlich immer so eine Sache. Also letzten Dezember wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Und da hätte man auch nicht so viel Leistung. Also da hätte man gar nicht kurz sein müssen. Es hätte gereicht, wenn man da gewesen wäre. Und es wird jetzt halt, ich meine, das ist logisch, das ist richtig, was Jan sagt. Also es wird jetzt immer schwieriger. Die können mit ihrer Technik, können sie maximal mit der aktuellen Technik im Mittelklasse-Bereich mithalten von AMD und Nvidia. Und die Frage ist halt, wie schnell denn der nächste Sprung kommt oder ob das überhaupt dann noch so notwendig ist oder ob zumindest aktuell, wo Hardware ja verfügbar ist und auch Grafikkarten zu einem adäquaten Preis, ob das dann tatsächlich noch so beachtet worden finden würde, wie, wie gesagt, letzten Dezember. Ja gut, auf der anderen Seite, also nämlich auf der roten Seite des Hardware-Lebens, es kam ja tatsächlich die 50er-Serien raus. Also quasi alles, was irgendwie AMD an Grafikkarten auf den Markt geworfen hat. Also weiß nicht, 6900 XC, 608, 6700 und so weiter. Das geht so weiter fort. Da gibt es jetzt 50er-Serien. Also das heißt, das sind jetzt nicht mehr 6900, sondern 6900. Und da haben wir irgendwie seit zwei Wochen dann immer drüber so ein bisschen schwadroniert. Die wurden tatsächlich dann irgendwie getestet. Ich habe auch irgendwie gar nicht mitbekommen, beziehungsweise ich hatte irgendwie vergessen, dass die tatsächlich ja noch rauskommen müssen und getestet werden müssen. Weil im Grunde wusste auch jeder vorher schon, wie es war. Die verbrauchen nämlich ein bisschen mehr Strom und ein bisschen schneller. Und genau so ist es. Das tragische, in Anführungszeichen, gerade für die kleinen Serien, also sowas für die 6600, das ist nämlich eine ziemlich stromsparende Karte. Und die 50er-Variante davon, die verbraucht jetzt mehr Strom und ist ja gar nicht mehr so richtig stromsparend, ohne aber signifikant schneller zu sein. Das ist also die Effizienz, die geht runter bei diesen 50er-Serien. Ist ein bisschen schade, gerade für diese kleinen Dinger. Gut, bei dem großen Gerät konnten die Hersteller sich jetzt quasi wieder mit Kühlern, genauso wie in einer 3090 Ti, auseinandersetzen, quasi große Kühler zu bauen, um dann schon mal ein bisschen zu üben für die nächste Generation. Tragisch für den Endkunden insofern, dass die Dinger, die alten jetzt ersetzen. Die sind natürlich, AMD hat die jetzt auch ein bisschen höher bepreist, weil sie ja ein bisschen schneller sind, bla bla bla. Also der, ich sag mal, der Ehren-Move wäre gewesen, die UVP gleich zu lassen. Gut, aber gerade bei AMD, die sind jetzt nicht so gefragt wie Nvidia, da wird es der Markt richten. Also ist halt jetzt, ja, ist halt quasi das Line-Up einmal kurz vor der Ziellinie ausgetauscht worden. Also kurz bevor es ausläuft, wurde es halt nochmal ausgetauscht, kann man zur Kenntnis nehmen. Für die Leute, die das dicke Zeug wollen, ist die Empfehlung nach wie vor, ist wahrscheinlich nicht, weiß nicht, wird wahrscheinlich nicht so gut sein, beziehungsweise wird man sich wahrscheinlich dann ein halbes Jahr später drüber ärgern, wenn man dann quasi das nächste Dickschiff hat. Für die, die im mittleren Preissegment unterwegs sind, da sind im Gegensatz zu Nvidia-Karten, sind tatsächlich auch die kleineren AMD-Karten irgendwo um die UVP, wenn man unbedingt jetzt ein PC hat oder so und da jetzt mit der Leistung zufrieden ist, kann man da vielleicht mal zuschlagen, wenn man irgendwie mal ein Sonderangebot hat. Ansonsten haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, okay, wenn man mehr Strom rein tut, wird es ein bisschen schneller, aber effizient ist anders. Dann hat Nvidia noch quasi den Treiber Open Source gemacht, hier für die Linux-Leute, da haben dann alle so ein bisschen so, hey, und dann haben wir mal so geguckt, was Nvidia vorher gemacht hat, die haben nämlich weite Teile des Treibers in den Kernel geschubst, und das ist jetzt dann wieder nicht von außen zu sehen, und das Ende vom Lied ist, dass man quasi jetzt so einen Open Source-Treiber hat, wo man kaum was mitmachen kann, und es ist jetzt ein bisschen besser, aber es ist jetzt nicht so, wie man bei der ersten Überschrift irgendwie so in Begeisterung ausgebrochen, also das hat sich jetzt nicht so bewahrheitet, also die Firma Nvidia hat auch da einen Weg gefunden, die Leute noch so ein bisschen zu verkackern, war so ein bisschen, naja. Ja, und das war's von meiner Seite. Apropos Leute verkackern, gut, dass wir da kurz rüber gehen, die unglaublich renommierte Design-Agentur FA Porsche, tolle, tolle Firma, also unter anderem, ich nenne jetzt nur mal, nenne jetzt nur mal die anderen Referenzen, zum Beispiel die Morita Zahnarztstuhl-Serie, die Dynamic GTT 115 Superyacht, und der Porsche Design Tower in Stuttgart, hat sich gedacht, wie können wir noch das wundervolle Porsche Design in die Welt bringen, außer, dass wir noch ein Flugzeug bauen, die Embraer, hervorragend, wir machen folgendes, wir designen mit der wundervollen Firma Thermaltake zusammen einen Gaming-Stuhl. Ich möchte hier erwähnen, dass ich ihn hasse, und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sieht halt aus wie ein Schalensitz, in dem Dr. Evil 1976 in einem James-Bond-Film gesessen hätte, und genau das sind auch die Berichte, das scheint tatsächlich ordentlich zu funktionieren, im gleichen Maße, wie die ebenfalls von der F.A. Porsche Design GmbH designte Compacting Tablettenpresse F10i. Hervorragendes Gerät, alles dazu. Und um meinen Rant zum Sonntag weiter zu gestalten. Moment, 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 das ist das Preisschild vergessen. Das kostet nämlich 1200 Euro so ungefähr, und dafür kriegt man einen richtig guten, richtigen Stuhl von der richtigen Firma. Ja, auf dem man auch sitzen kann, länger als zwei Stunden, und sich nicht denkt. Oder tatsächlich irgendwas von Herman Miller schon auf dem Gebrauchmarkt, das ist auch so ungefähr so die Kante, aber fahren Sie fort. Ja, aber Herman Miller hat gerade auf Hochglanz polierten Plastikeierschalen sitzen, in denen du sitzen kannst. Ich bitte dich. Und vor allen Dingen, hast du die nicht in Pastell-Türkis? Ja, das ist schon ziemlich widerlich. Entschuldigung. Ja, das ist absolut richtig. Tja, dann hat sich noch die wundervolle Firma geil gedacht. Wir machen was ähnlich Sinnvolles für diesen Gaming-Stuhl. Wir bauen nämlich, wir sind wieder zurück im Jahr 2008, wir bauen nämlich kleine Lüfter in unsere RAM-Module ein und nennen das dann das Ganze Hardcore Gaming Memory und machen das in schwarz mit roten Lüftern oder in weiß mit blauen Lüftern und freuen uns dann unsere Existenz. Das ist hervorragend. Ich habe jetzt noch nichts zur Kühlleistung dieser wunderbaren Module gesehen, bin aber wahnsinnig gespannt bei Gelegenheit, wie das aussehen wird. Wie ihr hört, ich bin auch davon mäßig begeistert. Ja, ihr habt mir gerade schon ein bisschen erzählt, auf jeden Fall ein komischer Trend, dass der so wiederkommt auf einmal. Jan und ich hatten es im Vorgespräch halt kurz. Es gibt im Bereich RAM, solange du nicht komplett overclocking-technisch ausrastest, nichts, was du nicht mit einem Gehäuse, das einen adäquaten Airflow hat, regeln kannst. Das gibt es eigentlich nicht. Also vor allen Dingen, es macht wenig bis gar keinen Unterschied in der aktuellen CPU-Landschaft, wie massiv schnell dein RAM läuft. Ja, du gewinnst mit Glück ein bis drei Prozent, wenn du mit niedrigeren Latenzen lebst und etwas höher getakteten RAM mit ein bisschen mehr Megatransfers. Ja, das ist richtig, aber die braucht halt kein Mensch fürs normale Spielen. Und du setzt halt deinen Rechner halt nur der Gefahr aus, dass er instabil wird, auch wenn du das vielleicht im Ansatz nicht merkst. Deswegen ist mir der Grund und der Sinn und der Zweck des Ganzen einfach relativ, also kommt mir tatsächlich abhanden. Und wie gesagt, ich bin da wieder in der Welt, als ich 2008 auf meinen DDR2-Dominator-RAM zwei blauleuchtende Lüfter geklebt habe in einer speziellen Vorrichtung, die es damals nur von Corsair gab, die genauso wenig gebracht hat wie heute wie damals. Ja, also wie Nino schon sagt, der Normalsterbliche braucht es nicht. Also die Timings machen den RAM auch nicht heiß, sondern wenn man halt besondere Timings haben will, muss man in der Regel die Spannung erhöhen. Und ich habe ja so E-Di, die heißen ja nicht umsonst Easy-Di, das heißt, du setzt einfach das Ding auf das XMP-Voltage von 1,35 und tippst halt einfach das ab, was auch immer der DRAM-Calculator oder wer auch immer in irgendeinem Vorrangstrett dir da quasi postet und dann bist du eigentlich glücklich. Die andere Variante ist, du nimmst halt irgendwie, weiß ich, ein Be-Di-Kit, das kostet natürlich da ein bisschen mehr. Und das ist tatsächlich auch das einzige Memory-Ding, so das Memory-Chipchen, was so ein bisschen temperatursensitiv ist. Also wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, 1,45 Volt draufballerst und irgendwie, weiß ich nicht, Timing so ein bisschen hart und dann ist irgendwie Sommer bei 35 Grad und dann hast du noch irgendwie ein Case, was primär aus Glas besteht, dann könnte es jetzt tatsächlich schon mal passieren, dass dir irgendwie, weiß ich so, ab 65 Grad oder so der REM einmal umkippt, der vorher stabil war. Aber dann ist die Lösung auch nicht, da irgendwie kleine Lüfte auf dem REM zu machen, sondern dir einfach ein frünftiges Gehäuse zu machen beziehungsweise es nicht bei der REM-Spannung zu übertreiben und quasi an dieser Front zurückzugehen oder dir halt ein richtiges Gehäuse mit Airflow zu kaufen. Und wir kommen mit dieser Conclusio immer wieder zum Ende, kauft durch Gehäuse mit Airflow. Ja, das hat man hier schon aufgehört, ja. Ja, aber ist auch eine gute Regelung. Okay, dann würde ich sagen, sind wir doch durch für heute mit dem Hardware-Teil. Ja, danke, dass wir uns am Start, Jungs. Das war übrigens, habe ich gesehen, die 90. Hardware-Episode. Ihr haltet das ja immer schön fest hier. Also noch 10 Folgen, dann haben wir es geschafft. Okay, dann vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschüss. Tschüss. reingehauen. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Da gibt es einiges wieder. Und zwar gibt es einmal Neuigkeiten von Techland, den Dying Light entgeklern. Die arbeiten an einem Open-World-Fantasy-RPG. Mehr ist dazu noch nicht bekannt, außer dass es halt eine neue IP ist. Es geht wohl mehr wieder darum, dass neue Mitarbeiter gesucht werden aktuell. Dann gibt es einen kleinen Leak von Norman Reedus quasi. Und zwar gab es ein Interview mit ihm, wo auch Death Stranding erwähnt wurde. Und dann hat er immer einfach ganz anschauen und gesagt, ja, wir haben gerade mit den Arbeiten am zweiten Teil begonnen. Übrigens. Was ich cool fand. Ja, genau. Ich meine, das kann viel bedeuten. Kann auch sein, dass sie gerade das Drehbuch sozusagen schreiben oder das Script. Aber ja, auf jeden Fall witzig. Also, er ist ja quasi Voice Actor und halt irgendwie Motion Capturing und sowas macht er wahrscheinlich, ne? Ja, geht schon aus, ne? Genau. Also, wenn der jetzt schon, wenn der involviert ist, jetzt schon, dann müssten die eigentlich schon Neuigkeiten sein. Ich glaube nicht, dass du so jemanden in der Konzeptphase schon dazu holst, oder? Ja, man weiß ja nicht, wie der da involviert ist. Und der ist doch dicker mit Kojima und so, weißt du? Also, ich finde, wir haben gerade angefangen. Das kann, finde ich, erstmals nämlich viel heißen. Ich würde es jetzt nicht als Bestätigung sehen, dass er ja schon in der Kabine steht und aufnimmt so oder gefilmt wird. Ah, okay. Das ist so, meine ich, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es da ja bald entweder Dementi oder eine Bestätigung, irgendwelche, die müssen wir mal gucken. Ja, ich müsste erst mal den ersten Teil spielen. Ich habe Zeit. Dann gibt es noch diverse Verschiebungen. Und zwar zum einen Test Drive Unlimited Solar Crown wurde verschoben auf 2023. Und außerdem wurde die Xbox One und Playstation 4 Version gestrichen. Also, Last Stand ist nicht mehr mit dabei. Dann wurde verschoben Starfield und Redfall. Das wurde in einer Meldung abgehandelt. Die wurden beide verschoben aufs erste Halbjahr 2023. Und das Dead Space Remake wurde angekündigt für den 27. Januar 2023. Tobi, fühlst du das aus? Das sagt er so in so einem News-Ton. So, ja, naja, und Starfield wurde verschoben. Was? Krass! Seid ihr wahnsinnig? Ja, ja, krass. Ja, mein Highlight 2022 wird zu meinem Highlight 2022. Oder wie schaut es aus? Oder was? Ja, ja, gut. Aber ich meine, es ist natürlich schade. Und wir waren noch beide überrascht, dass es gemacht wurde. Weil eigentlich war das Datum der 11.11.21, also 10 Jahre nach Skyrim. 22, 11 Jahre nach Skyrim. Äh, sorry, ne? Also 11 Jahre nach dem 11.11.11. Genau. Oh, ich hatte 10 Jahre im Kopf, also ich so, guck mal, dann, ach, dann scheiß drauf. Dann kannst du auch mal nachschieben. Mein Gott. Dann ist das ja gar nicht so schlimm. Ähm, ja. Dann verstehe ich es aber sogar noch eher. Und ich meine, letztendlich sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Ne? Wenn es verschoben werden muss, dann sollen sie es auch machen. Ja, gerade Bethesda, also. Ja, ich hoffe, dass es so schlimm reicht. Genau, richtig, ja. Aber guck mal, sie können das doch jetzt, weißt du, was ich jetzt machen würde? Ich würde es jetzt verschieben um 111 Tage. Hm. Das wäre was. Ja, das stimmt. Ja, war natürlich ein bisschen verdächtig, dass man bisher noch nichts gesehen hat an Gameplay. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie das dann auf der, quasi E3 zeigen, auf der Xbox-Show, dass dann alles gezeigt wird. Ja, ich hatte ja gehofft, ähm, oder bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie halt, äh, es so machen wie mit Fallout 4 oder so, ne? Also quasi Verankündigung auf der E3 oder eben nicht E3 jetzt, also irgendwie im Sommer jetzt so, auf ihrer Messe und dann halt Veröffentlichung eben zu dem genannten Termin im November. Ähm, der Matthias Dammes hat allerdings, äh, ausge-, oder beziehungsweise, äh, ja, zu Recht angemerkt, dass, äh, sie das nur gemacht haben mit Sachen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Also Fallout 4 kam ja komplett aus dem Nichts und dann auch Fallout 76, ähm, da waren ja vorher, außer dass vielleicht mal irgendwie noch ein Leak, da war kurz vorher oder so, aber da war ja gar nichts bekannt, während jetzt zum Beispiel, also Starfield ist ja jetzt schon ewig, äh, in der sozusagen, in der, in der Public Domain sozusagen vorhanden, irgendwie so als Name und, äh, da hätte das natürlich auch jetzt gar nicht so viel Sinn ergeben mit dieser vier Monate Marketingmasche irgendwie, äh, weil du natürlich nicht mehr diesen Splash machst dann im, im Juni, aber, ähm, ja, naja, mein Gott, also sie brauchen länger, äh, sie sollen sich echt die Zeit nehmen, ich finde auch, ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, aber jetzt müssen wir abwarten, was dieses Jahr oder sonst noch so kommt, gibt's bestimmt noch genug anderes und dann freuen wir uns halt auf das erste Halbjahr 2023, mein Gott. Genau, ähm, kurz eine Frage noch zu Dead Space, da gab's ja, glaube ich, so einen Stream die Tage, ne, hast du den zufällig gesehen? Nee, den hab ich seit auch nicht nachgeholt, aber gab's da jetzt Gameplay? Ich hab auch, ich hab gar nicht viel gehört, irgendwie, es hat auch keiner so richtig drüber berichtet, finde ich, von Gameplay-Zeiten. Ja, ich auch nicht, aber ich war auch noch mental im Urlaub, deswegen hab ich mich nicht so sehr beschäftigt. Ja, ich mein, auf der anderen Seite, weißt du, das ist ein Remake, also, äh, ja, also ist jetzt nicht so spannend, das irgendwie großartig vorher zu sehen, finde ich, es halt hauptsache, es schaut gut aus und spielst wieder so den ersten Teil. Genau. Okay, ähm, ja, aber es gab tatsächlich eine andere überraschende Ankündigung, ne, Trubi? Mhm, 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 ähm, und zwar, äh, wurde angekündigt, dass Spiders, die entwickeln ja im Moment noch Steel Rising, dieses, äh, wir erinnern uns, ne, Roboter in der französischen Revolution, äh, Action-Spiel, ähm, das ist ja, das kommt ja jetzt irgendwie, glaube ich, gegen Ende des Jahres oder so soll das noch rauskommen, also auf jeden Fall noch dieses Jahr, glaube ich, irgendwie, kann es sein? Ja, kommt dieses Jahr noch, klar. Genau. Ähm, aber sie haben jetzt schon angekündigt, dass ihr Plan danach, sozusagen, ähm, wird sein Greedfall 2 zu entwickeln und also den Nachfolger zu Greedfall, ihrem letzten großen Spiel, getestet auch im PCGC-Podcast, irgendwann, 2019 oder so, ähm, und, äh, ja, da kommt jetzt der zweite Teil, gab's auch schon einen kleinen Cinematic-Teaser-Trailer, so, ähm, und damit soll es dann losgehen und geplanter Veröffentlichungstermin ist 2024, also, ja, mal gucken, ne, vielleicht wird's auch 25, ähm, aber, ja, äh, also, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, Spiders hat eigentlich vorher nicht großartig Fortsetzungen gemacht, sie haben mal, ähm, ein zweites Spiel gemacht in dem Universum von Mars Warlocks, das hieß dann Technomancer, äh, war aber auch kein direkter Nachfolger oder so, sondern war eher so ein, ja, halt nochmal irgendeine andere Story in diesem gleichen Universum, ähm, und hier jetzt, äh, soll es wohl so sein, dass man, sie haben schon so ein bisschen verraten, ähm, im ersten Teil war es ja so, wer sich erinnert, ähm, man spielte ja Desardes, einen Diplomaten, ähm, von einem, einer von drei großen Staaten auf diesem Kontinent, der auf so eine Insel geschickt wurde, äh, die so, wo so ganz viele magische Kräfte drauf gab und so und die mit Kolonisierenden, die, die, die diese drei Mächte gerade versucht haben parallel zu kolonisieren, ähm, und, und da ziemlich am Anfang, das Tutorial war noch auf dem Festland und dann ging man relativ schnell auf diese Insel und auf der spielte dann dieses ganze Abenteuer ab, äh, sich ab und das Ganze spielte sich so ein bisschen so Third-Person-Rollenspiel mit Companions und ziemlich viel Dialogen und so, so ein bisschen im Stil von einem Dragon Age oder so, aber halt eben Spiders-Level, also so Double-A-Niveau und, ähm, im Nachfolger soll es jetzt so sein, dass man, dass es quasi umgekehrt läuft, also man spielt einen Eingeborenen von dieser Insel, Tir Fradi hieß die, und der kommt aufs Festland, ähm, wo, äh, wie wir aus dem ersten Teil natürlich wissen, diese, diese Pestilenz herrscht, dieses Malachor heißt es in dem Spiel und wo quasi diese drei Fraktionen so ein bisschen, ja, so wie so untergehende Zivilisationen fast irgendwie sind, ähm, und da wird man sich wohl dann den Hauptteil des Spiels aufhalten und, äh, sie schreiben, die Story soll drei Jahre vor dem ersten Teil beginnen, schreiben sie, also ich weiß nicht, vielleicht wird's ein Prequel oder es gibt irgendwie einen Zeitsprung oder so, vielleicht nach dem Tutorial und dann ist man auf einmal in der Zeit danach, das ist noch unklar, aber beginnen soll es auf jeden Fall erstmal drei Jahre vorher und, äh, ja, dann ist man da halt wieder so unterwegs und, ähm, da bin ich mal gespannt. Ja, also ich finde erstmal, das ist eine coole Idee, tatsächlich jetzt so die andere Seite sozusagen zu zeigen, ne, weil es ist ja jetzt nicht so schwarz-weiß, sondern, ne, jeder hat halt seine eigenen Motive und, äh, Ideen und Kulturen und so, und dass das jetzt quasi auf der anderen Seite stattfindet und dann eben, äh, ja, bei den, ich sag mal, zivilisierten Menschen kommt, das ist natürlich ein bisschen, äh, ja, die Sicht sozusagen, wie das von denen dann damals dargestellt wurde wahrscheinlich. Ähm, ich muss sagen, wenn... Ja, äh, vor allen Dingen, weil, also das will ich kurz einhaken, weil die, ähm, diese, dieses ganze, ja, diese ganze, diese moralischen Graustufen, dieser Kolonialisierung, ähm, und mit diesen, mit den Eingeborenen der Insel, die da so ein bisschen überrumpelt wurden, äh, aber auch ihre eigenen Probleme hatten und auch nicht, nicht irgendwie nur so jetzt die noblen Ureinwohner waren, sondern da gab's dann auch verschiedene Charaktere, einige haben kollaboriert, andere, äh, keine Ahnung, also die hatten auch mal alle so ihre eigene Agenda und das war super dargestellt in dem, in dem ersten Teil. Also das war wirklich, das war für mich eins der Highlights, war, wie differenziert diese Kolonialproblematik eigentlich dargestellt wurde. Und ja, da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie sie es jetzt da machen, das von der anderen Seite zu zeigen. Also ich glaube auch, das, äh, gibt wieder ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Hat man denn dann im ersten Teil auch, äh, einige der Ureinwohner schon in der Stadt gesehen? Ich weiß das nicht mehr genau. Klar. Achso, in der, in der, in der Anfangsstadt? Mhm. Im Tutorial? Oh, oh, das weiß ich, das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Naja, die müssen ja dann von der Logik her, müssen die ja dann auch da auftauchen, ne? Das ist ja. Ja gut, kann ja sein, dass die irgendwie alle Gefangene waren oder versklavt oder so. Man weiß ja nicht, wie viele, wie viele darüber, also kann ja, ich nehme mal an, dass wir jetzt dann, wenn das Dreier vorspielt, vielleicht sind wir auch, da haben die vielleicht diese Insel gerade erst gefunden und man ist so der allererste oder so, ich weiß es auch nicht genau. Muss man nochmal sehen. Ja. Ansonsten muss ich sagen, wenn es ein Prequel wäre, würde ich es, glaube ich, nicht so cool finden. Also ich würde es schon gut finden, wenn es so ist, wie du angedeutet hast vielleicht, dass es halt dann irgendwie einen Zeitsprung gibt oder so. Weil irgendwie finde ich das nicht so cool, den zweiten Teil direkt als Prequel zu spielen, aber gut. Ja. Muss man sehen. Ich bin, ja. Also, keine Ahnung. Man kann sicherlich auch als Prequel eine ganz nette Story erzählen vielleicht, aber, ach ja, naja, mal gucken, was sie machen. Ist noch sehr früh, sich darüber Gedanken zu machen, glaube ich. Ja, genau, wenn es noch so lange dauert. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Nachricht, würde ich mal sagen und man kann hoffen, dass dann dementsprechend ausgebaut wird, was man so aus dem ersten Teil kannte. Das ist ja eigentlich mal eine ganz gute Möglichkeit. Jo, finde ich auf jeden Fall interessanter als Steel Rising, muss ich sagen. Das spricht mich nicht so an. Ja, gut. Dann gab es noch eine weitere Ankündigung, die noch überraschender war, würde ich sagen. Und zwar Armor Reforger. Das Ganze, ich habe da ein Leak von gesehen, den einen Tag. Und am nächsten Tag war es dann auf Steam verfügbar. Und es gab dementsprechend natürlich auch Videomaterial und alles. Also ein Shadow Drop. Und das Ganze spielt in einem, ich sage mal, klassischen kalter Kriegssetting. Also USA gegen Sowjets. Und das spielt auf der Insel Everon. Das ist eine fiktive Pazifikinsel, die 51 Quadratkilometer groß ist. Also aus heutigen Standards relativ klein. Also das ist tatsächlich mal ausnahmsweise nicht dieses, wir haben die größte Insel der Zeiten. Und das ist die Insel aus Operation Flashpoint tatsächlich. Ich hatte ein bisschen beim Philipp mir das angeschaut, hier im Stream, im Discord. Und ja, er hat ein bisschen was so erzählt, dass es tatsächlich ziemlich genau nachgebaut ist. Und das Ganze ist kein richtiges Spiel, sondern es ist eher so eine Sandbox mit Multiplayer-Modus. Das heißt, als Spieler muss man entweder einen von den paar verfügbaren Multiplayer-Modi spielen, die aber anscheinend auch nicht so toll optimiert sind bisher. Oder man sagt halt, ja, ich habe Bock Mods zu bauen oder ich habe Lust, mir eigene Missionen zu bauen, aber es gibt keinen Singleplayer oder sowas. Das Ganze dient so als Zwischenschritt zwischen Armour 3 und 4 quasi. Das Ganze wird jetzt auf der Infusion Engine basieren oder das ganze Spiel wird darin gebaut. Und das ist die Engine, die mit DayZ eingeführt wurde, mit der Standalone. DayZ hat ja auch eine Early Access Phase hinter sich sehr, sehr lange, viele Jahre. Und das war halt einer der großen Schritte. Erinnert mich so ein bisschen als Satz ist, dass da diese Umstellung auf eben diese Infusion Engine stattgefunden hat, die sehr zeitaufwendig war. Und um das jetzt so ein bisschen zu umgehen und es den Moddern zu erleichtern, die ja eigentlich in Armour eine sehr große Historie haben, das wurde immer supported und die haben auch tatsächlich DLCs teilweise gebaut, die dann offiziell vertrieben wurden und so. Also die Modding-Szene spielt da eine extrem große Rolle in der Armour-Reihe. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Armour Reforger sozusagen als Zwischenschritt veröffentlicht wurde, damit die Modder schon mal damit arbeiten können. Sie können sich mit der Engine vertraut machen, sie können schon mal anfangen, ihre Mods zu portieren, sie können neue Mods kreieren und das soll dann theoretisch alles, wenn dann AMA 4 rauskommt eines Tages, dass es dann hoffentlich einfacher portiert werden kann und dass sie sich schon damit auskennen. Ja, das wird so ein bisschen zwiegespalten. Das ist eigentlich eine ganz, sorry, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Also, dass man sagt, man gibt dem Moddern jetzt schon mal so einen kleinen Sandkasten irgendwie, um sich schon mal, damit sie dann möglichst effizient mit dem neuen Ding loslegen können, wenn es kommt. Ja, die Grundidee finde ich auch ziemlich cool und eigentlich auch könnte man sagen, dass das Mod- und spielerfreundlich ist, communityfreundlich. Das Ganze wird da für 30 Euro verkauft. Das weiß ich da nicht, inwieweit das zutrifft. Also, das wird halt ganz gut Geld damit gemacht tatsächlich, dafür, dass es dann eben nur so eine Sandbox ist. Also, das sind die Entwicklertools, die auch die Entwickler genutzt haben. Also, man hat da auf alles Zugriff, das ist natürlich cool, aber das wird dann verkauft. Was haben sie jetzt im Endeffekt damit gemacht? Ja, die Entwickler haben halt ein paar Models gebaut und eine Insel, grob gesagt so, und vertreten das jetzt für einen guten Preis. Das Ganze soll noch ein Jahr mindestens im MDXS bleiben. Ich glaube, die wollen auch Multiplayer-Geschichten so quasi optimieren, dadurch, dass sie jetzt halt Spieler haben, die das Ganze nutzen, weil das halt echt nicht so toll zu laufen scheint. Und das wird auch von den Spielern, beziehungsweise das wird an den Steamübers deutlich, wird das sehr gemischt aufgenommen. Also, es ist tatsächlich, gemischt ist die Bewertung, das ist ja desmixt. Und ja, da gibt es halt viele, die sich darüber beschweren, dass das irgendwie Abzocker sei und verarsche. Ja, ist man natürlich auch ein bisschen selber schuld, wenn man sowas einfach mehr oder weniger blind kauft im Early Access, anstatt sich damit zu beschäftigen. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass die Leute sich da ein bisschen mehr erhofft haben. Ja, deswegen muss man jetzt mal gucken, inwieweit sich das vielleicht in Zukunft ändert, die Wahrnehmung davon. Je nachdem, wie schnell vielleicht auch schon erste Mods erscheinen, die brauchbar sind für die Spieler. Und ob das dann vielleicht auch die Meinung ein bisschen umschlagen lässt und dann Leute vielleicht auch ihre Reviews da dementsprechend revidieren oder halt einfach die frischen Reviews dann einfach besser sind in Zukunft. Ja. Also es ist auf jeden Fall, muss man wirklich klar sagen, es ist aktuell nicht wirklich ein Spiel. Wenn man einfach nur rein starten will und zocken will, dann ist es schwierig. Also ich habe es mir gesagt, bei Philipp ein bisschen angeschaut. Es ist halt cool, du kannst Fahrzeuge spawnen, du kannst Einheiten spawnen, du kannst da irgendwelche, ich glaube so kleine, ja so, wie soll man sagen, Festungen hinsetzen. Festung ist das falsche Wort. Also befestigte Stellung sozusagen, so Sandsack-Dinger und so. Und du kannst halt auch ein bisschen Faxen machen, also du kannst zum Beispiel, wenn du doppelt G drückst, GG, dann kannst du einen Blitz an der Stelle setzen, was halt ganz cool ist. Dann kannst du auch in keiner Art irgendwas damit kaputt machen. Oder du kannst testen, okay, wie ist denn jetzt die Entfernung, wie gut höre ich. Du kannst generell die Engine halt einfach ein bisschen ausprobieren. Du kannst auch mit dem Fahrzeug auch rumfahren und so, aber es ist kein komplettes Spiel. Und das kannst du im normalen Spiel machen oder in so einem Modding-Modus? Das machst du in diesem Modding-Modus, also dass du jetzt zum Beispiel den Blitz da hinsetzt, das kannst du nicht mit einem normalen Game machen. Aber du kannst halt da zum Beispiel Einheiten spawnen und dann selbst mit einsteigen sozusagen im First-Burse-Modus. Aber die sind jetzt halt nicht super programmiert, dass die super gut reagieren oder so. Die sind vorhin auch ziemlich basic. So wie ich es im GameStar-Podcast gehört habe, den habe ich mir nämlich heute noch dazu gehört. Der heißt Armor Reforger ist notwendig, damit Armor 4 einzigartig bleiben kann. Also wenn man wirklich noch mehr dazu hören will zu dem Thema, dann kann man da mal reinhören. Da spricht auch jemand, der halt im Clan aktiv ist und da irgendwie organisiert ist und da so ein bisschen andere Sicht drauf hat und mehr Erfahrung. Also wenn einem das interessiert, kann man sich gut mal anhören. Ja, eine Sache ist noch interessant und zwar erscheint das Spiel auch für die Xbox. Das ist relativ neu, also auf jeden Fall für die Armor-Serie meines Wissens. DayZ gab es halt auch für die Xbox und Playstation glaube ich auch. Und das war so ein bisschen der Wegbereiter, glaube ich, einfach, dass sie sich gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt DayZ, um da schon mal rumzuprobieren. Jetzt gibt es halt noch mal den zweiten Wegbereiter und dann mit Armor 4 kann man dann hoffentlich tatsächlich auch auf Konsolen spielen. Und das, was ganz cool sein soll, die haben jetzt ihren eigenen Mod-Workshop sozusagen von Bohemia. Also das läuft nicht mehr über Steam, so wie ich das verstanden habe, sondern es soll dann so sein, dass man auch auf der Konsole tatsächlich Mods nutzen kann, die halt über diesen Workshop verfügbar gemacht werden kann. Kann man am PC aber Steam weiterhin nutzen oder geht das dann jetzt gar nicht mehr? Ich befürchte, dass das nicht mehr gehen wird, dass es dann über den All laufen soll. Ja, okay, weil über PC ist halt der Steam-Workshop ist eigentlich schon ganz nett, ne? Ja, ich finde den auch hervorragend. Aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, wenn das ordentlich implementiert wird, dann finde ich es tatsächlich sogar besser, wenn das im eigenen Spiel drin ist, muss ich sagen, ja. Ja, das sind so die Sachen, die bisher bekannt sind. Wie gesagt, es ist kein volles Spiel. Es ist eher so eine Sandbox zum Rumprobieren. Ja. Na gut, solange jeder weiß, woran er ist, ist das ja okay, finde ich. Also würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, aber es ist halt schon, sagen wir mal, da werden halt die Fans gut zur Kasse gehen. Das ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Star Citizen-Fallweise so, ne? So, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen was und dann könnt ihr dafür mal was blechen und dann schauen wir mal weiter, was wir als Nächstes machen. Geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen mehr an Dings denken, an den Creators Club von Skyrim, das Modding auf Umwegen dann quasi schon mal sich bezahlen lassen, von den Moddern selbst. Das ist halt, er hat ein bisschen Geschmäckle, aber wie gesagt, wie du schon anfangs gesagt hast, man ist halt eine Sache, wie nimmt man es auf so? Es ist ja durchaus auch hilfreich so und wahrscheinlich, ich vermute mal, Leute, die das exzessiv spielen, die AMA-Reihe und die da auch mit Modding zu tun haben, die werden sich darüber freuen wahrscheinlich, ne? Die werden sagen, ja, nice, dass das da ist, so. Größtenteils gut der Preis, weiß ich nicht, aber es ist ja, die Grundidee ist gut. Und vor allen Dingen, wenn man sich sozusagen in der Form so ein bisschen auf AMA 4 dann vorbereiten will, was dann ja hoffentlich das nächste große Ding wird, dann, ja, dann bringt es ja auch irgendwie was. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viele eher so casual, also ich weiß nicht, ob es casual-ige AMA-Spiele auch gibt, aber jetzt Leute, die halt sowas vielleicht nicht wissen und das nur auf Steam sehen und sich alles vielleicht nicht so genau durchlesen und dann draufklicken, die werden halt sehr enttäuscht. Ja, also, selber schuld, ne? Eben, genau, also den Nürgis zur Folge gibt es ja einige davon. Es ist natürlich auch dieser typische Steam-Disclaimer mit Early Access und da steht auch ein bisschen was dazu, wie lange das laufen soll und was so die Pläne sind und so. Ja, ich meine, wenn man es dann kauft, ist man selber schuld. Entweder gibt man sich dann ein Refund, weil eigentlich dürfte man relativ schnell merken, dass das nichts ist, oder man ist halt irgendwie auch selber schuld. Ja, RTFM. Ja, soviel zu der überraschenden Ankündigung von Armory Forger. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Gut, ja, das nächste Thema habe ich eingebracht. Denn, also wir haben ja eigentlich mal gesagt hier im Podcast, dass wir, ja, eigentlich nicht mehr über Activision und seine diversen Verfehlungen reden wollen hier, sondern dass, wenn, dann überhaupt irgendwelche Kurznews abtun oder sonst irgendwas, oder es einfach wirklich einfach nicht mehr sagen, weil es war einfach zu viel und es war zu bescheuert und so. Aber, sie haben es geschafft, Activision hat es geschafft, etwas so dermaßen Bescheuertes zu tun, dass ich es einfach zu lustig fand, um es für den Podcast unter den Tisch fallen zu lassen. Deswegen wollte ich das drin haben. Und zwar haben sie einen Blogpost veröffentlicht, letzte Woche, in dem sie sehr stolz über ein neues Tool berichtet haben, das sie im Unternehmen verwenden. Und zwar ist es ursprünglich entwickelt worden von King, also King Media, sind es nicht auch die, die eigentlich Candy Crush in der Hauptsache irgendwie verantworten und so? Das ist irgendwie so dieses Unterunternehmen von denen, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, also die haben ein Tool entwickelt und das wird also laut diesem Blogpost, wie er in seiner ursprünglichen Form da war, wurde das auch enthusiastisch aufgenommen von Activision und Blizzard Studios, unter anderem den Machern von Call of Duty Vanguard und Overwatch 2. Das waren zwei explizit genannte Beispiele von Entwicklern, die das also mit Hingabe jetzt verwenden. Und es handelt sich um ein Diversitätstool, in dem man sozusagen seine Charaktere, die man entworfen hat für sein Spiel, bepunkten kann, entsprechend dem, wie divers diese Charaktere sind. Und also da hat man dann auch Beispielbilder gesehen, und es stellt sich also raus, zum Beispiel, ja, also Lukas, pass auf, kannst du mal mitzählen, wie das jetzt bei dir aussieht. Wenn du Araber bist, bekommst du sieben Punkte. Ja, das ist schon mal sehr gut. Frauen bekommen schon mal fünf. Und also wenn du ein Auge verloren hast, das ist schon mal gar nicht schlecht, weil die bekommen vier. Da bin ich mit drin. Das ist, bin schon vier Punkte wert. Und ja, und so kannst du also in den verschiedensten Formen, also Geschlecht, Abstammung, irgendwelche Verletzungen, die du hast, irgendwas, alles, was sich von der Norm abhebt. Und die Norm ist anscheinend halt der, keine Ahnung, 30-jährige weiße Mittel Europäer so oder Amerikaner. Alles, was sich davon abhebt, gibt dir also Punkte. Und dann kannst du quasi deine Charaktere da durchjagen durch dieses System. Und das wird dir ausspucken, ja, werden diese Charaktere divers sein oder nicht? Und, das ist doch der Wahnsinn. Also ich glaube, ich bekomme null Punkte in diesem Scheißtool. Ja, ich habe schon mal, ich habe eben die vier. Ich habe vier Punkte gut geschrieben. Das ist schon außergewöhnlich. Also echt, ich habe selten sowas Bescheuertes gewesen. Und ja, der Twitter-Shitstorm ließ natürlich nicht lange auf sich warten. also ich bin ja nicht auf Twitter und ich schaue auch nur sehr selten rein. Aber in dem Fall hat es mal echt Spaß gemacht, das sogenannte Doom-Scrollen. Also den Kommentarbereich zu diesem Tweet durchzuscrollen, war richtig, richtig fantastisch. Also die, also es ging erst mal los. Die ersten Antworten waren einfach nur so entsetzte WTF-Tweets. Und dann kamen aber Leute mit immer besseren Sachen. Ich fand, sehr schön war der, das ist irgendwie so ein Bild aus der Nazi-Zeit, wo sie die Nasen vermessen haben von Leuten, um festzustellen, ob sie halt jüdische Abstammung sind oder nicht. Die Nazis, das war doch mal so eine Initiative. Gibt es so ein ganz bekanntes Schwarz-Weiß-Bild. Das wurde öfters gepostet. Ja, also lauter lustige Sachen. Und es war dann auch so, dass sich die Teams, die genannt wurden, also gerade die Overwatch-2-Leute, die haben sich geradezu entrüstet und haben gesagt, das wäre Unverschämtheit. Sie hätten dieses Tool nie benutzen wollen und auch nie in irgendeiner Seriosität benutzt. Und sie möchten sich davon distanzieren. Das wäre unfassbar, wie viel ein Arbeitgeber tun könnte, um zu versuchen, den Ruf des eigenen Studios zu reinigen. Also dann gab es ganz schön, ganz schön übel im Backlash auch von den eigenen Leuten. Und daraufhin hat Blizzard auch diesen Blogpost dann geändert, öfters übrigens. Ihr war angepasst immer an die ganze Kritik, die dazu kam. Und ja, also das Ganze war so richtig schön. Also mal wieder ein Griff ins Klo vom Allerfeinsten. Ja, überraschend. Hätte man nicht voraussehen können. Ja, nö. Also, auf dem Level hatte ich das denen jetzt noch nicht mal, also das hatte ich denen nicht zugetraut. Das ist nochmal so richtig, richtig schön. Also, dass man das nochmal so verkackt einfach. Wahnsinn. Und also, ich muss ja schon auch sagen, also wie kann man, wie kann man so eine Scheiße machen und dann irgendwie, wer sitzt da? Wie entfremdet musst du sein von der, von der, auch von der ganzen Diskussionskultur heute, um zu meinen, dass du, dass das irgendwie, dass das in irgendeiner Form gut ankommt oder keinen Shitstorm verursacht oder so. Das ist doch der Wahnsinn. Also, da komme ich, da muss ich echt erstmal reinfuchsen in so ein Gehirn. Ja, ich habe da vor allem auf PC Games tatsächlich den Diskussions, den elfseitigen Diskussionsschritt verfolgt, wo sich drei User permanent gegenseitig behakt haben, was, was anfangs noch unterhaltsam war, aber dann doch sehr schnell redundant und irgendwie, ja, sich halt immer wiederholt hat und gegenseitigen Anschuldigungen und so. Man muss natürlich dazu sagen, wahrscheinlich ist PC Games sind doch eher alte, weiße Männer hauptsächlich tatsächlich, die Nutzer, wie man so schön sagt. Deswegen war natürlich die Unterrüstung auch sehr groß. Aber jetzt muss ich mal nachfragen, weil, also ich meine, wie sie das präsentiert haben und dass sie das überhaupt an die Öffentlichkeit getragen haben und so, ja, geschenkt natürlich mal wieder typischer Blizzard-Move, total dumm. Aber das Tool an sich ist doch eigentlich, soll doch nur eine Abweichung von der Norm klassifizieren, richtig? Also, sie sagen ja nicht grundsätzlich, das ist gut oder schlecht. Nein, tun sie nicht, nein. Aber, aber es ist halt, weißt du, also wenn du halt sowas schon mit so Punkten ausdrückst und das impliziert ja doch schon, ja, du willst Punkte sammeln. Also das ist ja eine Gamification von Diversität, so. Das ist doch, also da hört es ja schon auf und dann, und auch noch gerade für Charaktere, also, die versuchen einen zutiefst kreativen und persönlichen Prozess des Schreibens von Charakteren und des Entwerfens von, von, von kreativem Material versuchen sie in so eine Zahlenform zu pressen irgendwie. Am besten, also ich meine, da gab es doch dann hundert, das kannst du mir doch nicht erzählen, da gab es hundertprozentig hinter den Kulissen dann Vorgaben, ihr müsst mindestens so und so viele Punkte haben für die Charaktere, die ihr entwerfen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht der Fall war. Und, und, und solche Sachen halt, und das ist doch, für Charakter, also ich meine, ich will doch, du willst doch deinen Leuten, deinen, deinen Schreibern oder deinen Autoren und deinen, was weiß ich, Charakterdesignern und so, denen willst du doch, das sind ja Künstler, denen willst du doch die Freiheit geben, das nach Gutdünken zu entwerfen für das, was die Story gerade braucht und so. Und dann, und das merkt man ja zum Beispiel also bei Vanguard gerade, ne, weil sie Call of Duty Vanger genannt haben, da gab es doch, da haben doch, die meisten Leute haben doch geschrieben, ja, das ist alles schön und gut, aber es ist ein bisschen merkwürdig, diese Truppe da im Zweiten Weltkrieg irgendwie, wo jeder so aussieht, als wären sie gerade, was weiß ich, aus irgendwie so einem, so, 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 ja, so einem Aufklärungsvideo irgendwie entsprungen oder sowas für Diversität. Das wurde ja sogar angemerkt, nur damit eigentlich davon, dass sie doch gar nicht wussten, dass dieses Tool existiert. Also, da sieht man ja schon die Auswirkungen, das ist doch, das ist doch das Letzte, also ganz im Ernst, also ich kann da nur den Kopf schütteln bei sowas. Ja, also der, also Marketing-mäßig war das mal wieder furchtbar dumm, was die gemacht haben, auf jeden Fall. Ja, ich finde auch intern, ich finde dieses ganze Tool ist bescheuert, also abhängig, unabhängig vom Marketing, ganz ehrlich. Ich stimme dem nicht so, dass es, dass da, dass da keine Wertung drinsteckt. Na klar, also jetzt nicht explizit, aber implizit, auf jeden Fall, finde ich. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, also man muss halt sagen, dass Overwatch ja auf jeden Fall vom Grundkonzept schon sehr divers aufgestellt ist, also die haben halt, eigentlich kommt halt jeder Charakter aus einem anderen Land, vom anderen Kontinent, ist halt für, also hier wurde ja diese Anna als Beispiel gezeigt, die halt eine Oma mit einer Augenklappe aus Ägypten ist, also die reint richtig ab in eine Kategorie. Ja, das ist natürlich, ja, das hinterlässt ein bisschen geschmeckt immer wieder. Ja, aber es ist schön, dass Blizzard wäre am Start, also die Blizzard, ey. Und wie du schon gesagt hast, wir widmen uns den Themen nicht mehr ganz so sehr, aber man kann solche Sachen gar nicht ignorieren, das ist dann doch, muss man mitnehmen. Also das war, ich habe so gelacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil es ist einfach, es ist so, es ist der Wahnsinn. Also wie man, wie man drauf kommt, ist echt verrückt. Und also ich habe ja gesagt, wenn ich Charakter, wenn ich jetzt Charakter-Designer wäre, für Overwatch oder so, oder für irgendein Blizzard-Spiel, ich würde ins nächste Add-On oder so, würde ich einen Charakter reinbauen, der dann irgendwie mal in der Dialog, dem ein Ohr fehlt, ne? Also der hat nur ein Ohr und dann irgendwie in einem Dialog irgendwo kriegst du dann mit, dass er sich das andere Ohr abgeschnitten hat, weil er sonst hätte es nicht ins Spiel geschafft. Dann kriege ich ein Bates und Cut, eine ganz neue Bedeutung. Ja, so ein bisschen Fourth-Wall-Breaking, so er brauchte noch die vier Punkte für das Ohr und jetzt ist er drin. Er hat es geschafft. Ja, ich freue mich auf den ersten Rollstuhlfahrer in Overwatch 2. Mal gucken, was da so kommt. Fantastisch. Ja, also Activision weiterhin auf Kurs. Ja, sie versorgen uns. Microsoft wird sich freuen. Gut, dass wir davon bezahlt haben oder uns verpflichtet haben zu bezahlen in Zukunft. Ja, gut. Wir brauchen einen Phil Spencer-Facepalm-Pick. Ja, gut, drüber das Thema, danke dafür. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem nächsten größeren Thema und zwar geht es um Star Citizen. Da gab es mal wieder einen Letter from the Chairman, also hat sich der gute Chris Roberts mal wieder gemeldet. Nach ziemlich langer Zeit, also diesen letzten Letter, den gab es halt Ende 2020 und ich dachte eigentlich, dass der dann im Folgejahr wieder erscheinen würde, also ich hatte den vor sechs Monaten erwartet, ist leider nicht gekommen, aber jetzt tatsächlich. Und ja, bitte? Ja, Covid. Sechs Monate Covid-Pack. Richtig. Ja, und das war ein, das ist ein sehr langer Blogpost tatsächlich, wir haben jetzt mal die Eckdaten so rausgesucht, die Fakten und die geplanten Fakten. Die Fakten, die passiert sein werden. Genau, ja, du hast da schon eine schöne Formulierung gefunden, die kannst du gleich noch anmerken, bis das weit ist. Ja, also, es wurde gesagt, dass jetzt teilweise die Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkehren, das soll halt die Workflows verbessern, dass man auch einfach mal rübergehen kann zu irgendwem an den Tisch, um mal kurz was mit dem zu klären, anstatt immer über irgendwelche Kommunikationstools das Ganze zu regeln. Aber Chris Roberts hat auch gesagt, dass das halt natürlich den Regelungen des jeweiligen Landes folgt und dass auch die Mitarbeiter immer noch die Freiheit haben, einige Tage zu Hause zu bleiben, glaube ich, oder sogar ganz, ich weiß gar nicht mehr. Ansonsten gibt es jetzt ein bisschen Zahlen, die ich tatsächlich, wie gesagt, schon vor ein paar Monaten erwartet hatte. Und zwar ist es so, dass in 2022 bereits mehr neue Spiele als erwartet da sind. seit der Alpha 3.1.7 täglich 2000 neue Spiele am Tag. Also ja, schon eine ordentliche Zahl auf jeden Fall. Die täglichen aktiven Nutzerzahlen sind seit Ende 2020 um über 50% gewachsen. Und die monatlichen aktiven Nutzerzahlen sind, Zitat, ein gutes Stück über den Höchstzahlen 2020. Was auch immer das bedeutet, da wollte man anscheinend keine genaue Zahl nennen, vielleicht fast nicht eindrucksvoll genug, ich weiß nicht. Ja, ganz kurz, du meintest Alpha 3.17, oder? Nicht 7. Äh, ja. Das ist doch richtig. Ja, genau. Genau, also die letzte Version jetzt. Ich glaube inzwischen, sind wir schon bei 2.18, ich weiß gar nicht. Ne, wir sind bei 3.17, das mit dem Tanken und so, das ist das, was jetzt gerade kam. Genau, genau, wobei ich mich frage, also täglich 2000 Stück, also neue Spieler, sind das neue Spieler mit neuen Accounts, oder ist das so jemand wie ich, der seit Alpha 3.5 oder so nicht mehr drin war und jetzt mal wieder da ist, bin ich auch ein neuer Spieler jetzt? Oh, ich bin davon ausgegangen, tatsächlich neue, neu beigetretene Spieler, aber vielleicht, wenn du magst, kannst du nochmal kurz reinschauen in das Wording, wenn du schaust, nach den Nutzerzahlen, müsste du das eigentlich relativ schnell finden, wenn du nach DAU schaust. Ich glaube man kann es aus dem, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man es aus dem Englischen glaube ich auch nicht so ganz reinzulassen, weil es wäre eine gute Frage, weil, also bei mir zum Beispiel gingen ja teilweise einige Versionen gar nicht und kann es natürlich sein, wenn sie jetzt wieder ein stabilerem Bild haben, dass sie halt, also klar, können sie dann sagen, ja wir haben jetzt 2000 mehr als vorher, aber davon sind vielleicht dann viele nur halt Leute, wie ich die jetzt mal wieder vorbeigeschaut haben, oder so, kann natürlich auch sein. Macht im Prinzip auch keinen großen Unterschied, so oder so sind es mehr Spieler, aber... Ne, neue Spieler sind es tatsächlich. We are seeing over 2000 new players a day joining the world. Okay. Boah krass, das sind richtig arge Zahlen. Ja, hat mich tatsächlich auch überrascht und auch sonst sind die Zahlen ziemlich beeindruckend, sag ich mal. Also es ist, seit 2020 haben, also seit Dezember 2020 haben sie eine Million neue Accounts und davon sind 50% zahlende Kunden, also die anderen sind dann anscheinend nur Freefly-Spieler, die dementsprechend kein Geld investiert haben, aber trotzdem, also die, dass die Zahlen so hoch sind, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ehrlich gesagt, wenn jetzt mal Zahlen rauskommen, dass es eher so sein wird, dass die Spielerzahlen sinken, aber dass das investierte Geld trotzdem steigt, also dass halt die Wale sozusagen immer mehr Anteil davon ausmachen. Aber da lag ich anscheinend falsch und ja, es gab so ein, zwei Formulierungen im Text, die dann nicht mehr so ganz eindeutig waren, wie das mit den Höchstzahlen. Ich glaube, das macht man halt wie so ein Politiker, die Sachen, die wirklich gut sind, die stellt man nach vorne und die, die vielleicht dann nicht ganz so gut dastehen im Schnitt, die formuliert man halt ein bisschen diffus oder so, dass es positiv klingt, aber es ist eindeutig eine Erfolgsmeldung, muss man sagen. Jo, also, ich erinnere mich daran, dass wir ja schon 2018 Diskussionen darüber geführt haben, ob die jetzt demnächst mal pleite gehen. Hö, das passiert irgendwie nicht, ne? Man wundert sich immer so ein bisschen, aber das passiert nicht. Ja, genau. Das ist schon witzig, ja. Genau, und das ist dann auch die Erwartung für 2022, also sie sagen, dass sie damit rechnen, dass sie eine Million Unique Lock-Ins haben werden, also, äh, äh, ja, Spieler, die sich halt einloggen, dann, äh, insgesamt vier Millionen Accounts und 500 Millionen Dollar Einnahmen, also seit dem Start, ne? Ja, also, dass sie die 500 Millionen Marke knacken, knacken. Genau, und dann gab es auch eine Roadmap, die im Post-It wurde, habe ich da auch verlinkt, was du mal drauf schauen willst, und laut dieser Roadmap wird es so sein, dass Alpha 4.0 in Zukunft erscheint, auf jeden Fall nicht mehr 2022, also die Roadmap geht bis 2022 und die Alpha 4.0 ist dann unter dem Begriff Future. Future, Future ist Future. Ja, genau, also, es sieht erstmal aus, als würde 2023 nach 2022 kommen, aber das weiß man noch nicht, zumindest nicht im Zusammenhang mit Star Citizen, also, es kann dann auch noch länger dauern, ja, muss man dann sehen. Also, was sie wollen anscheinend ist, sie wollen, dass Server Mesh, gedürnt ist, was ja der große technische Punkt ist, das wollen sie wohl Ende des Jahres irgendwie hinkriegen, ne? Genau. Das muss man halt sehen, wie es weitergeht, wobei man sagen muss, ich erinnere mich an Ankündigungen aus dem letzten oder vorletzten Jahr, wo es hieß, Anfang 2022 war das noch angegeben, also, ne? Ja, aber auf der Roadmap ist es dann auch nicht mehr tatsächlich drauf, mit 20, das ist ja schon in Future auch, ne? Also, das ist jetzt nicht der Jahreswechsel tatsächlich. Also, ich sehe das ganz am Ende von 20, von dem blauen Segment 2022 steht noch Server Mesh. Tag Preview und dann halt in Future. Tag Preview. Oh ja. Genau, also, das ist halt 4.0 und die fällt in die Future, Tobi, das ist auch klar. Aber könnt ihr euch annehmen, das ist der, der, Januar oder Februar, aber es, nee, es ist Future. also Future lässt sich, lässt sich beliebig weit dienen. Ey, das ist so praktisch, dieser Begriff, das ist Wahnsinn. Und die Future geht auch immer weiter, das ist ja das Tolle, die ich weiter nicht mache. Ja, der Witz ist, sie wollen halt dieses, also Server Mashing, wie gesagt, das ist wirklich ihr großer technischer Meilenstein, an dem sie arbeiten, da hat man ja in der letzten CitizenCon, haben wir es, glaube ich, auch im Podcast ziemlich explizit beschrieben, wie diese neue Server Architektur aussehen soll, die sie da kreieren mit diesen Shards und so, ne? Und das ist, das ist wirklich, ich glaube, das ist das große Ding halt, dass, dass ihnen da fehlt. Und ich will nur mal, also ich will einen Satz aus diesem Brief mal vorlesen, der so wunderschön ist, weil da steht, Alpha 4.0 will be a truly new era for Star Citizen. It will mean our final tech building block Server Mashing will have been delivered. Also, future perfect, ne? Also, es wird, es wird delivered worden sein in dieser Zukunft. Das ist wunderbar. Das ist, ja, da hat man das Gefühl, eigentlich ist es schon passiert, ne? Das ist wirklich schön. Das ist eine gute Beobachtung für die Aufmerksamkeit. Das ist schön geschrieben, ja. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, Diese Roadmaps, die sind ja auch immer dehnbar. Also nicht nur die Zukunft, sondern theoretisch kann natürlich auch sein, dass was, was jetzt für 2022 noch angekündigt ist, dass das auch nicht funktioniert. Das kann natürlich immer sein. Es soll aber laut dieser Roadmaps so sein, dass die Alpha 318 noch in diesem Jahr kommt und dann auch Persistenz mitbringt. Also das heißt, dass man dann, was weiß ich, Tobi schmeißt eine Cola-Dose auf Crusader hin und ich fliege da eine Woche später hin und die liegt da noch. so halt, dass einfach Sachen in der Welt da bleiben, auch für andere Spieler und dann wieder aufgenommen werden können. Im Prinzip ja, wobei, war das jetzt in dem Brief oder nee? Ich glaube, ich habe es in einem Inside Star Citizen letztens gehört oder so, weil du gerade Cola-Dose sagst, ganz lustig, weil sie eben genau die Cola-Dose angesprochen haben, weil sie ja gesagt haben, sie haben halt das Problem auch festgestellt, jetzt in ihren bisherigen Tests und so und wenn sie das mal versucht haben, ist halt das, dass halt super viel Clutter entsteht, dadurch, dass halt die Spieler dann einfach, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich alles halt voll müllen mit irgendeinem Zeug und da haben sie jetzt schon Systeme in Arbeit, wo sozusagen, wir haben es ausgesehen, sie haben quasi eine Hierarchie ihrer Items, wann, wie, wo die gedespawnt werden. Also, dass jetzt die Cola-Dose zum Beispiel hätte eine sehr niedrige Prioritätsstufe, die würde da nicht ewig liegen bleiben, ob das dann, zum Beispiel, wenn du vor allen Dingen, wenn du sie in irgendwie einen Bereich schmeißt, wie eine Landezone oder so, dann ist sie halt irgendwann weg, was ja auch Sinn macht, weil da ist halt irgendwie ein Janitor, also, wie sagt man auf Deutsch, ein Hausmeister oder so, ist da mal durchgelaufen, hat irgendwie den ganzen Müll weggebracht. Das hättest du ja in echt auch und das soll dadurch so ein bisschen simuliert werden, dass quasi der ganze Kleinkrempel dann schon irgendwann weg ist, aber da gibt es auch eine Hierarchie, also je, ja, je wichtiger diese Items sind, desto länger bleiben die auch liegen und wenn es halt irgendwo in der Pampa ist, dann bleibt es auch eher liegen, weil dann halt quasi da eh nicht so viel los ist und da kann man das dann auch machen und so, so in dem Stil irgendwie. Ja, ja genau, so stand es auch drin, die Kohle-Lose war ein bisschen überspitzt, aber ja, genau, das wurde so formuliert, auf jeden Fall auch und er hat auch geschrieben zum Beispiel, dass man gucken muss, wie das dann mit Leichen aussieht, mit AI-Leichen oder so, die man halt theoretisch auch aufheben kann und dann irgendwo hinschmeißen kann, dass da halt einfach getestet werden muss und dann dementsprechend, je nachdem, wie oft das notwendig ist, da halt aufgeräumt werden muss, automatisiert. Ja, ich glaube, Sie wollen einen Strafbestand für Littering einführen, also dass man nicht mehr Müll in bewohnte Gebieten, wenn man die hinwirft, kriegst du einen Crime-Stat, dass du halt dann straffällig geworden bist. Das ist dann so wie in Singapur, wenn du deinen Kaugummi auf den Boden spuckst, dann kommen wir Bullen. Ja, aber das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee, die dann tatsächlich sogar, ja, Sinn ergeben könnte mit dem Universum sozusagen, das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt, je nachdem, wie extrem das dann durchgesetzt wird, je nachdem, was da halt passiert. Man könnte ja auch sagen, okay, dann, kriegst du einen Crime-Stat, der aber quasi limitiert ist, also du musst dann eine Gebühr bezahlen oder so. Ja, ja, genau, das gibt es ja, das gibt es ja, glaube ich, jetzt schon. Das gibt es jetzt schon, also man wird jetzt nicht gleich wieder erschossen, weißt du noch, als wir mal gespielt haben vor einer Weile und wir sind ineinander gerannt, haben uns gegenseitig Schaden verursacht, waren dann beide Kriminelle und sind dann erschossen worden oder wie war das? Ja, irgendwie so. Ein bisschen außer Kontrolle geraten, dieses System. Es hat schon ein Eigenleben, ja. Ja, genau, also das soll wichtig sein mit der Persistenz und das soll auch vorher schon kommen, 2022. Und das soll auch vor dem Hintergrund von Schiffswracks und dann eben Salvaging, also dem, ja, abbauen oder ausschlachten davon, da soll das halt auch eine wichtige Rolle spielen, dass es dann eine sinnvolle Mechanik wird, die man nutzen kann. Genau. Und zwischen dieser 3.18 und der 4.0 soll auch noch diese Gen 12 Optimierung kommen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Vielleicht hast du das noch im Kopf, Tobi, das ist, glaube ich, eine geplante Vulkan-Optimierung und allgemein für aktuelle Hardware irgendwie so ein bisschen Optimierung, ne? Irgendwie so, ja. Also genauer habe ich es jetzt gerade noch nicht im Kopf. okay, kein Ding, ja. Genau, da wurde aber auch tatsächlich auch der Roadmap jetzt auch kein genauer Zeitpunkt genannt. Future! Ja, ich weiß nicht, ob es 2022 oder Future ist, aber ja, im Zweifel immer Future, stimmt. Genau, ansonsten gab es noch ein paar andere Meldungen, zum einen, dass die Mitarbeiter weiterhin aufgestockt werden, dass neue Büroräume gebaut werden, unter anderem in Frankfurt und Manchester bauen da gerade ihre Büros. Ansonsten gab es News zur CitizenCon, die wird 2022 rein digital stattfinden. Es wird keine Gameplay-Demo geben, das wurde hervorgehoben. Normalerweise gab es halt diese An- oder Vorspiel-Session, wo er da mit seinem Piloten saß, der Chris Roberts, und dann immer gesagt hat, mit Glenn. Genau, mit Glenn und Glenn musste dann immer alles machen, was Chris Roberts ihm gesagt hat. Mach mal hier, Monitor 1, Monitor 2, komm, hier hin jetzt. Genau. Ja, und da war Glenn anscheinend in der Vergangenheit nicht gut genug, deswegen gibt es das nicht mehr. Es wurde so formuliert, dass aktuell alle Manpower gebraucht wird und es deswegen keine Demo geben wird. Fand ich, klang erst mal ein bisschen übertrieben, aber man muss natürlich auch sehen, okay, so eine Gameplay-Demo muss ja nicht nur gespielt und gezeigt werden, sondern die muss ja tatsächlich auch gebaut werden. Und vor dem Hintergrund kann man es dann irgendwie schon verstehen. Ja, ist ein bisschen schade, aber ich finde auch, also die sollen jetzt mal hinmachen und ihr Zeug fertig machen. Und der eigentliche Bummer kam ja dann erst noch für die Season 2. Genau. Und zwar wird Squadron 42 nicht gezeigt werden. Und Tobi, du hattest schon so ein bisschen die Idee, dass es dann wahrscheinlich vor wann nichts wird. Was war deine Idee? Also ich sage, wenn sie im Herbst diesen Jahres noch nicht in der Lage sind, was zu zeigen dazu, dann kommt es nicht vor 2024. Weil ich finde, also wenn sie ein Release für 2023 angestrebt hätten, dann wäre eigentlich die CitizenCon meiner Meinung nach der perfekte Punkt gewesen, das Marketing jetzt anzufangen und einen schönen Trailer zu zeigen und dann zu sagen, so und jetzt gibt es irgendwie alle zwei Monate ein paar News und dann wird das Ding irgendwie kommt dann in einem Jahr raus oder so, dann so zweite Hälfte 23 oder so. Das wäre eine ordentliche Marketingkampagne gewesen. Wenn sie sagen, sie zeigen jetzt noch gar nichts dazu, dann bedeutet das für mich, dass sie schon selber davon ausgehen, vor 2024 keine Chance. Das ist meine Interpretation und dazu spricht auch, ich habe das Inside Star Citizen Video von dieser Woche angeschaut und ich habe sogar, weil das habe ich gehört, kann man ganz gut hören, wie so ein Podcast, wenn sie da ihre einstündige Live-Geschichte haben mit irgendwelchen Devs und diese Woche waren das die AI-Leute, also die, die künstliche Intelligenz machen und die haben sehr viel erzählt, was sie gerade noch alles so machen für Squadron vor allen Dingen und da waren Sachen dabei, dann denkst du dir so, ja okay, also das ist alles noch mitten in der Entwicklung, wenn das noch nicht fertig ist, also da waren halt so Sachen dabei, wie irgendwie, keine Ahnung, wie verhalten sich irgendwelche Crewmitglieder auf diesen Kreuzern, wo man dann unterwegs ist, die so die Heimatbasis sind und bla bla bla, also ui du, also da war das, also da hat man, ich finde man musste ziemlich aufpassen, um das durchzuhören, das wollten sie nicht sagen, aber wenn man ein bisschen aufpasst, hat man so gemerkt, so ja okay, also wenn ihr noch da dran arbeitet, seid ihr noch lange nicht fertig, also ich sage frühestens, ich habe ja, wir haben ja in unseren, und da sind wir wieder bei den Bold Predictions, ich glaube ich habe das selber gesagt im Januar, dass sie eigentlich dieses Jahr was machen müssen mit Squadron, wenn sie es nicht rausbringen, dann müssen sie zumindest die Marketingkampagne hochfahren, vergiss es, also 2024 frühestens ist meine neue Prediction. Ja, klingt ganz gut, also in dem Text stand da irgendwie drin, ja, wir zeigen erst was, wenn wir, ich weiß gerade den Wortlaut nicht mehr, wenn wir ready sind, das auch zu releasen oder so, ich nicht, also es, ja, das scheint auf jeden Fall zu dauern, genau. Und das finde ich schon sehr schwach, also weil, ganz ehrlich, ich meine, sie haben ja damals gesagt, ja, 2020 machen wir eine Beta oder so, dann ist es irgendwann 2021 und jetzt ist es dann Ende 2022 immer noch nichts gesehen von dem Ding. Wow. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe erst später gebackt, ich habe wegen anderen Sachen gebackt auch und so und mir ist es relativ egal, ich habe jetzt keine Eile damit, die soll man machen, aber ich kann verstehen, diese, also wirklich diese armen Leute, die 2012 damals gebackt haben für ein schönes, neues Wing Commander, die tun mir halt echt leid, weil, das ist halt eigentlich schon, also ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre und wir haben noch nichts gesehen davon, was irgendwie repräsentativ ist, das ist schon, das ist schon echt ein starkes Stück, das muss man wirklich mal, nochmal hervorheben, finde ich. Ja, also da geht er auch ein bisschen drauf ein, tatsächlich einmal im Eingang und dann mal am Ende nochmal, zum einen sagt er halt irgendwie, ja, es ist ein, also am Anfang ist es halt ein Projekt, was immer weiter gewachsen ist und neue Features und so, und das wird halt so ein bisschen so begründet, warum das so lange dauert und ach, Covid gibt es ja auch noch, genau, das wurde auch mal reingeschmissen und andere sind ja auch betroffen und am Ende heißt es dann nochmal so, ja, vielen Dank an alle, die uns so tapfer supporten, tapfer, da habe ich gesagt, aber die uns halt so lange supporten und die einfach, wie wir wollen, dass es das beste Spiel möglich wird, also so ein bisschen halt dieses Ideologische wird so ein bisschen vorangestellt und quasi nochmal dieses, ja, ihr seid halt Supporter und ihr seid wichtig und es wurde halt alles nochmal so ein bisschen von ihm hervorgehoben, ja. Aber die Leute, die frustriert sind, können das doch auch nicht mehr hören, also ganz ernst. Ja, stimmt. Kann man nicht vorstellen, dass das noch irgendjemanden großartig überzeugt. Ich meine, also die Begründungen, ja, ich verstehe das auch alles und ich verstehe auch, dass sie halt, ja, dass sie halt mit Squadron auch nicht weitermachen können, bis sie nicht dieses Grundgerüst fertig haben, was sie halt auch für Star Citizen brauchen, weil sie müssen ja wirklich alles zweimal machen, das stimmt schon halt, aber es ist halt trotzdem, also ich meine, sie haben sich halt trotzdem verzettelt, da geht dafür kein Weg drumherum, das ist einfach so. Ja, das würde ich auch so sagen, also ich finde, da hat man es immer ein bisschen selber schuld, wenn man die Katze im Sack kauft, genau wie wir gerade darüber gesprochen haben, mit Arma, aber es ist natürlich trotzdem, es geht ja weit über das hinaus, was man damals erwartet hat, wie lange das dauern könnte und ja, es wurde ja auch regelmäßig mehr oder weniger verschoben und die Kommunikation ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht immer die beste, deswegen könnte ich es auch verstehen, wenn man da verärgert wäre und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit mal wieder interessiert, diverse Star Citizen selbst verfolgt in diversen Foren und ja, es ist halt auch immer wieder ein Kampf vom Feinsten, also die einen, die sagen, nee, alles gut, ich habe so viel Geld ausgegeben und ich bin immer noch glücklich und ich spiele das jeden Tag und dann natürlich die Trolle, aber auch die Leute, die sagen, ey, ich habe auch Geld ausgegeben, aber ich habe die Schnauze mittlerweile voll, also es ist wirklich, es ist polarisiert auf stärkste Weise, also ich kenne kein anderes Thema, was nicht jedes Mal so abgeht, also es ist für mich ein Freundenspender, aber ich habe auch kein Geld investiert und ich will es auch nicht so dringend spielen, deswegen kann es mir egal sein, aber ich kann auch immer verstehen, wenn man da richtig Bock drauf hat, dass man da ein bisschen eingepisst ist, naja. Ja, nee, ich kann da beide Seiten sehr gut verstehen, ich bin ja eher auf der Seite so, ja, ich lasse sie mal machen, die haben hier meine 200 Dollar, die haben sie jetzt, die können sie auch behalten, das ist okay, ich habe schon ein paar andere Schritte auch 200 Dollar ausgegeben, die ich nie wieder gesehen habe, so ungefähr, aber ja, also ich kann es nachvollziehen, es ist halt, es ist halt, wie es ist, ne? Ja, ich habe mich schon öfter catcherisch gefragt, ob es nicht besser ist für sie und attraktiver, in diesem Status zu bleiben, wo sie gerade sind, als tatsächlich einen Release zu bringen, aber, ja, aber ich glaube, da glaube ich, also, weil es gibt ja die Leute, die behaupten, es ist ein Scam, und ich glaube halt, ein Scam ist es nicht, weil du stellst keine 750 Leute an und baust neue Offices und bla 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 und machst diesen ganzen Tra-Ra, ich glaube schon, dass die da wirklich alle davon überzeugt sind, dass das halt was Cooles werden soll und so, die Art, wie es gemacht wurde, ist halt das Problem, also, aber ich, also ich unterstelle ihnen keine schlechten Absichten, sage ich mal, nur schlechte Ausführungen. Ja, es ist halt diese Gigantomanie in Verbindung damit, dass es halt von den Fans finanziert wird, das ist dann immer dieses, dann kommt halt so eine gewisse Erwartungshaltung bei durch, ne, zum einen, dass man immer informiert wird und zum anderen, dass halt auch irgendwann das Geld, das man investiert hat, vielleicht, ja, ein fertiges Produkt liefert. Und da gibt es auch andere Early Access Beispiele, wo es halt lang gedauert hat oder wo es auch nie was geworden ist, da würde ich jetzt bei Star Citizen auch nicht von ausgehen, dafür haben die einfach zu viel Kohle und machen auch noch zu viel Geld, so wie es aussieht, das ist ja gut. Nur, ja, es dauert halt ewig. Jo. Genau, ja. Ansonsten. Für uns gut, wir bleiben am, wir bleiben am Ball vor euch. richtig. Also, ja, also wir haben Activision, wir haben CIG, wir haben Ubisoft, das sind die Banger, die gehen immer, die unterhalten und die liefern Themen, ja, das ist einfach schön. Eine letzte Sache noch, und zwar wurde noch der International Bar Citizen Day angekündigt, das gab ja schon öfter so Bar Citizen Events, ne, wo dann halt irgendwie, ja, irgendwie die Konstituärs sich treffen können und sich gegenseitig den Zylinder lüften und Hände schütteln und tatsächlich soll das jetzt innerhalb der Feierlichkeiten der Star Citizen Lore stattfinden, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem, in dem Rahmen und das soll dann im Mitte Juni stattfinden, also schon relativ bald und das sollen dann einfach Bar Citizen Events in Nähe der Studios sein, also dann halt erstmal Frankfurt, Manchester, bla, 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 und das soll aber jetzt quasi so ein jährlicher Feiertag werden, der dann auch nächstes Jahr ausgeweitet wird auf andere Städte und nicht nur eben sich auf Studionähe beschränkt. Ist das wirklich nur für Concierges oder ist das, ne, ne, das habe ich gerade so gesagt, da kann jeder hin, ne? Ja, genau, das stimmt, das ist eine berechtigte Frage tatsächlich, ja klar, hast du ja recht. Was mich interessieren würde, Tobi, würdest du da hingehen, wenn du die Möglichkeit hättest? Einfach mal so? Ja, aber es müsste dann schon sehr einfach sein für mich. Also ich würde jetzt nicht extra, keine Ahnung, mit dem Zug durch halb Deutschland fahren oder so, um irgendwo da hinzugehen, wenn das jetzt wirklich so in meiner Nähe wäre und ich könnte sagen, hey komm, ich gehe da heute Nachmittag los und dann bin ich da heute Abend und gehe da mal hin, dann würde ich das machen. Mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken. Ja, so würde ich es glaube ich auch machen. Also ich würde da glaube ich auch gerne mal hingehen. Ich meine, man kann ja einfach mit den Leuten was trinken und sich da die Show anschauen. Man muss ja nicht anfangen, mit denen umzudiskutieren, ob das jetzt zu lange dauert oder nicht. Ich denke mal, da sind halt viele Fans. Das würde ich dann sowieso machen. Ich glaube auch, das kommt nicht gut an in dem Feld. Das sind glaube ich, da gehen die wirklich, die Fans, die auch jetzt noch enthusiastisch sind, gehen da hin und wollen eine gute Zeit haben und da würde ich jetzt auch, also wenn ich da hingehen würde, würde ich nicht einsteigen mit der Frage, sag mal, findest du nicht aus, dauert alles zu lang? Ich würde hingehen und sagen, hey sag mal, ich habe eine Sabre, was für ein geiles Schiff, sag mal, wie viele Intakes hat denn dein sowieso? So in dem Stil würde ich das machen. Da würde ich einfach nur mit guter Laune hingehen, glaube ich. Ja, shit. Ach du, ich glaube, das wäre gar nicht mal, das könnte gar, also ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so das Problem ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dann so, hey ja und was hältst du bis jetzt davon und so, bist du ja neu? Weil ich glaube, die Fans, die noch dabei sind, das sind alles, also müssen ja relativ entspannte Typen sein. Das geht ja gar nicht anders. Ja, aber ja, wie gesagt. Ja, ich glaube generell ist das einfach eine, also die Leute, die wirklich aktiv spielen, das ist halt wahrscheinlich eine eingeschworene Community, die sich auch gerne gegenseitig hilft, wobei ich habe jetzt die Tage noch einen Kommentar gelesen, wo einer meinte, ja, Freefly Week, so da, da setze ich dann mal lieber aus, weil da kommen halt über die dummen Kommentare und Fragen im Chat und so, also es geht mir nicht allen so, aber grundsätzlich sind die Leute, glaube ich, sehr hilfsbereit. Ja, was übrigens guter Hinweis ist, es ist im Moment Freefly. Ah, stimmt. Wenn der Postcast rauskommt, ist es noch diese Woche sozusagen, also noch ein paar Tage. Ja, ist auch wieder irgendeine Messe und irgendwelche Ingame-Events und so, ne, ich habe da erst überlegt, ob ich es mal wieder installieren soll. Es ist Invictus-Woche. Ja. Weil das fand ich ganz cool, da war halt, das hatte ich hier bei dem, wie heißt der, bei dem Knebel gesehen, diesen deutschen, das ist ein Berichterstatter und der meinte halt, das ist irgendwie ein, so wie so ein Raid-artiges Event, wo man halt gemeinsam irgendeine Station stürmen muss und das soll wohl ganz cool sein. Ja, das gibt es auch, aber es ist auch, wie gesagt, das ist diese, also das haben die jetzt ja immer jährlich, diese Invictus Week sozusagen, die so In-Universe, auch so eine, so eine, ja, so eine Woche der Navy ist, wo die so ihren ganzen Krempel zeigen. Deswegen glaube ich, der Freefly ist für militärische Schiffe in erster Hinsicht und, und da kannst du auch einfach, da kannst du dann zu diesem Planeten gehen und kannst irgendwie, keine Ahnung, dir da alles mögliche anschauen und da ist dann so eine Messehalle quasi im Spiel und du kannst, glaube ich, seit letztem Jahr kannst du auch eine Tour machen durch diesen riesengroßen Kreuzer, der jetzt fertig ist wohl neuerdings und da ist dann, das ist wie so eine, wie so eine virtuelle Tour, also In-Universe, das ist halt eine Tour, wo dann überall, da gibt es dann so Stationen, wo, ich habe mal ein Video von gesehen, habe es noch nicht selber gemacht, das sind so Stationen, wo dann quasi Soldaten an den einzelnen Sachen stehen und dir dann so ein bisschen was drüber erzählen, hier ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Torpedo-Raum und da machen wir das. Also wie man sich's vorstellen würde, wenn man in echt so eine Flugzeugträger-Tour macht oder so, ist es halt In-Universe. Das ist schon ganz witzig eigentlich. Ja, und ich glaube, man kann wieder Schiffe ausleihen gratis, ne? Genau, das ist ja der Freefly, ja. Achso, ich dachte, Freefly heißt, dachte ich nur, dass ich überhaupt spielen darf, wenn ich nichts bezahlt habe, weil sonst kann ich ja nicht spielen. Ja gut, aber du kannst ja, also, genau, genau, ja, also du kannst, wie gesagt, die meisten militärischen Schiffe kannst du jetzt einfach immer fliegen. Sehr gut. Okay, ja, das zu starten sind immer wieder ein schönes Thema, wie ich finde, das ist doch super. Dann kommen wir doch zu dem Spiel, das du, äh, gespielt hast Tobi und zwar Crowns and Pawns Kingdom of DC. Musik Musik Amen. Richtig. Crowns and Pawns Kingdom of Deceit ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Wie gesagt, das ausgestorbene, geglaubte Genre, das wir in letzter Zeit öfter reviewen als alles andere. Aber im Gegensatz zu Chinatown Detective Agency oder VCs, was Oli letztens reviewt hat, ist dieses ausnahmsweise mal ohne Pixel-Optik. Was für mich auch der Grund war, es zu spielen, weil ich bin kein großer Fan von Pixel-Optik und ich fand's schön, dass jetzt mal wieder ein Adventure kam, was ausnahmsweise mal eine normale Grafik sozusagen hat. Ich werd später noch drauf kommen, es ist ja, also ist jetzt immer noch nicht, sagen wir mal, es ist jetzt kein, läuft nicht auf Unreal Engine 5. Aber zumindest, also ja, keine Pixel, sondern schon höher definiert. Das Ganze ist gemacht von einem Entwicklerstudio Tag of Joy. Das sind, die kommen aus Litauen und wenn man sich deren Website anschaut, sieht man, die haben also bisher sehr viele kleinere Projekte gemacht, so Mobile-Spiele oder unter anderem zum Beispiel so AR-Sachen, also ich glaub, sie haben so für Rom, kannst du dann irgendwie durchs Forum laufen mit deinem Handy und dann macht es so Augmented Reality Zeug und erzählt dir was dazu. Und dann auch so ein bisschen Educational Games, irgendwie halt so Sprachlern-Sachen und so, also alles mögliche, so ein bisschen durch. Und, äh, soweit ich das gesehen hab, ist das jetzt eigentlich schon so mit ihr größtes Projekt bisher. Also sie haben zwar vorher auch schon so kleine Konsolenspielchen und so gemacht, aber das ist jetzt mal ein, äh, ja, so ihr, ihr erstes so größeres Ding. Ähm, und, äh, Jo, ist, äh, also ein kleines Porn-and-Click-Adventure, ähm, gibt's, soweit ich das zumindest bis jetzt gesehen hab, gibt's das nur für den PC. Ähm, auf Steam, GOG und Epic. Ich hab's auf GOG gekauft, äh, kostet 20 Dollar, ähm, beziehungsweise mit nem Vorbesteller-Bonus oder so, äh, nicht Vorbesteller, sondern Bonus hab ich's dann irgendwie für 17 gekriegt oder was. Ähm, und, ähm, Jo, der Preis ist ganz okay, das Ganze ist nicht besonders lang. Also ich hab jetzt acht Stunden gebraucht zum Durchspielen und das war auch so das, was ich so gelesen hab von anderen Leuten. Ich glaub, der, ähm, Neo-Wolf im Forum, der hat auch irgendwie so achteinhalb Stunden gebraucht, hat er geschrieben und so, also, äh, ja, das ist, glaub ich, so, so die Standardzeit. Also jetzt nicht besonders lang. Ja, kurz zur Anmerkung, ich hab hier grad ein Playthrough, äh, auf YouTube, der geht drei Stunden acht Minuten. Also ich weiß nicht, ob derjenige das vorher schon mal gespielt hat oder einfach durchrennt. Bestimmt, ja. Nee, also wenn, wenn du die Puzzles kennst, klar, und du musst es einfach nur noch durchklicken, dann, dann geht's natürlich irgendwie in drei Stunden, aber, äh, also wenn du halt ein bisschen überlegen musst manchmal oder irgendwie Sachen kombinierst und so, dann, also ich glaub, acht Stunden ist wahrscheinlich relativ realistisch. Mhm. Ähm, jo, worum geht's? Ähm, man spielt eine amerikanische, eine amerikanerin litauischer Abstammung. Also wie gesagt, der Entwickler kommt ja aus Litauen. Ähm, und das Spiel beginnt in Chicago und die ist, ähm, ja, das ist halt so ein Mädel, man kann sich am Anfang aussuchen, man kann so eine ganz rudimentäre Charaktererstellung machen, wo man nur so entscheiden kann, so, äh, keine Ahnung, was ist so ein bisschen so mein, ich glaub, eigentlich im Prinzip kannst du hauptsächlich ihre Frisur aussuchen oder so. Ähm, viel mehr, viel mehr geht da nicht. Ähm, Ähm, und dann kann man sich, man kann zwischen drei Berufen wählen. Äh, ich glaub, man kann entweder sagen sie, also das ist dann gleich am Anfang jetzt so ein, so einen kurzen, so einen Textdialog. Ähm, und da kann man auswählen, ob man Fotografin sein will, Programmiererin oder, was war jetzt wieder das Dritte? Äh, ach ja genau, Assistentin eines Psychologen, äh, oder Psychiaters. Und je nachdem hat man dann, bekommt man auch ein unterschiedliches Item am Anfang. Also die Fotografin bekommt halt eine Kamera, äh, die Programmiererin kriegt irgendwie so einen USB-Stick und die, äh, Psychologin bekommt irgendwie so ein Buch, so ein kleines Buch. Und mit diesen Items kann man dann auch unterschiedliche Sachen eben machen während des Spiels. Und zum Beispiel, also die Psychoassistentin, die kann dann zum Beispiel, wenn sie mit dem Buch auf andere Leute klickt, dann macht die so eine kleine Psychoanalyse oder so von denen halt so miniaturmäßig. und, ähm, man braucht das auch, also ich hab nur, ich glaub, ich hab nur ein einziges Passer gefunden, wo das dann eine Rolle gespielt hat, äh, was dann unterschiedlich ablaufen würde. Also es spielt jetzt keine große Rolle, aber es ist so ganz nett, man kann so ein bisschen aussuchen, was ist man, und dann geht's los. Da würde ich gerne kurz einhaken. Äh, laut Bizards Tool bekommt eine junge weiße Frau ohne wirkliche körperliche Einschränkung wahrscheinlich fünf Punkte. Das dürfte richtig sein. Ja. Sehr gut. Durchaus. Durchaus. Ja, ja, nee, sie haben fünf Punkte, haben sie sich, äh, einfach durchs Geschlecht ergaunert. Und für alles andere, keine Ahnung, dass sie, ja, äh, sich noch irgendwie den Fuß brechen oder so. Aber sie hat eine, sie hat eine Freundin, die Dana, und die ist, glaub ich, äh, die würde schon, also die ist so, ich glaub, die, äh, würde schon ein paar mehr Punkte kriegen, weil die ist zumindest irgendwie farbig in irgendeiner Form. Also sie hat ein bisschen dunklere Hautfarbe. Ähm, und die ist, ähm, also die ist Künstlerin, ähm, und malt gerne auch Bilder von deinem Charakter. Deine, deine Heldin, die du spielst, heißt Milda übrigens. Und Dana und Milda sind also gut befreundet. Und das ist alles so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen in die Hipster-Richtung. Also, äh, äh, das Ganze ist sehr 21st Century. Also die wohnt da auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die sogar in einer WG wohnen. Ne, ich glaub, in einer WG ist es nicht, aber die hängen da immer zusammen rum und die eine ist halt Künstlerin und die andere ist Fotografin und dann, ja, dann, also diese ganzen Gespräche, die da führen, das ist auch schon alles so ein bisschen Gen Z-mäßig, muss man wirklich sagen. Gerade am Anfang, ähm, kommt so ein bisschen so der Hipster-Wipe auf. Ähm, den muss man so ein bisschen wegstecken oder halt, äh, abkönnen. Und da wird aber auch so ein bisschen mitgespielt, also teilweise, das ist schon nicht, also ohne Humor ist das Ganze nicht. Und, äh, du kriegst gleich am Anfang also einen Anruf, ähm, dass dein Großvater verstorben ist, dein litauischer Großvater und dir da sein Haus vererbt hat in Litauen und du musst jetzt nach Litauen um dein Haus, um dieses Erbe anzutreten und das irgendwie, also du musst innerhalb von zwei Wochen da sein und das irgendwie machen und dann musst du jetzt halt nach Litauen, ist aber natürlich pleite und, ähm, und Dana hat, aber gerade einen Geldgeber am Start für ihre, für ihre künstlerische Arbeit irgendwie, der, der sich ihre Bilder anschauen will und ihr vielleicht Geld gibt und der soll es so helfen, äh, das zu, also, zu arrangieren, dass das alles gut geht und sie die Kohle kriegt, weil sie gibt dir dann nämlich, sie leitet dir dann was, damit du diesen Flug antreten kannst und so. Und das sind so, dadurch entspielen sich die ersten Rätsel, ähm, und, und dann kommst du im Verlauf des Spiels, gehst du dann eben nach Litauen und da wirst du dann in eine Story, also eigentlich die, also wirklich in Chicago bist du nur ganz am Anfang, also das sind die ersten zwei, drei Screens, da bist du noch in Chicago, löst so zwei, drei Rätsel und dann bist du eigentlich auch gleich in Litauen oder in Europa, ähm, und da entspricht, entspinnt sich ein Plot, dass du halt, ja, da geht's dann, äh, als du dann dieses Haus, äh, übernimmst sozusagen, da findest du dann so das Erbe deines Großvaters und da geht's dann um so eine alte Krone eines früheren litauischen Königs, der Vytertas, äh, also den gab's echt, das ist eine tatsächliche historische Figur aus, äh, so 1400 rum, äh, war der, äh, Vytertas the Great, also der war eine, ein, ein sehr wichtiger König, so ein Nationalheld von Litauen und da geht's dann darum, ja, dem seine Krone, die soll wohl irgendwie so mystische Kräfte haben und dann war irgendwie auch der KGB da mal hinterher und so, also das ist so eine typische, so ein bisschen so Indiana Jones im 21. Jahrhundert, ne, ähm, und so rätselst du dich dann da so durch Litauen, man ist sehr viel dann in, in Vilnius unterwegs, das ist ja die Hauptstadt von, von Litauen, aber auch dann an, an anderen Ortschaften in Europa, ähm, und, ja, rätselst du dich da so durch, ähm, und das ist wirklich schön gemacht, also, ich finde die Rätsel, die sind halt, das ist so typisch Adventure, also es ist wirklich so richtig oldschool Point-and-Click-Adventure, ne, also, ähm, ich finde die Rätsel sind durchweg relativ logisch, also ich hatte jetzt keine großen Hänger, ich hatte genau einen einzigen großen Hänger in dem Spiel, aber ansonsten habe ich mich da relativ so durchgepastelt, also man muss schon mal nachdenken, man muss mal hier mal was kombinieren und da mal ein bisschen rumprobieren, aber es ist jetzt nie so, dass du da komplett voll frustriert davor sitzt, und, ähm, also zumindest mir ging es nicht so, ich weiß, ihr habt ja den Hardware-Teil, habt ihr noch nicht aufgenommen, den haben ja die Hörer jetzt schon gehört, naja, vielleicht machen wir das anders, ich, ähm, vielleicht lassen wir Jan quasi einen kleinen Einsprecher spielen oder schneiden das dann hier hinter, und es wäre vielleicht sinnvoller, wenn er da nicht vorgreift, und dann kann ich ja mal von seiner Erfahrung mit dem Einred zu berichten, das können wir auch machen, ja, dann können wir das, können wir das hier reinschneiden, ja, ihr habt doch schon die Komplettlösung auf, Linie 1 gewinnt gegen Paar 1 und verliert gegen Paar 2 und 3, 2 gewinnt gegen 3, 3 gewinnt gegen 2, ich verstehe es nicht, ich kann es auch nicht ändern, er sagt einfach nur, tausche aus die Linie, ich sage, tausche bitte Linie 2 aus, tausche das ja einfach gegen 4 aus, aber 4 verliert gegen alles, weil, also ich muss eigentlich sagen, also an der Stelle, wo es Jan besonders aufgeregt hat, da bin ich auch gescheitert, weil das würde ich eigentlich kurz spoilern, das ist, weil, das war so eine einzigartige Geschichte irgendwie, und zwar man ist dann mal, also ich verrate natürlich nicht, wie man da hinkommt oder so, aber man ist bei einem Hockey-Spiel, beim Eishockey-Spiel, und man muss dieses Spiel beeinflussen, wie das sozusagen ausgeht, da gibt es, das sind so 3, 4 Rätsel, also es geht so in verschiedenen Phasen, geht das so ab, und die sind alle okay, bis auf 1, weil da ist es nämlich so, und das würde ich nämlich sogar kurz einspielen, da ist ein Fan, auf einer Fan-Tribüne, den kann man ansprechen, und der erklärt einem das Problem, oder wie die Regeln sind, und wie das alles funktioniert, und das ist, also diese Erklärung, die spiele ich kurz ein, weil die ist wirklich, also es ist im Spiel total krass, wie der das erzählt, also das kommt jetzt. Und aufgrund dieser Erklärung soll man dann zu einem anderen Typen hingehen, das ist so ein Brunze, und der hat irgendwie Connections zu dem Manager oder zu dem Trainer oder so von dem Team, und dann kann man Positionen austauschen lassen, in diesen Lines and Pairs, um die es da immer geht bei Eishockey, ich habe halt keine Ahnung von Eishockey, und ich habe da, also ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen, ich habe dann einfach Dialogoptionen durchprobiert, auf gut Glück, und bei mir ging es relativ schnell, dass ich dann das Richtige hatte irgendwie, also das hat bei mir nur drei, vier Klicks gebraucht, dann hatte ich das Richtige, aber ich habe es jetzt beim Jan erst gesehen, der hat nämlich die Lösung mal gepostet von irgendjemandem aus dem Internet, und das war ja noch wesentlich komplizierter, und es hätte genauso gut schief gehen können, also da kann ich absolut nachvollziehen, wenn man da komplett frustriert wird von, weil das war wirklich eine Sauerei, dieses Puzzle, also da war echt der Ofen aus, aber das war das Einzige, also ansonsten fand ich, waren die Puzzles wirklich eigentlich nett gemacht, so, was man so gewohnt ist von Adventures, es ist natürlich immer so, ja, man muss dieser Adventure-Logik folgen, also es ist jetzt, das ist halt schon so, dass du dann irgendwie hier, kriegst du halt genau den Gegenstand, der da genau das machen kann, aber man hätte vielleicht eigentlich selber nur irgendwie zehn andere Ideen, was man eigentlich vielleicht machen hätte können, was irgendwie vielleicht einfacher gewesen wäre, oder auch hätte funktionieren sollen, was dann halt nicht geht, aus irgendwelchen gestellten Gründen, dann muss man es halt so machen, wie das der Designer wollte, äh, ja, also, da, aber, also wer schon früher Point-and-Click-Adventure gespielt hat, in das Genre gewohnt ist, der kennt das eigentlich auch nicht anders, also ich fand es jetzt voll okay, ähm, naja, der Jan hatte doch noch eine lustige Geschichte mit der Regenrenner auch, ne? ich weiß nicht, ob ich die selber erzählen will, ja, bestimmt, ich würde sagen, die schneiden wir einfach hier noch rein, ja, äh, ich hab halt hier mal irgendwie vor ein paar Jahren das Haus renoviert, und, äh, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich halt, dass Regenrennen halt nicht magnetisch sind, weil ich es halt ausprobiert hab, und, das war jetzt nicht so, also, beziehungsweise, ich hatte halt ein Magnet in der Tasche, und ich hatte so ein Bagel in der Tasche, was ein Loch in der Mitte ist, und so ein Faden, also man hätte schon auf die Idee kommen können, aber aus irgendeinem Grund hat irgendwie so mein Hirn da diese Kombination nicht, also die Kombination nicht hergestellt, weil diese Regenrenne in einem Spiel, das ist nämlich an der, äh, Universität in Vilnius, die ist, äh, so Kupferfarben, also Knall Kupferfarben, richtig poliertes Kupfer, ne? Da dachte ich mir, okay, das ist halt, ne, poliertes Zeug, und, äh, deswegen bin ich irgendwie nicht auf die, auf die Idee gekommen, okay, da klebt jetzt, oder tue ich jetzt den Magneten irgendwie dran, und, äh, dann habe ich tatsächlich, äh, versucht, in meinem Hass, das war ja dann später noch, den, äh, den Entwickler, äh, dazu zu bringen, weil ich ja wusste, die sind in Vilnius, äh, habe ich dann gefragt, sag mal, aus welchem Material ist denn diese Regengrinne? Ne, und dann, äh, meinte er so, im Spiel oder in echt, ja, wenn du so fragst, beides, würde mich mal interessieren, und, äh, dann meinte er dann, also, sie hätten geprüft, dass es aus Metall ist, aber nicht welches Metall, aber er fährt mal bei Gelegenheit vorbei und guckt, ob es eine Kupferregengrinne ist, aber die ist halt bemalt, also es kann durchaus sein, dass es nicht, dass es nicht Kupfer ist, sondern halt irgendeine, weiß ich, Eisenlegierung oder so, die halt dann irgendwie mit einer Farbe bemalt wurde, also kann durchaus sein, dass da in diesem speziellen Fall ein Magnet hängt, aber ich finde es so drollig, dass ich dann halt so gefragt habe und dann kam tatsächlich der Entwickler, der hat irgendwie nach einer halben Stunde geantwortet und dann habe ich dann gesagt, aber Kupfer ist gar nicht magnetisch, ne, und er dann so, ja, ich kann mal bei Gelegenheit nach, ja, nehme ich mal ein Magnet mit und fahre mal zur Uni nach Willen, in Vilnius. Das erinnert mich an das schöne Actually-Meme. Ja, ja, genau. Ja, oder halt, Füchse sind gar keine Rudeltiere. Ja, genau. Ja, cool, auf jeden Fall. Witzige Story. Ja, er hat aber noch nicht geantwortet. Ich habe extra noch mal irgendwie nachgeschaut. Wir sind das mittlerweile am Montag oder so. Mal gucken, vielleicht kommt es noch irgendwie, wenn dann reichen wir es irgendwie mal, weiß ich, in den Kommentaren oder wenn auch immer so eine Ankündigung sprechen, so wie nach. Der Hardware-Regenrennen-Teil. Mal gucken. Ja, ist auch schwierig zu googeln, muss man fairerweise sagen. Google mal irgendwie, weiß ich, Material-Regenrennen-Universität Vilnius. Das ist das Hoffnungsglocke. Aber weil, also das war, also als ich gelesen habe, dass er dem Entwickler auf Discord noch darum gebeten hat, bitte jetzt da noch mal hinzufahren und zu gucken, ob diese Regenrinne wirklich magnetisch ist. Das ist wirklich fantastisch. Aber ich habe, also mir ist es beim Spielen ehrlich gestanden nicht aufgefallen. Ich habe nur gesehen, okay, Regenrinne ist wahrscheinlich irgendwie Metallmagneter anfertig aus. Das war, also ich hatte mich damit nicht aufgehalten. Aber ja, okay. Mir wäre ich auch nicht aufgekommen. Ich kann mal vollziehen, dass man da dann kurz strauchelt. Ja, also, wie gesagt, so weit, so gut. Ich fand die Passes größtenteils okay, mit wenigsten Ausnahmen. Das Ende kam dann relativ schnell und abrupt. Ich hätte, also ich hätte durchweg noch drei, vier Stunden weitergespielt. Also ich war eigentlich noch nicht so ganz satt von diesem, von diesem Happen. Aber naja, ist okay. Also ich weiß nicht, ob man da also Dinge verlangen kann. Also mich interessiert was. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass Humor auch eine Rolle spielt. Und eigentlich sind ja Point-and-Click-Adventures für mich so das humorigste Genre, was es so gibt, würde ich sagen. Und es ist auch tatsächlich hier komplett durchgezogen. Also immer auf Witz und auch gut gelungen? Nee, gar nicht. Also es ist schon witzig stellenweise. Also es sind auch schon lustige, also deine Freundin, die die Kohle haben will, der ist auch, das ist ein richtiger Idiot. Also dem willst du echt nur links und rechts eine reinwatschen. Und der will dann, der will irgendwie für dieses erste Rätsel, also wie gesagt, gleich der erste Bildschirm, der will irgendwie Limonade haben. Und da ist halt hinten so ein Limonadenstand. Und da musst du dann so ein bisschen hin und her machen, dass du diese Limonade irgendwie kriegst und so. Du kannst aber auch, brauchst du ein anderes Rätsel dann wieder, du kannst aber auch dir ganz, also statt Limonade kannst du dir von dem Mädel auch einfach Zitronensaft geben lassen. Also ganz sauren Zitronensaft, den kannst du ihm auch geben. Und dann flippt er komplett aus und kannst ihn da so ein bisschen verarschen und so. Also solche Sachen gibt es auch. Also das ist schon Humor. Aber ich würde mal sagen, also der Grundton des Adventures ist jetzt nicht durchweg, dass es alles auch Witz ist, sondern die Geschichte nimmt sich an sich schon erst mal zu einem gewissen Punkt ernst. Also es ist schon so, also es ist dann schon so, wie gesagt, der KGB kommt dann auch mal vor. Also es ist dann auch mal so ein bisschen, also es wird jetzt nie irgendwie super spannend oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist alles immer so ein bisschen so auf nett und charmant gemacht. Aber es ist schon so, dass dann, ja, dass man dann mal so ein bisschen, dass auch mal einer mit einer Pistole hat und dann wird es irgendwie ernst hier und so. Das kommt schon auch vor. Also es ist so ein bisschen im Stil von verarschen. Also es ist eher so so Indiana Jones-Humor technisch. Also es ist schon witzig und so, aber es ist auch, es hat auch so eine Komponente, wo man jetzt sagen, wenn man will, so ein bisschen Spannung reinbringen oder ein bisschen, ja, auch mal was erzählen, was jetzt die Charaktere irgendwie selber ernst nehmen oder so. Das schon. Ja, aber es bleibt dabei immer sehr leicht. Also, ja, also ich beschreibe die Handlung am besten eigentlich als nett, weil sie ist, sie ist nicht, sie geht nie so wahnsinnig in die Tiefe. Also da habe ich schon auch in Adventures mehr gesehen bei einem, was weiß ich, aus den 90ern in Riddle of Master Lu oder dann aus den 2000ern in Moment of Silence oder so. Das sind ja auch eher ernste Adventure. Die haben da schon mehr zu bieten, finde ich, was Tiefgang angeht und so. Aber das hier, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, ich finde, es zieht diesen Millennial Gen Z Charakter sehr stark durch. Das kommt auch noch mit dazu. Also die, es ist dann auch so, man ist ja dann in Litauen, aber man, man hat sein Handy dabei und man textet auch immer wieder mit der Dana und diese Texte, das ist halt auch, ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, die sind halt auch voll mit irgendwelchen Emojis und sie schreiben sich nur so und so und so. Und man kann auch selber aussuchen, ob man eher ernst antworten will oder eher mit auch so, 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 ne, dieses typische Handy-Text-Gedöns. Ich habe das dann gemacht, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Und dann immer so, hey, dude, man, what do you think? Bla, bla, bla. Aber ja, das ist halt so ein bisschen so ihr Stil. Ich fand es ganz amüsant, so, aber für, ja, für dieses Adventure. Jo. Ich sehe gerade hier so ein Bild, also ich gucke, wie gesagt, hier das Gamepad zwischendurch durch. Work and travel in Wyoming. Da ist da so ein Turm. Ich glaube, das ist eine Firewatch-Referenz. Würde ich vermuten. Sieht mir so aus. Work and travel in Wyoming. Ach Gott. Oh ja, ist das in dem Reisebüro? Das ist an so einem Tisch. Ja, Reisebüro, ja, genau. Ja, ja, okay, ja. Ah, okay, ja, habe ich übersehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, kann gut sein, dass es eine Firewatch-Referenz ist. Also, weil, was willst du auch sonst in my Wyoming machen? Ganz ehrlich. Ja, der Turm ist halt da drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Start spielt, aber ich glaube schon. Ja, also es ist jetzt nicht, aber es ist aber auch nicht so, dass das Ding irgendwie vollgestopft ist mit Referenzen auf andere Sachen. Es kommt hier und da, kam glaube ich mal was vor, aber jetzt nicht zu viel oder so. Ja. Es hat schon sein, zieht sein eigenes Ding eher durch. Du hast ja gerade schon gesagt, die Präsentation ist eher so ein bisschen seicht und leichtherzig teilweise und ich finde auch optisch, es ist ja größtenteils, bis auf einiges hin, wirkt es einfach sehr freundlich und nett gestaltet. Genau. Sind die Hintergründe gezeichnet? Ja, ne? Ja, also die Hintergründe sind gezeichnet. Das schwankt so ein bisschen in der Qualität, finde ich. Also ich habe, ich glaube in der PC Games haben sie geschrieben, sie wären wunderbar und ich habe das auch öfter im Internet gesehen, dass alle sagen, oh, so toll. Ja, ich fand es jetzt ehrlich schon nicht so toll. Die sind schon ganz nett teilweise, aber das habe ich auch schon besser gesehen mit mehr Details. Also wenn ich mir da ein Geheimakte Tunguska anschaue oder so, ich finde, da stecken dann noch wesentlich mehr Details teilweise in den Schauplätzen. Aber es ist okay. Also das kann man schon durchweg lassen. Es ist alles sehr, ja, auch wieder sehr herzlich, sehr freundlich, sehr hell oft und durchweg nett. Die Charaktere selber, also die, die sich dann auch bewegen und so, die Figuren, die sind in so ein bisschen so 3D-Cartoon-Stil gehalten. Also da stimmen die Proportionen jetzt nicht immer so hundertprozentig. Also die Augen sind gerne mal relativ groß auch und so. Also es hat alles ein bisschen so ein Cartoon-Vibe, was jetzt nicht unbedingt so mein Stil ist, aber es passt für dieses Spiel, finde ich, ganz gut. Also es passt auch so ganz gut dazu, dass es halt, ja, schon nah am Realismus ist, aber sich nicht so ganz hundertprozentig darauf versteift. Also das ist okay. ist jetzt kein Überflieger, aber es ist okay. Genau, also würde ich auch sagen, ich finde sie eher aus wie so eine Kinder-TV-Serie oder so, also irgendwie, ja, kindgerecht auf jeden Fall und ich finde die Texturen teilweise echt schrecklich, muss man sagen, also gerade von den Figuren sieht sie teilweise ziemlich schlimm aus und ich muss sagen, ich finde die Hintergründe gut, also auch wie GameStar das sagt, ich finde die ganz nett gemacht. was mir dabei negativ auffällt, ist, dass die Charaktere, die 3D-Charaktere manchmal so ein bisschen floaty wirken, also die sind halt nicht so richtig connected mit dem Boden, auf dem sie gehen und so, das ist teilweise ein bisschen weird. Interessanterweise gibt es aber tatsächlich auch Schatten, die sie werfen und teilweise sogar Spiegelungen, also da wurde anscheinend dann doch noch irgendwas gemacht, dass das irgendwie noch simuliert wird, also das ist eine interessante Mischung auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt, also ich finde auch, es ist nicht so hundertprozentig mein Stil, aber ja, aber es ist zweck dir nicht und ich finde, es passt zu dem ganzen, zu dem ganzen Stil von diesem Spiel, auch wie gesagt, dem Stil der Handlungen, dem Stil der Figuren und so, das ist schon, das ist, also wenn man es spielt und es dann auch alles hört und so, das wirkt dann schon so, dass es zusammenpasst und da irgendwie jemand mit einer gewissen Stilsicherheit an die Sache angegangen ist, das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Jo, und dann kommen wir auch zum Sound, glaube ich, damit, das ist, das ist wirklich, also da muss man sagen, also der Sound selber, weiß ich nicht, ist okay, ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, irgendwie, dass da jetzt am Sound irgendwas Tolles wäre, die Musik ist auch wieder so, ja, so dudelt so ein bisschen vor sich hin teilweise, aber was wirklich hervorzuleben ist, ist tatsächlich, sind die Sprecher, weil die Sprecher machen wirklich einen super Job, also die Englischen, ich glaube, ich glaube, es gibt keine deutsche Vertonung, ich glaube, es gibt nur deutsche Texte, aber die Englischen Sprecher machen wirklich einen super Job für so eine kleine Produktion, also gerade die Mildar selber, wie die vertont ist, da stimmt wirklich alles, also da, die macht nie, ich habe, ich habe es nicht festgestellt, dass die mal einen Fehler macht, so in der Betonung, oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, wenn sie jetzt sarkastisch sein will, oder wenn sie jetzt irgendwas, das passt immer alles voll gut, und auch die anderen Charaktere, also ich habe eigentlich keinen Charakter gefunden, der jetzt irgendwie total schlecht wäre, sind nicht alle so auf dem, auf dem Top Level, wie jetzt die Protagonistin, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, gerade für so eine kleine Produktion, Top Notch, also da, das war eigentlich das, was das für mich so ein bisschen rausgerissen hat, wieso ich es auch so gerne durchgespielt habe, ist, weil, weil viel von der Atmosphäre wirklich getragen wurde, von, von den Speichern, das war cool. Hier sieht es musikalisch aus, da erwarte ich mir jetzt irgendwie, so ein relativ nichtssagendes Gedudel im Hintergrund. Genau, genau, also Musik dudelt, tatsächlich oft mal sehr gerne vor sich hin, ich weiß nicht, wir haben ja den Einspieler zu diesem Zeitpunkt, jetzt hier schon gemacht, für den, für das Main Theme, und so in dem Stil geht es auch weiter. Es gibt, ich glaube, der Jan hat es in seinem, in seinem Thread hier, wo er das Spiel mal auseinandergenommen hat, auch schon beanstandet, gleich im ersten Rätsel gibt es auch einen Trompeter, ähm, und, äh, den, der nervt, den muss man allerdings auch für das Rätsel dann zum Schweigen bringen, also, ähm, das passt schon. Ach ja, oh, da fällt mir noch was ein, was ich bei den Rätseln fast vergessen hätte, ähm, ein, ja, ein Negativpunkt der Rätsel, der mir beim Spielen gar nicht so aufgefallen ist, aber weil, den hat Jan auch stark beanstandet, und, äh, das stimmt schon, äh, muss ich im Nachhinein auch zugeben, es gibt sehr viele Rätsel, die, Timing brauchen, was mir nicht so gut gefällt eigentlich in, in Adventures, ähm, also es ist, da geht's darum, dass du zum Beispiel, ja, dass du eine Aktion auslöst, und dann hast du ein, nur ein bestimmtes Zeitlimit, um ein oder mehrere andere Aktionen zu machen, die dann funktionieren, und das passiert relativ häufig in dem Spiel, und manchmal sind diese Zeitlimits auch sehr knapp gemessen, also, äh, so dass man wirklich diese erste Aktion fünfmal auslösen muss, bis man es hinkriegt, die zweite im richtigen Zeitfenster dann auslösen, und gerade wenn du noch durchprobieren musst, ne, und noch nicht genau, also, du kannst es so oft machen, wie du willst, grundsätzlich, also es ist nicht so, dass du dann irgendwie in einen Fail-State kommst, oder irgendwie, keine Ahnung, das, das Spiel neu laden musst, oder so, das passiert nicht, ähm, aber du musst halt dann irgendwie teilweise bestimmte Aktionen nochmal ausführen, und so, und das kann dann schon ein bisschen nerven, gerade wenn's dann noch ein bisschen dauert, bis dann irgendwie die Animation abgespielt ist zum, zum fünften Mal, und du, ja, dann wieder irgendwie es verkackst, weil du, keine Ahnung, also eigentlich ist das alles nicht schwierig, weil du musst da nur klicken, aber du hast halt wieder irgendwie eine andere Kombination genommen, als du solltest, und das, ja, also das kann ein bisschen nerven, äh, das will ich noch mit, mit anbringen, sorry, hätte ich beim Gameplay vorhin schon machen sollen, ähm, passt doch, jo, aber, also, wie gesagt, in Fairness ist es wie gesagt, also, man kann's dann, so oft wiederholen, wie man will, also es ist nicht so, du kannst nicht sterben mit dem Spiel oder so, das geht nicht, also zumindest, keine Ahnung, glaube ich nicht, das würde auch nicht, würde auch nicht passen, zu, zu, zu dem Spiel, ähm, jo, Steuerung, an sich, ist klassisches Point-and-Click, ne, also Linksklick für Interaktion oder so, Rechtsklick kannst dir alles anschauen, und dann sagt Milder irgendwie einen Satz dazu oder so, äh, Inventar ist am Bildschirmrand, also das ist einfach, ja, klassisch gemacht, funktioniert, ist bewährt, gibt's wenig zu zu sagen, ähm, halt Leertaste zeigt Hotspots an, ich hab's ja aber nie gebraucht, das ist relativ fair, wie man die Sachen so findet, ähm, und, äh, ja, Performance oder Bugs, mir sind keine Bugs aufgefallen, das, ich hab's einmal frei durchspielen können, äh, Performance, ich mein, gut, das ist ein Adventure, also, äh, ich hatte jetzt keine Probleme, ähm, und was, das Einzige, was ich kurz sagen will, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ähm, es gibt keine, es gibt kein Intro-Video, es gibt keine Logos, es gibt nichts, du schaltest dieses, drückst auf Play im, im Gawk Galaxy, dann bist du, das Nächste, was du siehst, ist tatsächlich das Hauptmenü, du klickst Continue, du bist in drei Sekunden am, am Spiel, also kein, kein komisches, AMD Risen Logo, oder sonst irgendwas, ne, einfach nur, also noch nicht mal ein Logo vom Entwickler, ich musste tatsächlich online nachschauen, wer der Entwickler ist, weil im Spiel kommt's nicht vor, außer in der, angenehm, schön, Quality of Life, ne, braucht man nicht wirklich, aber wenn man's hat, ist es auf jeden Fall nett, genau, ich muss endlich mal, muss ich keine, keine Bink-Videos löschen, aus dem Spieleordner, finde ich sehr gut, ähm, ja, dann, ich würde was vorschlagen, hören uns noch mal kurz das Fazit von Jan an, damit das Ganze noch mal abgerundet wird, dann kann man was dazu sagen, wie es ihm gefällt am Ende. Ja, ich hab hier die Sekunde gehasst, äh, ja, also, ja, also, ich, es, also, es hat so ein gewisses, also, so ein gewisses Interesse habe ich ja daran, weil das sind halt irgendwie, weiß ich, das ist ein Spiel, das wurde irgendwie von zwei Leuten oder so gemacht, vielleicht lass ich noch ein dritter sein oder so, und man merkt dann irgendwie schon, wie es so, weiß ich, man sieht so die Nähte, wie es zusammengenäht wurde, und für, äh, den meisten, also für die längste Zeit oder so, funktioniert das ganze Ding ja auch. Was mich so ein bisschen irgendwie, ähm, genervt in Anführungszeichen war, dass es teilweise so Objekte gibt, wo halt entweder nur was gesagt wird, aber teilweise muss man sich dann an die, äh, ich sag mal, toten Objekte erinnern, und dann später kann man auf einmal einen Pullover aufheben, der halt vorher irgendwie, weiß ich, drei Stunden lang einfach ein Pullover war, wo sie halt gesagt haben, ja, liegt ein Pullover oder so, und dann muss man quasi für ein Rätsel dann sich merken, dass da irgendwie ein Pullover, wie auch mal. Auf jeden Fall, also, das meiste ist ganz okay, was mich persönlich abfuckt sind, zeitbasierte Rätsel. Das war auch der Moment, wo die Spielerfahrung bei mir geendet hat. Äh, das war einfach die Geduld zu Ende von einem Hockeyspiel, und, äh, das war dann so eine Verfolgungsjagd, und du musstest dann quasi, so timebasiert, also ich hab schon sofort verstanden, dass ich irgendwie hupen musste, aber ich hab nicht verstanden, dass es tatsächlich das Spiel, jetzt nicht einfach eine random Animation abspielt, sondern, ich im richtigen Moment hupen musste, und du musst halt immer noch, erst mal mit dem Knopf, das scheiß Inventar aufmachen, um dann das Item zu benutzen, ne? Also, im richtigen Moment musst du hupen, damit was passiert, und das hab ich irgendwie nicht verstanden, und, weiß nicht, als der Opa dann, äh, zu dem ich hin musste, äh, dann, weiß ich, so die, 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 die Voice-Line mit, beeil dich, beeil dich, irgendwie zum sechsten Mal, äh, gemacht hat, hab ich einfach alte vier gemacht, ein Spiel deinstalliert, weil, diese Timing-Geschichten bei diesen Adventures, das fuckt mich komplett ab, oder wenn ich weiß, okay, also auch dieses Katzenrätsel oder so, ich hatte eine grobe Idee, und dann, klappt das aber nicht, und dann möchte ich aber halt jetzt nicht wieder in die Stadt zurück, äh, weiß nicht, den Bagel nochmal kaufen, und das Schlimmste an diesem Spiel ist, äh, die Spielanimation quasi ab, und du kannst sie nicht abbrechen, das heißt, wenn du in einem falschen Moment die Bagelfrau ansprichst, dann braucht die zehn Sekunden, um sich umzudrehen, um dich deinen verfickten Thunfisch-Burger nochmal kaufen zu lassen, und dann musst du wieder wie ein Depp zurück, äh, zu Uni, also du kannst dankbarweise doppelklicken, um, äh, weiß ich, zu Uni zu kommen, und dann kannst du es nochmal probieren, und das nervt mich halt tierisch, dass man halt, also a, das Zeitbasierte, und b, wenn man halt weiß, wo es hingeht, dass man halt nicht sofort wieder irgendwie was machen kann, sondern tatsächlich wie so ein Bauer, äh, das einfach dann wieder dahin spielen muss, und das, das hat mich einfach über die Maßen dann genervt, und das Hockeyspiel, das hat mir einfach dann so den Rest gegeben, dass ich dann auch diese Timing-Geschichte dann nicht mehr, äh, gemacht habe, ich habe mir das Ende dann auf YouTube angeguckt, ich bin offensichtlich kein Adventure-Typ, wobei, äh, wobei ich sagen muss, diese, äh, diese Wadget, äh, also diese Wadget-Eye, wie auch immer die heißt, diese, diese Blackwell-Serie, die habe ich mit großem, mit großem Genuss gespielt, aber da wird sich auch nur unterhalten, und da ist, äh, wenig mit Rätsel, also da ist halt ein bisschen was, aber du hast halt eher so Dialog, und ein bisschen, ein bisschen was kombinieren, aber du musst jetzt nichts irgendwie, weiß ich, auf einem Timing-Geschichte irgendwo was machen, sondern das ist halt super klassisch, du musst halt einfach nur, wenn du auf die richtige Idee bist, kommunierst du Dinge, und dann passiert was, und dann das Spiel zu Ende, und du siehst die Credits, alle sind glücklich, ja. Jo, wenn du willst, mach du noch ein Fazit, und dann, äh, ja, also ich, oder, also, nee, ey, brauchst du nicht, wie du möchtest, sorry, ich, 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 den Jan ein bisschen entschärfen jetzt, weil, ich kann mir vorstellen, das war jetzt nicht so, ähm, ja, ich fand's ganz nett, ähm, also mir hat's, als, als Adventure-Fan der alten Schule, hat's mir eigentlich gefallen, und, ähm, ist jetzt nichts Besonderes, oder so, aber, ach, ich find, ja, gerade wenn man's mal in einem Sale kriegt, oder so, kann man's mal mitnehmen, ich hatte ganz nette acht Stunden damit, und, jetzt ist aber auch wieder gut, ich muss jetzt nicht nochmal die Story, mit den anderen zwei Charakteren durchspielen, auch wenn man dafür GOG-Achievements bekommt, ich hab ein Achievement bekommen dafür, dass ich mich dann bei dem Trompeter entschuldigt hab, nachdem ich ihn ausgenugt hab, so, ja, immerhin, das war nett, ja, okay, das, äh, fand ich interessant, dass du so ein gamer spielst, hatte ich, äh, nicht mitgerechnet, dass wir sowas mal besprechen in nächster Zukunft, jo, ich hab's auch, also, hab mich gewundert, dass es, also, ich hab, wie gesagt, ich glaub, Laksana hat sogar mal was bei uns auf dem Discord gepostet, noch vor der Veröffentlichung, Mann, von einem Monat oder so, äh, das hatte ich übersehen, ich hab mich dann gewundert, äh, als die PC Games auch mal einen Test dazu hatte, und es war recht gut bewertet, ähm, ich weiß gar nicht, was sie mir gegeben haben, eine 8 von 10 oder so, ähm, hab ich mir gedacht, ach ja, kann man wieder machen. Ja. Ja, alles klar, dann, würde ich sagen, haben wir's doch für heute, dann, äh, auf jeden Fall nochmal, vielen Dank, an das, äh, Feedback, an die Leute, die das geschrieben haben, das, äh, war sehr hilfreich wie immer, wenn, äh, ihr als Zuhörer gerne auch was loswerden wollt, könnt ihr das natürlich immer machen, entweder, äh, auf dem Discord, äh, discord.gg slash pcgc, da läuft auch die aktuelle Verlosung, äh, ansonsten sind wir erreichbar über Twitter, unter dem Handel at podcast pcgc, oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com ja, das war's, äh, dann für diese Woche, vielen Dank fürs Zuhören, und dann schalte ich ja den nächsten Woche wieder ein, zum pcgc-community-podcast, tschüss, ciao, ich muss sagen, der Meme-Gen ist der eine, den ich gemütet hab, was? ja, da war eine Zeit lang, also es ist schon lange Zeit mittlerweile, weil Julian und so und Karadrian, ach ja, was die alles gepostet haben, das war übel, ja, ja, da hatte ich ihn auch gemütet, aber ich hab ihn wieder entmutet, weil inzwischen ist der, ist der schon witzig, da sind schon ziemlich viele gute Sachen drin immer, ja, und du bist auch recht warm geworden, ne, im Vergleich dazu, was da früher, okay, ja, jetzt gerade, jetzt gerade im Moment ist wieder eine Krise, weil Neus mehr was gepostet hat, aber ansonsten, ähm, ansonsten war es okay, okay, ja, sehr schön, dass sich da so eigene Meta-Geschichten entwickeln auch. Achso, ich war übrigens, äh, hier, abfahren, fällt mir da gerade ein, und, äh, es war ja Sonntag, und, es war schönes Wetter, das heißt, es war einigermaßen viel los, und, ich, äh, nicht geil immer freundlich zu, das ist ja quasi der moderne deutsche Gruß, dass man einfach so die Unterlippe so ein bisschen, also die Lippen so ein bisschen aufeinanderpresst, und dann so, so leicht nickt, ne, und, äh, der Freundlichkeit-Counter, also vielleicht liegt es auch in meinem Gesicht, der ist bei zwei, also zwei ältere Frauen haben mir dann quasi freundlich zurückgenickt, äh, das andere hat nicht funktioniert, vielleicht hätte ich den historischen deutschen Gruß machen sollen, wo man ist. Ja, aber ich finde, zunicken ist auch, äh, schwierig, das kann man auch schon mal übersehen, ich hatte letztens auch so einen Dude, wo ich mich gefragt habe, okay, hat er jetzt genickt, hat er nicht genickt, keine Ahnung. Wie hast du reagiert, das ist die wichtige Frage, wie hast du darauf reagiert, nachdem du immer noch unsicher bist? Komplett wegignoriert, einfach so getan, als würde er nicht existieren. Achso. Der ist wahrscheinlich traurig. Ja, auch aktiv irgendwo anders hingeguckt. Ne, also, also ich als, weiß ich, konstanter Nicker, der aber ständig von der Gesellschaft enttäuscht wird, äh, kannst du Protokoll geben, man merkt sich da nicht, die Leute, weil, du bist einfach verschwunden in einer grauen Masse, an Unfreundlichkeit, Lukas. Ja, hast du mir Freude gemerkt. Ich bin ein sehr offensiver Grüßer. Ich brülle den Leuten dann ein fröhliches Servus entgegen, äh, aus einem versteinerten Gesicht, das hilft aber meistens auch nicht. Aber ich bin, bin offensiv, was das angeht. Ich wünsche, grüßt zu werden. Ja gut, aber du, du machst ja auch aus jeder Freundlichkeit irgendwie so ein Hass induziertes, äh, 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 also du schämst ja, also du schenkst ja auch, um, 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 um zu beschämen. Das ist absolut richtig. Ja, dann machen wir jetzt los. Guti, dann legen wir jetzt los. Achso, ich soll vielleicht wohl die Fenster zumachen, oder? Na, so viele Autos fahren ja auch nicht. Na, aber man hört übrigens die Vögel, Junge. Ja, man echt mit Zwitscher. Ja, ist das nicht schön? Das ist wunderschön. Das klingt halt wie bei mir. Ja, Ja, hast du die Fenster auf? Nee, ich hab tatsächlich zu. Ah. Alles zugemacht. Ja, ist ja gut. Ich hör euch schon nicht mehr. Bevor um die Fünften Olli wieder anschreit. So, die Vögel sind weg. Verscheucht. Sehr gut. Nee, ich hab Fenster so gemacht. Achso, du hast kurz in die Hicke geschossen. Das sind zu viele Spatzen. Achso. Die wohnen bei mir unterm Dach, die haben diverse Wohnungen, und die, weiß ich, pflanzen sich davor. Ich stand neulich beim Zähneputzen davor und hab Spatzen beim Vögeln zugeguckt, wie der Fachbegriff in der Ornithologie ist. Und ja, dann hab ich mir gedacht, guck mal an, ich bin Spatzenpapa, indirekt. Indirekt, aber du begünstigst die Spatzenpopulation. Sehr gut. Bei meiner Mutter sind Störche am Nüsten und haben fünf junge Erans. Jetzt lebt noch eins. Mal gucken. Und die anderen haben deine Eltern gegessen? Nee, die sind ja so weit oben, da kommt man nicht selber dran. Aber die sind alle gestorben. Ja, bei Störchen ist es aber auch besonders traurig, je nachdem, was das für eine Art ist. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie alle machen. Aber wenn die irgendwie drei oder vier haben, dann werfen die einfach zwei runter und die verreckten dann halt einfach und dann bleiben halt zwei übrig. Und wenn dann irgendwie so, weiß ich, der habicht oder weiß ich, also irgendwas kommt und die letzten zwei halt auch noch wegfickt, dann haben die halt gar nichts mehr. Also Störche sind dumme Vögel. Ich fand den Begriff wegficken. Sehr gut. Sehr gut. Sehr passend. Wer übrigens an einem Happy End interessiert ist, also jetzt ist die Brotsaison vorbei, aber der Wanderfalke in Nürnberg an diesem Turm, den ich da mal irgendwann Anfang der Brotsaison verlinkt hatte, der ist immer ein Garant für Happy End, weil da kommen immer alle Küken durch, weil es gibt halt einfach einen unbegrenzten Vorrat an Tauben und die werden alle weggefräst und dann kommen alle Falken durch und fliegen dann weg. Und da gibt es keine schlechten Enden. Das ist sehr gut. Zumindest aktuell, wo Hardware ja verfügbar ist und auch Grafikkarten zu einem adäquaten Preis, ob das dann tatsächlich noch so Beachtungen finden würde, wie, wie gesagt, letzten Dezember. Hm. Ja. Awkward silence. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Pause. Ich hole mal eben was zu trinken. Ja, achso, ja, das ist jetzt weg. Ja, okay. Das ist jetzt weg. Wir haben jetzt tatsächlich eine Pause. Sehr gut. Okay. Ja, du kannst mir dabei zugucken, wie ich ein Teenager-Mädchen bin. Mach das sehr gerne. Mach ich an. Mach an. Zeig mir das. Ich arbeite derweil am anderen Eichner. Achso. Ich schaue dir sehr gerne zu. Entertain mich und bin ich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Mal Igna.